Von Helmut Zenker, Kottan ermittelt, der vierte Mann, Kriminalroman. Wir schreiben das Jahr 1987. Die Mächte der Finsternis schreiten aller Orten rücksichtslos und anscheinend unaufhaltsam voran. Aller Orten? Nein. Eine Handvoll wackerer, unburgsamer Kriminalbeamter in Wien ist noch nichts im Rückzug angetreten. Mord-Dezenatsleiter Heribert Pilch vertraut der Statistik und seiner verschwitzten Gemeinschaft. Adolf Kottan ist mit 41 noch immer der jüngste Major im Sicherheitsbüro und derzeit bedingt suspendiert, was möglicherweise nur in Österreich möglich ist. Stellerleiter des Dezenats ist Paul Schremser, 55 Jahre, der bei einem Dienstunfall vor Jahren sein rechtes Bein verloren hat. Ein Mann für den Hintergrund ist Alfred Schrammel, 50 Jahre, der zwar Mitglied bei allen Parteien außer der kommunistischen, aber doch am Ende seiner Karriere angelangt ist. Im Sicherheitsbüro herrscht wie immer eine Atmosphäre kühler Überlegung, vertrauensvoller Zusammenarbeit und gelegentlicher Intuition. Mittwoch, 15. April. Ein dunkelgrüner Jaguar 3,4 rollt im Schritttempo durch die Wasnergasse, die die Augartenmauer entlang führt. Einem zufälligen Beobachter würden außer der geringen Geschwindigkeit auch das nicht funktionierende Abblendlicht rechts vorne und die geköpfte Metallkatze auf der Motorhaube auffallen. Aber um diese Zeit ist in diesem Stadtteil mit großer Wahrscheinlichkeit niemand mehr unterwegs. Höchstens ein unglücklicher Trinker, der nicht heimfindet und ohnehin kein besonderes Interesse an Beobachtungen hätte. Die Wasnergasse ist eine Grenzstraße zur Brigittenau. Einem Arbeiterbezirk allerdings nach einem Heiligen benannt. Er wird sonst nur von Gewerbetreibenden, die ihre Geschäftslokale im Bezirk haben und von ehemaligen Arbeitern bewohnt und die sich zu Angestellten verbessert haben. Ab 21 Uhr sind statistisch 90% der Einwohner im Bett. Ab 2 Uhr morgens die komplette Bevölkerung. Während der letzten Jahre sind in den alten Zinshäusern viele Türken dazu gekommen, was viele Angestellte, falls sie sich selbst schon zu mittleren Angestellten ernannt hatten, zur beschleunigten Abwanderung in andere Bezirke veranlasst hat. An der Kreuzung mit der Stieflöhrgasse gegenüber einer vorübergehend geschlossenen Tabaktrafik hält der Jaguar. Ein angerostetes Blechschild neben dem Eingang zum Zigarettengeschäft empfiehlt nach wie vor die Tageszeitung Neues Österreich, die schon vor Jahrzehnten eingegangen ist. Der Mann auf dem Fahrersitz, etwa 35 Jahre, unauffälliges, barkloses, schmales Gesicht, blickt auf das Trottoir neben der Parkmauer. Der Wind treibt ein paar Lucky-Look-Pfetzen und einen rosa Straßenbahnfahrschein vorbei. Hier soll der Überfall stattfinden, beschließt der Mann hinter dem Lenkrad. Er hat die Ärmel seines leichten, hellbraunen Händs dreimal hochgekrempelt, weil er seine Heizung im Auto sich nicht abschalten lässt. Der Jaguar ist bei Jahr 72 und bereits von drei Vorbesitzern strapaziert worden. Der Mann stellt das Radio ab, das nur willkürlich aneinandergereihte Schlager zu bieten hat. Über dem Philips-Sonderangebot gähnt ein Loch in der Konsole. Einer der früheren Besitzer, ein Herzchirurg, hat ein Autotelefon installieren lassen und nach fünf Monaten wieder ausbauen lassen. In Gedanken verwendet der Mann ausschließlich diese Worte Überfall und Anschlag, obwohl die Angelegenheit, diese Worte benutzt er hartnäckig gegenüber eingeweihten Freunden, nur mit Mord abgeschlossen werden kann. Hier ist zweifellos die günstigste Position in der Gasse. Die Lampe über der Kreuzung gehört nach Mitternacht zu den Abgeschalteten. Eine Aktion der Gemeinde, Energie verwenden, nicht verschwenden. Unter den gestutzten Ahornbäumen am Gehsteigrand befinden sich drei öffentliche Müllkübel in einem verwitterten Gestell. Hinter den Kübeln wird sich ein Helfer mühelos verstecken können. Bei unvorhergesehenen Ereignissen steht außerdem die Fluchtmöglichkeit über die Mauer in dem weitläufigen, in der Nacht abgesperrten Park offen. Noch dazu würde das Opfer morgen bestimmt hier vorbeikommen. Der Mann, der die Hände nicht vom Lenkrad genommen hat, nickt und beobachtet seine Bewegung im Rückspiegel. Er sucht die Umgebung nicht nach weiteren Einzelheiten ab, hält es nicht für notwendig. Diese Fahrt ist die erste ihm anvertraute Vorbereitung. Den professionellen Blick für solche Fahrten hat er noch nicht. Den Lapsus mit dem Abblendlicht hat er bis jetzt nicht bemerkt. Er drückt auf den Zigarettenanzünder und fährt langsam weiter. 7.30 Uhr Donnerstag Adolf Kottern befindet sich bereits eine halbe Stunde auf dem Brigittenauer Tennisplatz. Tennis war jahrelang ein Spiel, das Kottern intensiv verabscheut und im Fernsehen keines Blickes gewürdigt hat. Vor über einem Jahr hat er dann mit dem Tennistraining begonnen, nachdem er aus der Polizeifußballmannschaft geflogen war. Unberechtigt, wie Kottern glaubt. Jetzt nimmt Kottern zweimal in der Woche für die Klubmitglieder ermäßigten Trainerstunden. Sein Trainer ist das Faktotum des Tennisklubs. Hubert Geritzer, Mitte 60, ein Mann, den jeder hier kennt und ausnützt, von dem aber kaum jemand etwas weiß. Geritzer ist seit der Gründung des Klubs im Frühjahr 1969 dabei, ist Platzwart, Tennislehrer, Kantineur, Mädchen für alles. In der Klubbaracke hat er ein Zimmer, in dem er, zumindest im Sommer, die Nächte verbringt. Geritzer ist beim Tennis zwangsläufig Linkshänder. Den drei mittleren Fingern seiner rechten Hand fehlen die beiden unteren Glieder. Gelegentlich macht er seine angebliche Vergangenheit als Pyrotechniker beim Film dafür verantwortlich. Nicht nur auf den ersten Blick ist Geritzer eine auffällige Person. Unter besonderen Kennzeichen könnte eine Liste in seinem Pass geheftet werden. Wimpernlose Lieder, eine Narbe, die vom linken Mundwinkel zum Kinn führt, getönte Haare, tätowierte Oberarme. Bei den Meisterschaftsfeiern spielt Geritzer manchmal Mundharmonika. Eigentlich hätte Kottern, wie meistens, nach 30 Minuten genug, aber Geritzer zieht die 50 Minuten durch, kommt dabei nicht einmal in Schwitzen. Beim Einsammeln der Bälle lobt Geritzer Kotterns unübersehbare Fortschritte. Kottern hat wieder einmal Blasen auf der Handfläche. Zuerst erholt er sich auf der Toilette, wo er die gedruckten Witze auf dem Klubabier studiert. Jeder Witz kommt insgesamt elfmal vor. Dann geht Kottern unter die Dusche. Geritzer sitzt in seiner Pause am Bespannungsgerät und hat seine offenbar unvermeidliche Filzmütze auf dem Kopf. Er trinkt Dosenbier aus dem Propangas-Kühlschrank, Kottern zwei Becher Puerto Rico-Kaffee, den Geritzer jedes Jahr aus Lignano mitbringt. Die blaue dänische Bierdose hat Kottern schon. Im letzten Jahr ist seine private Bierdosensammlung auf etwa 420 Stück angewachsen. Geritzer ist ein Mann, der von allem etwas mehr als nur eine Ahnung hat. Mit ihm kann man reden, aber kaum sprechen. Und der heutige Monolog kreist um Behörden und Regierung. Behörden machen nur Schwierigkeiten, erklärt Geritzer. Und die Regierung gibt's möglicherweise gar nicht. Ich hab in den letzten Wochen mehrmals versucht, den Bundeskanzler zu sehen. Vergeblich. Ich hab mich beim Ballhausplatz und beim Parlament auf die Lauer gelegt, aber er ist nie gekommen. Den anderen ist dasselbe. In einem Kaffeehaus der Innenstadt spielt der Sozialminister regelmäßig der Rock. Hat's gehassen. Ich hab dort vier Flaschen Bier, drei große Schwarze, drei Mineralwasser getrunken und einen unterkühlten Spezialtoast verspeist. Zu Gesicht bekommen hab ich den Minister nicht. Sie sind doch Regierungsangestellter. Haben Sie die Regierung schon einmal gesehen? Nein, gibt Kottern zu. Sehen Sie, sagt Geritzer. Bei meiner Angelobung hab ich dem Bürgermeister im Rothaus die Hand gedrückt. Und ich gelobe gesagt. Den Bürgermeister gibt es. Die ganze Regierung ist nur ein Gerücht, vermutet Geritzer. Eine Medienschöpfung. Die Bilder in den Zeitungen beweisen nix. Ich bin nicht einmal sicher, ob es Abgeordnete gibt. Wozu hat man denn eine Regierung, wenn sie sich nicht zägt? Eigentlich sollte sich eine Regierung nur zägen und sonst gar nix machen. Was Kottern nicht weiß, nicht wissen kann. Geritzers gespielte Aufregung ist einer Novelle von Maupassant entlehnt. Um 8.30 Uhr verlässt Kottern den Platz über den Kiesweg. Geritzer fixiert bereits sein nächstes Opfer. Albert Ingerle, einen fetten Taxiunternehmer, der schon beim Umziehen keucht. Kottern friert einigermaßen auf der Straßenbahninsel, wo er nur ein dünnes Windjäckchen anhat. Er will hinter die Plakatwand flüchten, die beiderseits für unwiderständliches Katzenfutter wirbt, als in ein lautes Hupen aufschreckt. Es ist Pilg, der Leiter des Morddezernats in einem großen, laut Werksangabe Sahara-Braunen-Püschot. Kottern darf zusteigen, wird zum Sicherheitsbüro mitgenommen. Er weiß genau, dass Pilgsweg hier bestimmt nicht vorbeiführt, überlegt, wovor der zweite Monolog, da jetzt anscheinend an ihn gerichtet werden soll, handeln könnte. Schön, dass Sie Sport betreiben, eröffnet Pilg harmlos, mit einem beiläufigen Blick auf Kotterns Nylontaschen. Den Tennisschläger lässt Kottern immer im Club. Ich komme ja auch gerade vom Rad fahren. Aha, wo ist denn das Rad? Unterbricht in Kottern. Fünf Kilometer auf dem Heimrad im Wohnzimmer, allerdings in der Leerlaufstellung. Zu einem gesunden Geist gehört ein gesunder Körper. Mens, Sahne, Cooporesanso, ergänzt Kottern. Pilg, wie stets in einem knappen, grauen Anzug und mit obligatem, schwarzen Maschern statt der Krawatte, will ich gleich zur Sache kommen. Ergönnt sich einen Juicy Fruit Kaugummi. Schützt Stadt und Natur, steht auf der Rückseite der gelben Schleife und nach Kaugenuss in Alufolie einwickeln. Kottern muss Schleife und Folie inzwischen halten. Sie sahen nicht vorbeikommen, um mir am Vorschein einsporen zu helfen, sagt Kottern. Was ist denn los? Ich bin endgültig Hofrat geworden, verkündet Pilg feierlich. Er verlangsamt das Tempo, um Kotterns Reaktion beobachten zu können. Aha, sah heute das Erscheinung und interessiert mich nicht, sagt Kottern und fixiert ein winziges Loch in der Verbundschleife. Es werden sie gleich interessieren. Möglicherweise ist diese Veränderung nur die Ouvertüre für eine weitere Veränderung. Wo, sie geht in Pension? Kottern blickt den Beznatsleiter freundlich an. Pilg lächelt zurück. Keine falschen Hoffnungen. Ich wechsle nicht in den Ruhestand. Ich wechsle nach oben. Kottern schüttelt den Kopf. Eine Beförderung Pilgs könnte nur eines bedeuten. Polizeipräsident. Einen Augenblick findet Kottern den Gedanken amüsant. Dann nur mehr absurd. Pilg ist nicht unbedingt unfähig oder untüchtig, aber eine jeden Kriminalbeamten vertraute Karikatur. Seine diversen Marotten werden der Öffentlichkeit verheimlicht und in den Zeitungen höchstens angedeutet. Was halten Sie davon, will ich Pilg wissen. Der Wahnsinn bei uns ist, dass alles wahr wird. Stellen Sie meine Qualifikation in Frage? Nicht zur Diskussion. Außerdem, was geht es mir an? Vielleicht ändern Sie sich mit mir mit. Ich bin vorläufig suspendiert und dilettiere inzwischen in der Beratungsstöfe Einbruch. Ein Gegeneinbruch verbessert Pilg. Die Suspendierung ist aufgehoben von mir persönlich. Sie können wieder drauflos ermitteln. Lieb von Ihnen. Wollen Sie mich beneidigen? Nur demütigen. Ich gebe Ihnen einen Rat, Kottern. Bewerben Sie sich als Dezernatsleiter. Ich werde die Bewerbung unterstützen. Und Sie wissen ja, was das heißt. Noch der Methode, einen Gegner befördern, um sein Schweigen zu erholten? Nein. Pilg setzt ein übertrieben entrüstendes Gesicht auf. Weil Sie neben mir der Beste im Dezernat sind. Aha. Will ich mich nicht bewerbe? So verrückt können Sie doch nicht sein. Es ist eine Genegenheit für Sie. Bei der Partei, höre ich, sind Sie auch. Noch nicht lang. Lang genug. Und Ihre Gruppe hat Erfolg. Nachweislich Erfolg. Im Übrigen haben Sie kaum Konkurrenz. Der Peschener vom Raubdezernat ist bei einer Parkwanderung tödlich verunglückt. Aha. Und der Schweizkoller vom Betrug? Können Sie vergessen. Er wäre gestern fast an einem Schmalzbrot erstickt. Ein Schlaganfall war die Folge. Der fällt für ein paar Monate oder überhaupt aus. Der Schremser wird sich bestimmt bewerben, hat aber körperlich gesehen nicht die besten Aussichten. Und wenn ich mich nicht bewerben will, an einem Tag des persönlichen Triumphs werden Sie mich nicht wütend machen. Bei Pilg gelassen. Gleich darauf landet Pilg ohne Überleitung bei seiner Lieblingsflosteln. Wer sitzen doch alle in einem Boot? Mit diesem Aufruf zur Kooperation kann er bei Kotter nur einen gelangweilten Blick ernten. Ein Boot, in dem alle sitzen, geht sowieso unter. Pilg muss scharf abbremsen, weil eine ältere Frau mit Einkaufsnetz plötzlich hinter einem in zweiter Spur parkenden Lastwagen mit Plane hervortritt. Auf den Straßenbahnschienen kommt der Peugeot ins Rutschen, stellt sich quer. Der Dezernalsleiter hat seinen Kaugummi verschluckt. Die Frau hat die Straße überquert und läuft auf dem Gehsteig davon. Bevor Pilg weiterfährt, öffnet er das elektrische Seitenfenster und wirft die Schleife und die Folie auf die Fahrbahn. Um 8.50 Uhr lenkt Pilg den Wagen an dem salutierenden Uniformpolizisten vorbei in den Hof des Sicherheitsbüros, hält genau im eingezeichneten Parkfeld. Auch der uniformierte Polizist im Hintergrund salutiert. Kotter nickt dem jungen Beamten nur zu, während er dem Präsidenten die seit Monaten quietschende Tür aufhält. Wieder einmal fällt ihm auf. Uniformen machen aus allen Gesichtern Ziegelgesichter. Im Pater Noster erklärt Pilg, dass die Suspendierung zwar aufgehoben ist, das Suspendierungsverfahren an sich aber nicht gestoppt wird. Eine andere Vorgangsweise des Dezernalsleiters hätte Kottern auch gewundert. Im zweiten Stock springt Kottern ab. Auf dem Weg zu seinem Büro versucht er sich ans heutige Horoskop zu erinnern. Das Schild neben der Tür ist etwas verändert. A.B. Kottern Leitung Morddezernat ist mit Leukoplast überklebt. Vermutlich eine Schrammel-Aktion. Das Wort Major hat Kottern schon vor seiner Suspendierung entfernt. Direkt neben dem Schild steht der neue Getränkeautomat, der schwarzen Kaffee, Milchkaffee, Tee und Zitronensaft für immer noch 5 Schilling in einen durchsichtigen Papierbecher füllt. Sie misstrauen Fernschulen? Vielleicht bisher zu Recht. Jetzt ist OKS, Dr. Münchinger, die Adresse für wirkungsvollen und risikolosen Fernunterricht. Unser Angebot ist umfassend. Sprachen für Anfänger und Fortgeschrittene, Sprachen im Beruf, Buchhaltung, kaufmännische Ausbildung, Werbegrafik, Computertechnik, Programmierung, allgemeine Matura, Handelsschule, Handelsakademie. Oder wollen Sie Schriftsteller werden? Fordern Sie unsere Broschüren an. Natürlich ist alles kostenlos und absolut unverbindlich. Schreiben Sie uns gleich. Ich möchte kostenlos und unverbindlich informiert werden an OKS, Dr. Münchingen, Postfach 111, 1135 Wien. Oder schicken Sie einfach den Gutschein ein. Josef Beranek, 54 Jahre, Kriminalbeamter, Betrugsdezernat. In 15 Jahren habe ich mit dem Kottern vielleicht zehnmal zusammengearbeitet. Man kommt mit ihm aus. Privat halte ich ihn eigentlich für arrogant und überheblich. Aber möglicherweise ist er nur in Gedanken versunken oder überhaupt kurzsichtig, wenn er nicht grüßt. Witze erzählt er nie, aber seine Zynismen würde ich den ganzen Tag hören wollen. Zum Schrammel hat er einmal gesagt, dass er den Kassettenrekorder nicht zum Verhör mitnehmen soll, weil da die Ohrfeigen dann auch drauf sind. Der Satz, in vier Silvester-Polizeiepidemie nicht einmal Eigensicherung gelernt, geht er auch auf ihn zurück. Und im Jerapeck vom Raub hat er beim Polizeiball 82 die Freundin ausgespannt. Karl Honemann, 37 Jahre, liegt wie jeden Tag auf dem Zweiersofa als Softleder, blickt abwechselnd auf sein Videoprogramm und auf den Monitor, der über die Ereignisse im Nebenzimmer informiert. Der Videostreifen ist angeblich über den Tag nach dem Tag danach. Der Mann, der Verena gerade beschäftigt, ist vor 20 Minuten gekommen, hat lang herumgeredet und sich Vorschläge machen lassen. Dann hat er sich für einen Doppelservice entschieden und zwei blaue, wie verlangt, vorher auf den Tisch gelegt. Es läutet. Honemann geht ins Vorzimmer öffnen, weil es nur Gervrit Szabo, Proklarist der Agentur Knapp ist, der die Monatsanzeigegebühr im Bar abholen will. Szabo schaut ein paar Sekunden verlegen auf den Monitor, wird gleich rot und zieht nach dem Inkasso schnell wieder ab. Und die Agentur verdient mit den Hostesseninseraten seit Jahren ganz gut. Der Typ nebenan ist endlich das erste Mal soweit, was Verena mit einem erleichterten, aber spöttischen Seufzen bestätigt. Der Mann holt eine Schachtel Memphis Light aus einer Jacke, bietet Verenas Leskowar erfolglos eine Zigarette an und will ein Gespräch anfangen. Verena unterbricht ihn, gibt ihm ein dänisches Pornoheft und verlässt das Zimmer. Im Vorraum empfängt sie in einer weißen Frohde-Jacke schon den nächsten Kunden, einen Türken, der im Abschillraum bei rotem Licht und Modern-Talking-Klängen abwarten muss. Honemann stoppt den Videofilm, als Verena in sein Zimmer kommt. Spannend? fragt sie. Nein. Ist es ein anderer Programm besser? Sie zeigt auf dem Bildschirm, der den lustlos im Magazin blätternden Mann nebenan zeigt. Na, du behandelst alles so, dass sie bestimmt nicht wiederkommen. Und? Stammkundschaft ist wichtig, verkündet Honemann. Verena setzt einen ihrer verächtlichen Blicke ein. Slibowitz ist wichtig, geh rüber und zeig ihm ein paar deiner Kurten-Kunststücke. Wollt denn bestehend belohne? Verena Leskova nimmt eine unetikettierte Flasche mit gelbem Slibowitz aus dem kleinen Tischkühlschrank, schraubt sie auf, macht ein paar Schlucke aus der Flasche. Die Vorwürfe und Belehrungen Honemanns sind täglich fast wortwörtlich gleich. Wirst du auch einen Schluck? Honemann verneint mit dem Kopf. Deinen Besuch kannst du was mitbringen. Damit er noch länger braucht? Ein paar Schweißtropfen des Mannes sind vorher auf ihrem Gesicht gelandet. Das hasst Verena besonders. Der Mann hat das dänische Heft inzwischen weggelegt, ist von der Couch aufgestanden und mustert die Goldfischkugel auf einem Tischchen, die mit mindestens 100 Präservativen gefüllt ist. Verena nimmt die beiden tausend Schilling-Scheine aus der Jackentasche und legt sie auf den Kühlschrank. Sie fährt Honemann durch die braunen Haare, bevor sie das Zimmer verlässt. Das hasst Honemann besonders. Er starrt ein paar Sekunden auf die eben geschlossene Tür, die mit einer Van Gogh-Tapete beklebt ist. Verenas Zukunft hat er längst geplant. Ein paar Wochen will er sich das hier noch anschauen, dann Verena in die Praterauen versetzen. Für die Lkw-Fahrer dort reicht es wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Für die Wohnung hier hat er eine 24-jährige Rothaarige, die ihm ab 15. Mai zusteht. Und die Ablöse hat er schon bezahlt. Verena, nimmt er an, ahnt nichts von seinen Plänen. Aber mit 34 findet Honemann, dass es höchste Zeit, nur mehr in der Nacht aufzutreten. Der Mann, der das Magazin artig zurückgegeben hat, will jetzt, dass sich Verena auf ihn setzt. »Na du, dann kann ich im Fitnessclub«, sagt Verena und legt sich wie vorher hin. »Dob ist der Verführer«. Dieses Mal müht sich der Mann 20 Minuten ab, schwitzt noch mehr, während Verena regungslos und lautlos darliegt. »Dabei würden ein paar falsche Stöhner die Sache sicher beschleunigen«, glaubt Honemann. Schließlich zieht sich der Mann eilig und wortlos an. Verena, schon wieder in ihrer weißen Jacke, geht mit ihm zur Eingangstür. Sie weiß, dass er seinen Tausendern nachtrauert. Fast ein kleiner Sieg. Sie holt den Türken aus dem Gefängnis und schiebt ihn ins Zimmer. Drinnen ratscht sie ihr Angebot herunter. »Armö kostet 800 Schilling, Französisch kostet auch 800 Schilling, beierst zusammen 1200 und alles mit Schutz. Schutz!« Verena zeigt auf das gefüllte Goldfischglas. »Warum Plastik?«, meint der Türke enttäuscht. Während Kotterns Abwesenheit hat sich Schraml auf Kotterns Schreibtisch bequem eingerichtet, wie der Major an ein paar eingetrockneten Rotzresten an der Schreibtischunterkante feststellen kann. Los ist heute gar nichts. Schraml sitzt bei seinen Protokollen im Nebenzimmer. Neuerdings beschäftigt er sich auch mit Schachbüchern, weil er in der Polizeimeisterschaft gegen Kottern glatt verloren hat. Um elf muss er zum Lungenröntgen in dem mobilen Untersuchungsbus im Hof. Schraml macht sich wegen der angeordneten Untersuchung Hoffnung, im Beförderungsspiel nicht übergangen zu werden. Schremser verhört seit zwei Stunden im Alleingang einen 60-jährigen Schuhverkäufer, der seine Frau mit einem Küchenmesser umgebracht hat. Jetzt heult der Täter und in der Zelle schreit er angeblich nach seiner Frau. Kottern, der nur beobachtet, weiß, der Mann passt in die Statistik des Morddezernats vom Vorjahr. Eifersuchtsmorde haben wir meistens dominiert. Die Statistik hat Pilch erst letzten Freitag auf einer Pressekonferenz als persönliche Erfolgsbilanz präsentiert. 37 Morde, 35 komplett aufgeklärt von Kotterns Gruppe und der Gruppe von Johann Opferkuh, der Miener amtlich auf Dursani umbenannt wurde. Im Laufe des Jahres wird Dursani sich das Y-Lohn auch noch abzwicken lassen. Zwölf der geklärten Morde waren Eifersuchtssachen. Die Täter, zehn Männer, zwei Frauen. Alle Eifersuchtsmorde wurden mit Messern verübt, in Wien sozusagen seit Jahrzehnten die beliebteste Tatwaffe. Kottern kommen alle Fälle ähnlich vor. Ein ewiges Wühlen in kleinen Geschichten und hoffnungslosen Biografien. Sehr gern würde er einmal ein richtiges, cooles Arschloch verhaften. Die großen Pläne haben im Vorjahr überhaupt gefehlt. Die Ermittlungen waren in fast allen Fällen nur routinemäßig zur Motivabklärung notwendig. Drei Täter haben die Polizei sogar selbst verständigt. Einer hat neben der Leiche mit einem schriftlichen Geständnis gewartet. In Erinnerung sind Kottern vor allem drei Fälle. Zwei Großmütter haben fast zur gleichen Zeit ihre Enkelkinder, die nach Ferienaufenthalten zu den Eltern zurückkehren sollten, in den Tod mitgenommen. Eine türkische Großfamilie hatte ihre 16-jährige Tochter zum Tod verurteilt, nachdem sie von einem Arbeitskollegen des Vaters vergewaltigt worden war und den herbeigeschafften Ehemann nicht akzeptieren wollte. Im Gegenteil, sie ist zu einem 22-jährigen Wiener gezogen. Ihre Brüder haben sie erwürgt und erschossen. Das Verhör wird durch ein undefiniertes Geräusch gestört. Was war das? fragt der Schuhverkäufer. Magenknurren, erklärt Schremser und lässt den Mann aus dem Büro bringen. Dann nimmt er einen Gabelbissen und eine Schinkenrolle in Angriff. Schremser ist im Sicherheitsbüro als Fresser berüchtigt, aber im Café duldet er nur Candisin. Um 15.30 Uhr taucht Pilch auf, gibt ein paar leere Anweisungen, bevor er erklärt, einen Ghostwriter beauftragt zu haben, seine Biografie abzufassen. Ein Präsident und in Memoiren ist kein Präsident, behauptet er und begibt sich auf den Gang. Oama Kernot bedauert Kottern, den anonymen Autor. Wo schreibt der, ob es hätte zwei? Nur das hätte ich nicht gesagt, sagt Schremser. Ja, warum nicht? Und der Geznazleiter steckt seinen Kopf noch einmal zur Tür herein. Ich könnte es hören! Sie möchten zu denen gehören, die man liest, die man schätzt und anerkennt, die man diskutiert? Sie wollen Schreiben als Hobby betreiben? Sie wollen nebenbei etwas verdienen oder sogar hauptberuflich als Autor tätig sein? Sie haben eine gute Wahl getroffen. Bei uns und mit uns lernen Sie Kunst des Schreibens verlässlich und schnell. Und vor allem, Sie lernen daheim, in Ihrer Freizeit. Wir versprechen Ihnen jetzt schon, Schreiben lohnt sich. Wenn Sie noch immer skeptisch sind, ob Sie es versuchen sollen, machen Sie mit bei unserem Test- und Wettbewerb. Schreiben Sie uns Ihren persönlichen Kurzkremi. Die besten Einsendungen werden mit einem gratis Schreibkurs belohnt. Vielleicht sind Sie talentierter als Sie vermuten. Vertrauen Sie uns, die OKS Dr. München-Ausbildung ist erfolgreich und anerkannt. Erkannt. Sozusagen todsicher. Wieder laufe ich durch die Stadt. Glotze in Innenstadt-Lokale, die unverhüllte Fenster wie Auslagen haben. Bin hungrig. Wonach? Und weiß nicht, was mich durch die Stadt treibt. Der Fahrer eines abgestellten Diesel-Mercedes frisiert sich mit einem kleinen Kamm und betrachtet das Ergebnis im Rückspiegel. Dann zeigt er sich selber die Zunge. Er schrickt fast. Die Zunge schaut sogar von meinem Beobachtungsposten gelb aus. Die Straßen und Gesichter sind feucht. Aus dem Casino kommen drei Männer und machen Gesichter, als ob sie was gewonnen hätten. Die Zeitungsverkäufer sind froh, dass sie nicht mehr in den Stiefeln herumstehen müssen. Von einer U-Bahn-Telefonzelle telefoniere ich mit Erika. Ihr würdet nicht hören, sagt sie. Ihr würdet hier haben. Ich hob nur ein Schilling, sag ich. Am Montag ruf ich wieder an. In einem Café bei der Oper rede ich mit einem Werbetexter über Zahnpasta-Reklame. Man sollte einen Vampir engagieren, sag ich. Der versteht was von Szenen. Auf den Kacheln der Klowand steht in Blockbuchstaben. Und auf der Tür zur Küche hängt immer noch die Notiz fürs Personal. Kommen sie von der Toilette? Haben sie sich auch die Hände gewaschen? Beim Würstelstand bei der Friedensbrücke brauche ich nicht zu bestellen. Der Besitzer des Standes, Gottfried Beneschek, weiß, was ich will und stellt mir automatisch eine kleine Flasche Bier hin. Neben mir verzehrt ein vielleicht 20-Jähriger mit geschwärzten Haaren Leberkässtücke. Sauerer Bierdunst weht von ihm her. Ich rülpse nach dem ersten Schluck zurück. Er verzieht die Stirn. Hören kann er mich nicht, weil er Kopfhörer in Ohrenschützergröße aufhat und Ende Arminau hört. Beneschek kenne ich, seit er den Würstelstand vor Jahren übernommen hat. Er ist nicht ganz 60, ein übergewichtiger Spinnerl, die ideale Besetzung für Nero Wolf. Im Würstelstand sitzen seine 130 Kilo auf einem Fahrbahnhocker. Verlassen kam Beneschek den Stand nur seitlich und mit eingezogenem Bauch. Er dirigiert mich in sein Hinterzimmer. Er hat dem Wagen zwei Sitzgelegenheiten, auf die er nur Stammkunden, Freunde und Finanzbeamte lässt. Einer der gepflegten Ledersessel ist von Verena Leskova besetzt. Sie grinst mich an, als ich eintrete. 1978 habe ich sie zum letzten Mal verhaftet, wegen Hehlerei und Geheimpostintuition. Ich erkenne sie sofort wieder. Sie mich auch. Na, du hast freundet bei der Polizei, sagt sie zu Beneschek. Warum nicht? Beneschek interessiert sich nicht dafür, woher ich Verena kenne. Er erklärt uns seine neueste Kreation. Nürnberger. Damit meint er nur Original-Debritziner in Baguette versteckt, mit Ketchup und Mayonnaise. Er kommt jede Woche mit einer neuen Spezialität heraus. Tatsache ist, dass das Marktamt gelegentlich seine Schöpfung konfisziert. Die kommen mit dem Verbieten gar nicht noch, lacht Beneschek. Mir verdienen wir rechtzeitig was ein. Angeblich lässt er sich seine undelikanten Erfindungen auch patentieren. Ich muss, obwohl ich nicht will, einen halben Nürnberger als Geschenk annehmen. Die andere Hälfte bekommt Verena, die auch kein begeistertes Gesicht macht. Vor ein paar Jahren habe ich sie ganz aus den Augen verloren, bin aber sicher, dass sie in irgendeiner Bar oder Wohnung noch aktiv ist. Sie muss mittlerweile Mitte 30 sein. Erst hat sie graue Streifen, im brünetten Haar, wirkt unauffällig, nett. Dabei war ihr Mundwerk berüchtigt. Schon der erste Nürnberger Biss endet mit einem Unfall. Ketchup spritzt auf Verenas Jacke. Ich sage Entschuldigung und versuche mit der Serviette die Spuren zu beseitigen. Keine gewohnte Tätigkeit für einen Kriminalbeamten nach Feierabend. Ich lade sie ein, sage ich, auf ein Bier. Von mir aus, sagt sie, auf ein Tee mit Rum. Ich habe kein Tee, protestiert Beneschek. Wir gehen in die Konditorei, bestimmt Verena, steht auf und zieht mich aus dem Wagen. Zu Beneschek, der schmale, misstrauische Augen macht, sagt sie, ich komme dann wieder. Zwei Männer im Chip. Die Verena rentet da unkontrolliert herum. Na und, sie hat frei. Na sehr reicht schon der Kavalier nicht aus. Der Kotan vom Mord ist das. Ich kenne ihn. Was hältst du denn von der Geschäftsstörung? Kein Problem. Der ist oft in der Gegend. Wenn ihm die Verena was erzählt. Ja, was denn? Was weiß ich schon. Der Kotan hat sich doch vor Jahren verhofftet. Er ist niemand zuständig. Was interessiert ihn dann? Eine kostenlose Nummer? Mir egal. Mit der Sandigen kannst du sowieso nur mehr im Benzinistenheim ein Stich machen. Der Hane verkauft sich ja niemand als Schulmädchen. Aber als Ex-Votermodell. Er sollte reden mit dir. Warum? Warum nicht? Sag ich dir noch. Die Kaffee-Konditorei im litierten Kunststoffstil des Eröffnungsjahres 1958 heißt Alibaba. Die 40 Räuber und Barber selber sind gerade unterwegs. Außer dem Serviermädchen ist nur ein anscheinend Obdachloser da, der lüstende Blicke auf die nicht ganz frischen, aber gut beleuchteten Milchspeisen wirft. Verena steuert auf einem Fensterplatz zu. Zwei Däme drum, sagt sie zum Serviermädchen. Eine Kaugummi-kauende Blondine. Für mich auch, ergänzt Kottern. Waren wir nicht schon per du? Sagt Verena. Kaum. Die Bullen sind mit mir immer gleich per du. Na ich nicht, behauptet Kottern. Und Bullen ist gebührenpflichtig. Mit mindestens 20 Mark, ich weiß, allerdings in München. Der Tee ist heiß, aber hell. Dafür ist ausreichend Rum drinnen. Manche Männer, findet Verena, holt man nur mit Alkohol aus. Gleich verbessert sie sich. Eigentlich alle. Warum übernachtest du dann heut beim Wirstelpennischeck? Du weißt es? Verena ist wirklich überrascht. Du hast seine Schlesel voll mitgenommen. Stimmt. Ich mag ihn, obwohl er einen Vogel hat. Der zahlt und will eigentlich nichts. Na schön, meint Kottern. Junge Männer mag er nicht? Junge schon, spottet sie. Und die ganze Nacht bleibe ich ja nicht. Verena wendet sich bereits dem zweiten Tee zu. Und das Seviermädchen, der rät auf der Suche nach Andi Borg an einem kleinen Radio herum. Wie bist denn du zu dem Beneschick, Hummer? Ja, wer ins Rat in der Zeitung kommt. Arme Maus sucht großzügigen Mäuserich? Ja, so ähnlich. Wird das ein Verhör? Na, der Beneschick war der Einzige, der geantwortet hat? Na, bestimmt nicht. Die Seviererin bekämpft die Verdässe mit einer Kardinalschnitte. Kottern berührt Verenas Hand auf der bleichen Tischplatte. Willst du mal predigt heute? Na, verspricht Kottern. Dich verlieben? Auch nicht. Ein paar Monate war Kottern mit Elvira Markel, einer Berufskollegin Verenas, näher bekannt. Er überlegt, ob er sie nach Elvira fragen soll, entschließt sich zu schweigen und zieht die Hand zurück. Richtigstellung. Unwahr ist, dass Angehörige der österreichischen Exekutive einem flüchtigen Verdächtigen unbedingt in die Beine zu schießen haben. Wahr ist, dass dieser Vorgang unterbleiben kann, wenn der Verdächtige bereits in den Kopf getroffen wurde. Ganggespräch Pilch Ich verwarne Ihnen! Schremser Ich danke Sie! Der unbeleuchtete Jaguar steht vor der Tabaktrafik und die Türen sind nicht verriegelt. Zwanzig vor zwölf sind Schritte von der Staudinger Gasse herzuhören. Die raschen Schritte hallen wie in einem Gangsterfilm, findet Christian Strohbeck, der gestern den Tatort ausgesucht hat. Jetzt wartet er hinter einem Baumstamm ab, hat eine kalte Zigarette im Mund. Der Komplize kauert neben der Mülltonne. Erich Zugregel ist noch keine Zwanzig, gilt aber bei Strohbeck und dem anderen Verein als absolut zuverlässig. Das Opfer ist, wie erwartet, pünktlich. Strohbeck tritt rechtzeitig hinter dem Baum hervor, geht dem Opfer entgegen, bittet um Feuer. In diesem Moment ist Zugregel schon hinter dem Mann, reißt ihm die Arme nach hinten. Strohbeck sticht zweimal zu, dann übergibt der Zugregel das Messer. Der Komplize kommt einmal dran. Der Mann klatscht wortlos auf das Trottoir. Zugregel versetzt ihm mehrere heftige Tritte, trampelt ihm auf die Arme und Beine. Strohbeck beugt sich hinunter und schlägt mit der rechten Faust ins Gesicht des längst wehrlosen Mannes. Fertig, zert Strohbeck und geht über die Fahrbahn zum Auto. Zugregel ertappt sich dabei, wie er unwillkürlich das Springmesser über die Parkmauer werfen will. Das Messer ist laut Plan unbedingt zurückzubringen. Eine Viertelstunde vor Mitternacht ist der Jaguar schon im 9. Bezirk Richtung Gürtel unterwegs. Strohbeck pfeift zufrieden. Die Angelegenheit ist seiner Meinung nach problemlos abgelaufen. Der Mann auf dem Asphalt ist noch nicht tot. Er weiß, dass er in den nächsten Minuten sterben wird. Er weiß nicht, warum man ihm aufgelauert hat. Nichts ist ihm geraubt worden. Er hat keine Kraft, kann sich nicht bewegen. Den Kopf dreht er nach links, weil er Blut in der Nase hat. Als er das erwartete Narkosegefühl spürt, macht er mit der linken Hand eine Faust. Mit der anderen Hand kann er keine Faust machen. Da fehlen ihm die drei Mittelfinger. Ferdinand Merkert, 51 Jahre, Internist, Oberarzt. Nach dem Nachtfilm und den Schlussnachrichten habe ich meine übliche Runde mit dem Hund machen wollen. Eigentlich hat den Toten der Hund gefunden. Der Luchs hat mich über die Straße gezerrt. Um Punkt halb zwei habe ich von meiner Wohnung aus die Polizei alarmiert. Dass man die Rettung nicht mehr verständigen muss, habe ich natürlich gleich gesagt. Cottern ist um Mitternacht daheim. Verena hatte persönlich wieder bei Bajoneks Würstelstand abgeliefert. Die Tür zu Ilse Cotterns Schlafzimmer ist zu. Ein sicheres Indiz dafür, dass sie keinesfalls geweckt werden will. Cottern zieht sich im Badezimmer aus und geht in sein Zimmer. Im Bett blätterte er noch zuerst in seinem Bieralbum. Ein liniertes Heft, in dem alle von ihm jemals gekosteten Biere mit Sternchen bewertet. Das Bewerbungsschema hatte sich bei dem Filmkritiker abgeschaut. Schrammel hat einmal vorgeschlagen, Frauenbekanntschaften genauso mit Sternchen zu bewerten. Ausgezeichnet. Sehr gut. Gut. Erträglich. Abzulehnen. Schrammel hat die Idee nie selbst umsetzen können. Weil er es trotz seines Alters nur auf drei Freundinnen gebracht hat. Die letzte ist ihm 1978 davongerannt, hat einen Rechtsanwalt geheiratet und sitzt bei nationalen Feiern in den vorderen Rhein. Nach einem Blick auf das morgige Bio-Wetter nimmt sich Cottern einen Mike-Hammer-Roman vor, den ihm Schrammel empfohlen und aufgedrängt hat. Schrammel bewundert Hammer. Cottern hasst ihn, liest sich aber doch fest. Hammer schießt und drängt sich durchs New York der McCarthy-Zeit. Alle sind korrupt, kommunistisch oder wenigstens geschlechtskrank. Beim Satz, es ist plötzlich, als gehöre man zur gewinnenden Mannschaft, läutet das Telefon. Cottern klappt das Taschenbuch zu, um es nie wieder zu öffnen. Am Telefon ist Schrammel mit einer Mordverständigung. Der Tote ist mit braunen Papppapierbögen zugedeckt. Schremser, Schrammel und drei Leute vom EKF, Büro für Erkennungsdienst, Kriminaltechnik und Fahndung, sind schon da, als Cottern mit seinem gelben Skoda eintrifft. Wir haben keinen Ausweis gefunden, berichtet Schrammel. Fotografiert ist er eh schon. Wö ist der Mann schon? fragt Schremser im unvermeidlichen kurzen Lodenmantel. Nicht notwendig, sagt Cottern. Ich kenn den Toten. Schrammel grinst verständnislos. Cottern hat die rechte Hand des Toten entdeckt, die vom Papier nicht bedeckt ist. Der Mann heißt Hubert Geritzer. Er wohnt in der Nähe. Er freut von dir? vermutet Schremser. Tennislehrer, sagt Cottern. Karl Imhoff, ein Beamter des Erkennungsdienstes, nähert sich mit einem Notizblock. Einen kurzen Kampf hat es hier gegeben. Wahrscheinlich ist er Tote in einer Rauferei mit zwei oder drei Betrunkenern geraten. Die Tatwaffen sind nicht auffindbar. Da auch nicht. Cottern zeigt auf die Mülltonnen. Da auch nicht. Als etwas Zwölfjähriger hat Cottern einmal ein Raudekracher in einer der Tonnen hier geworfen und gewartet, was passiert. Es hat einen dumpfen Knall gegeben. Der Deckel ist aufgeflogen und war im nächsten Moment wieder zu. Das mit der Rauferei können sie vergessen, sagt Cottern. Das Gasthaus Fuhrmann hat Ruhetag und weit und breit kein anderes Lokal. Wir sollten wissen, dass der Geritzer ausgerechnet hier vorbeikommt, überlegt Schremser und zieht mit der rechten Krücke einen Strich in die Luft. Bei Geritzer hat jeden Donnerstag einen Besuch gemacht, sagt Cottern. Wo? Na, hier in der Gossen. Haus 4, erster Stock, Tür 11. Bei der Frau, laufe Schrammels Vermutung. Ja, sagt Cottern. Ich geh dann hin. Hab ich mir gedacht, sagt Schrammel, dem aus seinem rechten Hosenbein ein Stück Pyjama ragt. Er macht eine abfällige Handbewegung. Er muss die schlechte Nachricht ja überbringen, aber meinetwegen gehst eben du hin. Schrammel entfernt sich. Schremser holt Cottern zurück und der schon wieder in seinem Skoda steigen will. Weißt du auch, wo er gewohnt hat? Auf dem Sportplatz. Vielleicht Totschlag, hofft die Znazleiter Pilch. Es ist 10 Uhr vormittags, Freitag. Und das Läuten des Telefons der Nacht hat Pilch nicht gehört, weil er nach einem Zombie-Film eine Schlaftablette genommen hat. Pilchs Hoffnung wird vom Bericht der Polizeiärztin umgehend durchkreuzt. Alle vier Stiche sind aufgelistet und die Verletzungen durch Schläge und Dritte. Pilch bankt von Anfang an um seine Erfolgsstatistik. Ein Fall ohne Anhaltspunkte, das Opfer ein Kauz, kein Motiv in Sicht. Was könnten wir tun? jammert Pilch. Sie ist an der Chef, erklärt Schremser. Schrammel kommt direkt vom EKF. Aus der Brieftasche des Toten fehlt anscheinend nichts, keucht Schrammel, der gelaufen ist. Aber zwei verschiedene Fingerabdrücke haben wir. Von wem? brummt Pilch. Kottern schaut kurz auf die Unterlagen vom Erkennungsdienst. Von Geritzer und... Schrammel, verkündet Kottern. Schrammels Fingerabdrücke sind die einzigen, die Kottern auf Anhieb erkennt. Sie tauchen immer wieder in Fällen auf, weil Schrammel oft voreilig zugreift. Schrammel hat beim Überbringen der Todesnachricht der letzten Nacht eine Überraschung erlebt. An der von Kottern angegebene Adresse wohnt Hertha Barton, eine 82-jährige Tante, die Geritzer einmal in der Woche besucht hat. Der Liternatsleiter entscheidet, dass er selbst, Schrammel und eine EKF-Gruppe die Wohnung Geritzers durchsuchen und Leute im Wohnhaus befragen. Kottern und Schrammelser werden zum Sportplatz beordert. Kottern hat nicht die Absicht, den Befehl Pilch zu befolgen. Er nennt Schrammelser im Dienst Opel ein anderes Fahrziel. Ludwig Aussprung, 41 Jahre, Trafikant. Früher war der Matcher täglich bei mir, weil er sich Zigaretten gekauft hat. Jetzt sagt er immer nur, trinken genügt. Nicht einmal Lotto und Toto spielte er. Und Zeitungen kaufte er sich schon am Abend des Vortags bei Kulpateuren. Leider. So vor zehn Jahren hat sich der Kottern manchmal für Kontaktzeitschriften interessiert, die ich damals nur unter dem Ladentisch geführt habe. Angeblich beruflich. Ich weiß aber nicht einmal, ob er jemals bei der Sitte gewesen ist. Sehen Sie auch von der Polizei? Hat er was angestellt? Schrammelser klopft mit der rechten Krücke an, weil er keine Klingel entdecken kann. Es dauert fast eine Minute, bis Hertha Barton an der Eingangstür ist und öffnet. Schon wieder Polizei, sagt sie und ist nicht überrascht. Schremsers Kokarde beachtet sie gar nicht. Kommen Sie. Sie zeigt ins Wohnzimmer. Schremser und Kottern durchqueren die Küche, in der es nach Essig riecht. Im Wohnzimmer dominiert ein Mottenpräparat. Schremser setzt sich auf eine schmale Wasserbank. Die einzige Sitzgelegenheit, der außer einem Lehnstuhl für Hertha Barton frei ist. Überall im Zimmer liegen Bücher, Zeitschriften, Kataloge. Hertha Barton hat ein fast bodenlanges Kleid mit blassen Farben an und eine Sonnenbrille mit Hornrahmen auf. Ihre Haare sind gekräuselt und rotbraun gefärbt. Ihre langsamen Schritte stützt sie mit einem Spazierstock ab. Mir ist gestern, als der Hubert hier war, nichts Besonderes aufgefallen, berichtet Hertha Barton aus dem Lehnstuhl. Das war doch, was Sie mich fragen wollten. Auch, gibt Kottern zu. Stören wir? fragt Schremser. Er zeigt mit der Krücke auf den eingeschalteten Fernseherparat, auf dem ein liegendes Reh aus Gips liegt. Und das zweite Drittel eines Eishockeyspiels ist zu sehen. Es ist eine Wiederholung von gestern. Was hat denn der Herr Geritzer bei seinen Besuchen gemacht? fragt Kottern weiter, der unter den Zeitschriften ein fast aktuelles Bravo erspäht hat. Mit mir geplaudert und mir was vorgelesen und abwechselnd eingebrannte Linsen und Eiernöckerl mit Speckgesen. Gestern waren wir Eiernöckerl dran, aber das wissen Sie vielleicht eh schon. Woher? Werden Mordopfer nicht mehr obduziert? Es liegt Wert auf Ihr abschätziges Gesicht. Haben Sie die Täter wenigstens schon festgenommen? Wir haben keine Anhaltspunkte, bedauert Schremser. Wie kommen Sie auf zwei oder mehr Täter? Weiter bei, woher? hat Herr Barton gelassen und rückt zu dem Fenster vor. Kottern öffnet das Fenster, beugt sich hinaus. Man kann wirklich bis zu den Mülltonnen sehen. Bevor er weiterredet, schnuppert er an den Fingern der rechten Hand. Aha, Sie haben das Verbrechen also beobachten können? Schremser ist plötzlich aufgesprungen und eilt auch auf einen Blick zum Fenster. Müssen, sagt Herr Barton. Ich habe dem Hubert immer nachgeschaut. Warum haben Sie uns nicht gleich angerufen? Na sehen Sie hier irgendwo ein Telefon? Unserem Kollegen Schraml haben Sie nichts gesagt, fällt Schremser ein. Der hat mich nicht zu Wort kommen lassen, rechtfertigt sich die alte Frau. Meine Antworten waren auf dem Niveau seiner Fragen. Es waren zwei Täter. Weggefahren sind sie dann in einem Jaguar mit einer leicht defekten Auspuffanlage. Können Sie die Täter beschreiben? hofft Schremser. Die waren zu weit weg. Welche Farbe hat denn das Fluchtauto gehabt? mischt sich Cotton ein. Na keine Ahnung. Sie haben es doch gesehen. Nur gehört. Cotton und Schremser begreifen mit ordentlicher Verspätung, dass die Tatzeugin blind ist. Sofort zweifelt Schremser an der so sicheren Aussage über das Auto. Hertha Barton überzeugt ihn, indem sie die nächsten zwei vorbeifahrenden Autos kommentiert. Ein VW-Variant? Ein Sechszylinder Peugeot. Aha. Wer was gegen Gerritzer gehabt haben kann, wissen Sie aber nicht, vermutet Cotton, der das Fenster endgültig schließt. Na. Hat er hier irgendwas aufbewahrt? Ja, ein Schochtel. Die wird Sie interessieren. Wieso? Na wer Pistole in der Schochtel ist. Tschechische Herkunft. Baujahr 1954. Ein eher unpraktisches Modell. Sie zeigt auf einen dreiteiligen Eichenkasten, der zwischen den Fenstern steht. Links in der zweiten Lot von unten, zwischen den eingelaufenen Strumpfhosen. Cotton nützt die Beschreibung und hat den Karton nach zehn Sekunden in seinen Händen. Die angekündigte Waffe ist drinnen. Aha. Sie nehmen die Schochtel vermutlich mit. Na sicher, sagt Cotton. Sie wird mir freundlicherweise eine Quittung geben. Wieso? sagt Cotton schon wieder. So viel ich weiß, bin ich die Alleinerbin. Ermorden, erschießen, massakrieren, erstechen, aufhängen, erdolchen, erdrosseln, skalpieren, um die Ecke bringen, niederfahren, vierteilen, abmurksen, anzünden, zentralisieren, totschlagen, totlachen, zertreten, niedermetzeln, niedermähen, köpfen, erschlagen, verbrennen, abschießen, verbluten lassen, ersticken, ertränken, zerschmettern, aus dem Fenster werfen, in den Abgrund stoßen, zerschneiden. Totlachen mussten wir ihnen streichen. Zentralisieren dürfte nur in der Wiener Gauner Sprache ein gängiges Vokabel sein. Trotzdem eine akzeptable Leistung, eine gelungene Wortschatzübung. Bravo. Allerdings scheinen sie eine Vorliebe für besonders brutale Mordmethoden zu haben. Vergiften etwa ist ihnen nicht eingefallen. Sie tendieren zum Gangster-Roman. Macht nichts. Agatha Christie macht nicht alle selig. Die Auswertung ihrer Geschichte und unsere Vorschläge gehen ihnen den nächsten Tagen per Post zu. Mit fast schon kollegialen Grüßen ihr F.Y.Peschke OKS Dr. Münchenen Herbert Pilch und Schraml haben der Zwei-Zimmer-Wohnung Geritzers keine großen Entdeckungen gemacht. Eine fast leere Wohnung. Im Vorraum befindet sich ein uralter, brummender Eiskasten. Im ersten Zimmer ein wackeliges Messingbett, ein Wirtshaus-Klappsessel, eine Bestrahlungslampe. An der Wand ein Casablanca-Plakat. Im zweiten Zimmer ein leeres Bücherregal, ein Campingbett, eine halbleere Bierflasche, eine aufgeschlagene Penthouse-Ausgabe vom Dezember 1985 und ein Heftchen einer Agentur, das männliche Modelle für Kleiderwerbung präsentiert. In allen Zimmern hängen matte 60-Watt-Birnen vom Plafond. Von Hausparteien erfahren die Kriminalbeamten, dass Gerritzer im Nachbarhaus ein Geschäftchen mit Andenken, Ansichtskarten und Scherzartikeln aller Art geführt hat. Der Laden war angeblich nur selten geöffnet. Pilch lässt das Geschäft aufsperren und findet sich in einem kleinen Museum wieder. Die Regale und Laden sind voll. Kleine Büsten von Richard Wagner über Charlie Chaplin bis David Bowie. Stalin und Hitler hat Gerritzer offenbar nur heimlich verkauft. Es gibt auch Stephans Türme in drei Größen, den jetzigen und dem vorletzten Papst aus Porzellan und 100 Dreck aus Gummi. Außerdem Juckpulver, Knallzigaretten, Gießblei, künstliches Blut, Pfefferzucker, Stinkbomben und Vampirzähne. Pilch leckt in der Zunge sein trockenen Unterlippen. In einem Augenblick, in dem er sich unbeobachtet glaubt, steckt Schrammel ein Exemplar Gummikot ein. Der Ditznazleiter lässt die Männer vom Erkennungsdienst da und will mit Schrammel zurück ins Sicherheitsbüro. Vor dem Laden warten schon Kottern und Schremser. Sie berichten von der unerwarteten Zeugin. Kottern schaut auf einen Sprung in die Wohnung Gerritzers, die noch nicht versiegelt ist. Die Schönheit auf Seite 105 des aufgeschlagenen Magazins heißt Lori Baker. Ein Künstlername glaubt Kottern. Lori Baker rädelt sich auf dem Flachdach eines Hochhauses wie im eigenen Bett. Ganz nackt ist sie nicht. Ein blauer Shirt, Stöckelschuhe und fünf Armreifen sind hier geblieben. Schrammel berichtet, dass Fingerabdrücke Gerritzers auf der glänzenden Bildseite sind. Ob er nur auf dem rechten Heftrand? Na sowieso, sagt Kottern. Ja wieso, sowieso? Der Gerritzer war Linkshänder. Kottern verlässt auf dem knarrenden Bretterboden das Zimmer. Schrammel bleibt ein paar Sekunden ratlos zurück. Da wirft er das Magazin auf das Bett. Umbringen könnte ich ihn, ärgert sich Billig. Seine Wut richtet sich wieder mal gegen den roten Kaffeeautomaten im ersten Stock des Sicherheitsbüros. Der Automat lässt seit Monaten dem Dezernatsleiter nur selten Kaffee zukommen. Zweimal hat Pilig heute fünf Schilling riskiert. Ohne Ergebnis. Schremser kommt vorbei, wirft eine Münze ein. Der Papierbecher wird ins vorgesehene Fach geschoben und mit schwarzem Kaffee gefüllt. Schremser trägt den Becher unter der Nase des Ditznasleiters vorbei und davon. Ich lasse mich von dem Kaffeeautomaten nicht zum Trottel machen, schreit Pilig. Von wem dann, sagt Schremser. Im Gasthaus Bolena. Kottern sitzt allein auf einer gebolsterten Fensterbank. Die Artikel im Chronikteil der Zeitungen von morgen haben gleichlautende Überschriften. Kriminalpolizei hat keine konkrete Spur. Zum ersten Mal ist jemand ermordet worden, den Kottern selber gekannt hat. Das macht den Fall nicht leichter. Kottern hat keine Ahnung, von welcher Seite Geritzer gefährdet war. Beim Bolena soll Geritzer praktisch jeden Freitag gewesen sein. Als Teil einer Tarokrunde, zu der auch ein Lateinprofessor in Pension, ein Kirschner und ein Knopfhändler gehören. Der Wirt Felix Bolena, der einen weißen Friseurmantel selber serviert, behauptet, dass er wegen Geritzer extra Weizenbier geführt hat. Einen brauchbaren Hinweis hat er nicht auf Lager, dafür einen langatmigen Witz über italienische Touristen. Der Wirt ist erfreut, weil Kottern beiläufig lacht. Er setzt schon dazu an, sein Leben zu erzielen. Kottern fragt, ob die Kegelbahn im Hof frei ist. Jo, sagt Bolena. Wollen Sie alleine Kegel? Warum nicht? Kottern folgt dem Wirt an den Toiletten vorbei zur ziemlich kurzen, ramponierten Asphaltbahn. Kottern bestellt noch ein Pier, das ihn Bolena nach fünf Minuten bringt. Inzwischen hat der Wirt begriffen, dass der Kriminalbeamte nicht in Stimmung für ein ganzes Leben ist. Der Musikautomat neben dem Tischchen ist ein paar Jahre zurück. Hier wird noch Elöd beschluchzt und Benzinkanister reimt sich auf Kriegsminister. Nach ein paar Minuten, Kottern hat nur fünf Schübe gemacht und sich dann der Fußballforscher in den Zeitungen gewidmet, kommt etwas schwankend eine etwa 40-jährige Frau an. Sie hat einen braunen Pferdeschwanz und steckt in einem engen, verlebten Lederrock. Die Bluse gleicht einem Zebrastreifen. Ich esse Vera, verkündet sie, setzt sich zum Tisch und will auf ein Viertel Berlin eingeladen werden. Von mir aus, sagt Kottern, wenn Sie es in der Gaststube trinken, die holen ja was zum Erzögen. Kein Bedarf für aufgesagtes Leben. Das können Sie ja vorher nicht wissen. Sie hat ein papierweißes Gesicht und ein Zucken in den Augenlidern, das immer wieder kehrt. Kottern schaut ihr ins Gesicht. Waren Sie krank? Ich bin geschminkt, sagt die Frau. Auf Leiche? Wie es mir gefällt. Wem gefällt es noch? Mir egal. Ich bin der Mittelpunkt der Welt. Sie lacht laut auf, wischt den Pferdeschwanz von ihren Schultern und nimmt eine verborgene Zigarette aus ihrer Stricktasche. Bekomme ich jetzt ein Viertel? Kottern nickt. Die Frau drückt im nächsten Augenblick den gelben Klingknopf auf dem Tischchen, der dem Wirt herbeirufen soll. Mbolina kommt gleich mit dem gewünschten Wein an. Offenbar hat sie ihm vorher schon gesagt, was sie vorhat. Sie sind doch wegen dem Geritzer da. Sie hat nur dreimal an der Zigarette gezogen, bricht sie hinter der Glut ab. Draußen sitzt jetzt die andere Kortenbräder. Ich befrag sie dann, sagt Kottern. Die wissen sowieso, wie die drei Heiligen offen. Gar nichts. Mich müssen sie fragen. Ja was? Ich könnte ihnen ein Lokal nennen, wo der Geritzer auch Stammkunde gewesen ist. Ein viel interessanteres Lokal. Wollen sie den Hinweis bezahlt haben? Er ist doch bezahlt. Sie trinkt den Wein in einem Zug aus. Kennen sie das Café Belecker? Kottern weiß gleich Bescheid. Das genannte Café ist im 17. Bezirk unter einem Stadtbahnbogen. Es gilt als Unterweltstreff. Waren sie selber dort? Jeden Tag? Zum Aufräumen. Nach der Arbeit bin ich oft geblieben. Was war mit dem Geritzer im Billikan? Er hat Geschäfte gemacht. Keine Glauben. Kottern stellt sich Geritzer vor, der Tennis-Schläger und preisgünstige Tennisstunden im Café verkaufen will. Ihr Problem. Vor zwei Wochen ist er einmal mit mir im Taxi heimgefahren. Er hat mich ausführlich vom Krieg in Griechenland erzählt. Und ich hab bei ihm übernachtet. Nur einmal? In getrennten Zimmern. Ich auf dem besseren Bett. Hatte er für Frauen nichts übrig? Ich nichts für Männer. Ein Gespräch zu dritt. Und die Zeitungen und die Polizei glauben nicht an die betrunkene Geschichte. Haben sie deswegen eine Spur? Wir hätten die Geldtasche mitnehmen sollen. Was wäre da schon zu holen gewesen? Egal. So betrunken ist niemand, dass er sich nicht die Brieftasche fischt. Gescheit musst du vorher sein. Friday on my mind Wienerinnen und Wiener stürzen sich ab 18 Uhr ins Wiener Nachtleben. Das in früh schließenden Wirtshäusern, in Diskotheken mit fetten Türstehern, in verfließten Neonräumen mit idiotischen Namen und beim Heurigen am Stadtrand stattfindet. Vielleicht muss man noch die neue Sorte von Nachtclubs erwähnen. Meist umgebaute Milchgeschäfte, wo Damen, die der jugendlichen Konkurrenz auf dem Gürtel unterlegen sind, auf Männer mit Kreditkarten lauern. Auch aus dem Burgenland aus Niederösterreich und der Steuermarkt macht man einen gelegentlichen Abstecher ins nächtliche Freitagswien. Aber was treiben die Beamten des Morddezernats? Herbert Pillich hat sich in der Bezirksstelle der städtischen Bücherei den Roman eines Nobelpreisträgers ausgeborgt, Herr der Fliegen. Im längst gestreiften Bademantel nimmt er sich das Buch auf der Eckbank in der Quelle Küche vor. Schon nach wenigen Seiten weiß Pillich, dass er sich vom Titel her zu viel versprochen hat. Er lädt das Buch weg und schaltet den Fernseherapparat auf dem Fensterbrett ein. 20.17 Uhr Im Fernsehen ermittelt einer, der wie der lahmende Hund der Nachbarin heißt, Derek. Dass Pillich ein belastetes Verhältnis zu Fliegen aller Art hat, ist nicht nur in seinem Büro auf den ersten Blick ersichtlich, wo stets mehrere Fliegenstreifen von der Decke baumeln. Auch in Pillichs Wohnung sind Fliegenstreifen großzügig verteilt. Aber gerade im aktuellen Kampf gegen die Frühjahrsfliegen sind Fliegenstreifen ein wenig taugliches Mittel. Nicht nur einmal hat Pillich die Fliegen mit der Hand fangen und auf einen Streifen setzen müssen. In jedem Raum, auch im Schlafzimmer, sind Insektensprays verschiedener Hersteller griffbereit. Eine Zeit lang hat sich Pillich mit der Entwicklung von Fliegenfallen beschäftigt. Zwei Patente hat er registrieren, aber nicht herstellen lassen. Die aufwendig gezeichneten Pläne hängen statt Plakaten im Vorzimmer. Pillichs Prunkstück allerdings ist ein riesiges Modell im Wohnzimmer. Aus einer naturhistorischen Sammlung. Eine Azurpflege, im Volksmund gern Fleischpflege, Protokalifora Azurea genannt. Einmal täglich wird das Modell abgestaubt, einmal wöchentlich mit Subit poliert. Auf den heutigen Nachtfilen, ein historischer Streifen über korrupte Polizisten in Chicago 1930, will Pillich nicht warten. Er setzt sich auf den Clubsessel beim Schlafzimmerfenster. Durchs doppelte Fliegengitter beobachtet er, wie die Pizzerie auf der anderen Straßenseite betreten und verlassen wird. Um 21.20 Uhr schläft er ein. Um 22.10 Uhr bemerkt er, dass er auf dem Sessel eingeschlafen ist. Um 22.30 Uhr schläft er im Bett endgültig ein. Alfred Schraml, laut Kottern der geborene Assistent, war um 17.45 Uhr zum Nachtdunkeln beim Friseur, um für den heutigen Abend gerüstet zu sein. Das Institut Clodin, bei dem er seit fünf Monaten als Mitglied eingetragen ist, hat ihn gestern verständigt. Eine 38-jährige Witwe hätte sich für ihn interessiert. Schraml soll um 19.30 Uhr mit einem Kurier in der Hand vor dem Opernkino warten. Schraml wartet bis 20.45 Uhr vergeblich. Den Blick Jean-Paul Belmondos auf dem Plakat neben dem Eingang wird Schraml nie vergessen. Kurz vor 21.00 Uhr trinkt er an der Kinobar ein Tonic und taucht dann in der Schlussvorstellung des Kinos unter. Nach einer Stunde verlässt Schraml das Kino, steigt in seinen Colt und fährt kreuz und quer durch den vierten und fünften Bezirk. Auf der Suche nach einer Situation, die sein Einschreiten erfordern könnte. Die Ausbeute ist wirftig. Ein schlafender Mann auf einer Bank im Resslerpark, der sich wie eine Schildkröte in seinen zu großen Mantel zurückgezogen hat. Auf dem Bahnsteigen der U-Bahn-Station Karlsplatz macht er noch ein paar Fahrscheinkontrollen und gibt auf. Paul Schremser wohnt in einem vom ehemaligen Bürgermeister Felix Lawig gewidmeten Gemeindebau im zweiten Bezirk. In der Nähe der Donaubrücke, die vor Jahren aus eigenem Verschulden eingestürzt ist. Am diesem Freitag ist Schremser mit seinem zwölfjährigen Neffen Valentin beschäftigt, der im gleichen Bau auf einer anderen Stiege wohnt. Schremser hat eine Schwachstromleitung von Wohnung zu Wohnung gelegt und tauscht mit dem Neffen mittels Morse-Alphabet belanglos Nachrichten aus. Um 21 Uhr antwortet Schremser auf Valentins Ruf, komm mit einem Kohler herüber, mit bin verreist. Er überlegt vor allem seiner vier Aquarien, ob er noch einen Abstecher ins Casino machen soll, verzichtet aber, weil ihm sein reichlich überzogenes Gehaltskonto einfällt. Er schreibt doch lieber ein Aerogramm an seinen jüngeren Bruder, der im Parkmann Illinois Hamburger verkauft. Für Cotton ist der Freitag grau wie jeder andere Tag. Vor Beneshecks Geschäftchen trifft er auf Gary Hartlieb, einen Kollegen vom Giftdezernat, der ihm eifrig die Hand schüttelt. Die Frage, willst man die Hand ausreißen? Beantwortet Hartlieb nicht. Cotton späht ins Hinterzimmer Beneshecks. Heute kommt sie nicht, erklärt Benesheck, der den Blick des Majors richtig deutet. Cotton beeilt sich mit seinem Bier, trinkt es aus der Flasche. Langweilig dich, sagt Hartlieb, obwohl er außer der Begrüßung noch keine Silbe an Cotton gerichtet hat. Na, sagt Cotton, der neue Errungenschaft ist bei uns aufgefallen, meint Hartlieb. Ein 40-Jähriger, der wie ein 40-Jähriger ausschaut. Sein dünner Oberlippenbart scheint aus Nase zu wachsen. Welche Errungenschaft? Mit der du neulich im Kaffee wurst. Sag mal, für wen spionierst du? Für gar niemand. Ich wohne vis-à-vis vom Alibaba. Wie aufgefallen? Sie spritzt. Danke für die Warnung, sagt Cotton. Werde ich sie eben nicht heiraten. Hätte ich's dir nicht sagen sollen? In Hartliebs Gesicht braut sich Beleidigtheit zusammen. Muss ich mich zwar mehr bedanken? Cotton geht zu seinem Auto, das dem Halteverbot abgestellt hat und schon vor einem Funkstreifenpolizisten gemustert wird. Der uniformierte Beamte erkennt Cotton aber und widmet sich erwartungsvoll einem angerausterten Renault 6, der möglicherweise Hartlieb gehört. Cotton fährt bei Erika vorbei, die seit ihrer Scheidung von einem Versicherungsmakler ein Siedlungshäuschen in Florensdorf bewohnt. Kennengelernt hat sie Cotton vor einem Jahr, weil er auf einem Kaufhausparkplatz ihren Mini touchiert hat. Erika Letowski ist im Auto gewesen und hat so seine eventuelle Fahrerflucht verhindert. Sie ist 42 und arbeitet halbtags in einem Antiquitätengeschäft. Cotton hat damals eigentlich nur das Geheimnis hinter ihren traurigen Augen ergründen wollen. Mit dem Geheimnis ist sie 17 Jahre lang verheiratet gewesen. 20 Jahre zu viel, lautet ihr ständiger Kommentar. Für Cotton wäre es eine weitere flüchtige Bekanntschaft geworden, eine weitere Telefonnummer im Verzeichnis. Sie hat ihn mit ihrer Zuneigung überfallen. Heute hat sie trotzdem keine Zeit, was sie kurz besäufzt. Sie geht mit einer Freundin zu einem Eishockey-WM-Spiel. Erika hat überhaupt den Eindruck, dass sich Cotton nur dann meldet, wenn sie schon fixe Pläne hat. Daheim trifft Cotton niemand an. Ilse Cotton trifft sie jeden Freitag mit seiner Mutter in einer Innenstadtbar auf. Mit Liedern von der Andrews Sisters und Edith Piaf. Von den Kindern lebt nur mehr Gerhard, 19 Jahre, bei Cotton. Gerhard ist allerdings auch nicht zu Hause. Cotton vermutet ihn nicht zu Hause. Cotton vermutet ihn im Motorradclub oder in einer Flipperhalle im Prater. Um 21.30 Uhr wärmt sich Cotton, Bohnen mit Speck aus einer Dose und würzt mit Tobasco nach. Im Bett begleitet er heute statt Mike Hammer den italienischen Intellektuellen Ducca Lamberti auf Mördersuche. Lamberti, der ständige Detektiv bei Giorgio Scerebanenco, ist Arzt und Ermittler zugleich. Sozusagen Watson und Holmes in einer Person. Um 23 Uhr ist ihm voller Übereinstimmung mit der Statistik das komplette Morddezernat in unterschiedlichen Träumen unterwegs. Schremser ist am Samstag ab 9 Uhr in seinem Zimmer im Sicherheitsbüro. Wochenenddienst. Er schwört auf die Stunden, die er hier allein verbringt. Immer wieder hat er komplizierte Fälle hier im Alleingang zu Ende denken können. Jetzt sichtet er die Untersuchungsergebnisse im Mordfall Geritzer. Die vorläufigen Kurzberichte des Erkennungsdienstes lassen noch keine Schlüsse zu. Am Tatort hat es, wie zu erwarten, keine brauchbaren Finger-, Fuß- oder Waffenspuren gegeben. In der Wohnung Geritzers wurden jede Menge eigener Fingerabdrücke festgestellt und Abdrücke von zumindest zwei Personen, die im Polizeicomputer nicht aufscheinen. Die Blutspuren, Tropf- und Schleuderspuren am Tatort stammen ausschließlich von Geritzer. Die Tatwaffe muss zweischneidig gewesen sein. Ein Dolch, Stilett oder Springmesser. Die Stiche sind mit großer Wucht geführt worden, möglicherweise von verschiedenen Tätern, auf jeden Fall von Rechtshändern. Geritzer scheint sich zwar gewährt zu haben, von verwertbaren Spuren der Täter ist aber nicht die Rede. Die Leichenöffnung hat nur ergeben, dass der Tote kurz vor seinem Ableben tatsächlich Eiernockerung verzehrt hat. Sichergestellt wurde in Tatortnähe eine nicht angerauchte Zigarette der Marke Marlboro. Vielleicht ist einer der Täter nicht zum Rauchen gekommen, weil das Opfer schon in Sichtweite war. Eine Speicheluntersuchung wird zwar noch gemacht, die Chancen werden aber nicht hoch eingeschätzt. Die Tatort-Skizzen interessieren Schremser nicht. Er hat den Tatort wie immer im Kopf mit allen Details parat. Kottern hat ihn schon daheim angerufen und über Geritzers mögliche Besuche im Café Pelikan informiert. Kottern will heute Nacht 22 Uhr im Café anonym erscheinen, Schremser erst am Montag, aber offiziell. Schremser starrt ein paar Minuten durch die ungeputzten Scheiben in den Hof. Ein paar russische Krähen spazieren herum, holen sich die Spezialitäten aus dem hingestreuten Futter. Schremser ist sich einigermaßen sicher, dass er im Geritzer-Mord etwas Naheliegendes übersehen hat. Auch die zweite Durchsicht der Papiere nimmt ihm das Gefühl nicht. Die persönlichen Dokumente Geritzers befinden sich in einer eigenen Mappe. Geburtsschein, Staatsbürgerschaftsnachweis, ein Melle-Zettel, ein Reisepass, ausgestellt im Oktober 1976, im September 1982 verlängert. Im Pass sind die fehlenden Fingerglieder als besonderes Kennzeichen vermerkt. Das Passfoto ist ein Automatenbild, bei dem Geritzer offenbar vom Blitz überrascht wurde. Geboren ist Hubert Geritzer laut Geburtsurkunde am 28. August 1922. Eine Jungfrau fällt Schremser unwillkürlich ein und er will das Blatt zurücklegen. Im letzten Augenblick entdeckte er das Ausstellungsdatum der Urkunde. 2. Oktober 1976. Aussteller, Standesamt Wien 20. Anscheinend hat Geritzer die Geburtsurkunde für das Ausstellen des Reisepasses benötigt. Andererseits wäre eine Geburtsurkunde, wenn Geritzer schon vor 1976 einen Reisepass gehabt hat, gar nicht notwendig gewesen. Auch der Staatsbürgerschaftsnachweis ist neueren Datums, ausgestellt im Rathaus am 5. Oktober 1976. Vielleicht hat Geritzer alle Dokumente verloren, beruhigt sich Schremser. Ein paar Minuten später weiß er, was ziemlich sicher nicht berücksichtigt worden ist. Die anonymen Fingerabdrücke aus der Wohnung sind über den Computer überprüft worden, die Fingerabdrücke Geritzers nicht. Schremser gibt Geritzers fast vollständige Abdrücke ein, muss 5 Minuten warten. Dann stellt der Computer fest, dass die Abdrücke doch registriert sind. Allerdings wird ein ganz anderer Name genannt. Hannes Strelzke, geboren am 28. August 1922. Begangene Straftaten, unerlaubter Waffenbesitz, Waffenhandel, Bandenmitgliedschaft, schwerer Raub. Alle Delikte fallen in die 50er Jahre. Kurz nach 11 Uhr hat Schremser den ganzen Akt auf dem Schreibtisch. Geritzer alias Strelzke ist 1958 zuletzt verurteilt worden. Für 8 Jahre. Seither ist er nicht mehr aufgefallen. Mitte der 70er Jahre dürfte er seinen neuen Namen bei den Behörden durchgesetzt haben. Anscheinend, um die Vergangenheit endgültig abzustreifen oder von ehemaligen Komplizen und Auftraggebern nicht zu leicht aufgespürt zu werden. Schremser studiert die Protokolle und Berichte, die über Strelzke angelegt wurden, notiert sich Komplizen von damals, Adressen und kopiert der Liste mit den Waffennummern. 1955 und 1956 hat Strelzke bei der Wach- und Schließgesellschaft als Einteiler gearbeitet. Seine Dienstwaffe, tschechischer Herkunft, hat er 1956 als gestohlen gemeldet. Mit der registrierten Waffe ist im August 1957 die 24-jährige Irene Fiebig im Wiener Stadtpark erschossen worden. Strelzke war trotzdem der Hauptverdächtige, wurde aber im Zweifel freigesprochen. Die Waffe blieb verschwunden, der Mord konnte nie aufgeklärt werden. Schremser weiß schon vor dem Vergleichen der Registrierennummern, dass die Tatwaffe mit der bei Frau Barton sichergestellten Pistole identisch ist. Den Znaßleiter Pilch freut sich bestimmt, denkt Schremser, wenn er sich die Aufklärung eines 30 Jahre zurückliegenden Mordes an die Brust heften kann. Im Zeitungsausschnittearchiv findet Schremser Artikel über den Mord an Irene Fiebig und den Prozess, der im Dezember 1957 stattgefunden hat. Irene Fiebig war Volksschullehrerin im 2. Bezirk. Das Gericht konnte nicht den geringsten Zusammenhang zwischen ihr und Hannes Strelzke feststellen. Nicht ein denkbares Motiv wurde entdeckt. Ein Sexualverbrechen schlossen die damaligen Ermittler zweifelsfrei aus. Nur die Presse spekulierte eine Zeit lang damit. Die Zeitungen mit den großen Überschriften schoben den Mord ohnehin, dem hinkenden Nebelmörder, der in den 50er und 60er Jahren für fast alles verantwortlich gemacht wurde, in die Schuhe. Schremser telefoniert kurz nach zwölf mit Kottern, den er beim Ravioli-Essen stört. Schremsers Bericht dauert zehn Minuten. Ist der Fiebig damals was geraubt worden, will Kottern wissen. Nein. Wie beim Gerritzer, sagt Kottern. Straßengespräch. Pilch. Wohin geht's in den Urlaub? Schraml. Noch Hauksdorf. Pilch. Wo liegt das? Schraml. An der tschechischen Grenze. Pilch. Haben Sie Verwandte dort? Um 14 Uhr sind auch Major Kottern und jetzt Nasleiter Pilch im Büro. Pilch stöbert in den Gerritzer und Strelzki Papieren. Die Waffe vom Frauenmord ist doch nie gefunden worden, will Kottern bestätigt werden. Stimmt, nickt Schremser. Wieso wusste man dann sogar die Seriennummer der Pistolen? Beim Bewilligen der Waffe für Strelzki hat man Vergleichsgeschosse einbehalten, die nachher mit den Tatgeschossen übereingestimmt haben. Modern, lobt Kottern. Die Kriminalbeamten des Morddezernats einigen sich darauf, auch weiterhin den Namen Gerritzer zu gebrauchen. Schremser glaubt, dass Gerritzer nach den vielen Jahren wieder aktiv geworden ist oder aktiv werden hat müssen. Sie meinen, Gerritzer hat für jemand eine Waffe besorgt? Pilch versucht seinem Gesicht einen nachdenklichen Ausdruck zu geben. Um eine Waffe ist es bestimmt nicht gegangen, sagt Kottern. Wer nur eine Waffe braucht, holt sich im nächsten Geschäft ein nicht-registrierungspflichtiges Kleinkalibergewehr und zählt den Lauf ab. Der Gerritzer hat auch in den 50er Jahren nicht nur Raritäten besorgt, berichtet Schremser und schwenkt einen Schnellhefter. Er und Kollegen haben damals außer für den eigenen Bedarf auch noch Italien und Deutschland geliefert und saubere Einzelstücke veretablierte in der Wiener Unterwelt. Von mir aus, meint Pilch, der Gerritzer kann wieder im Geschäft gewesen sein. Wo sind die Waffen? Ein hölzerner Brieföffner in seinem Laden war das Einzige, das man nachsichtig als Waffe durchgehen lassen könnte. Ja, Möglichkeiten gibt es genug, sagt Schremser, dem nur eigene Vermutungen nicht lästig sind. Ja, vielleicht hat Gerritz seine größere Bestellung im Auftrag gemacht, vielleicht auch für sich selber, vielleicht ist die Bestellung längst geliefert worden. Von wem, stöhnt Pilch. An wen ist wichtiger, sagt Schremser. Wo sind die Waffen damals hergekommen? Ja, aus Ungarn und der Tschechoslowakei. Bei den einzelnen Waffen waren auch historische Stücke dabei. Amerikaner. Vorgangsweise, sagt Pilch je und blickt zwischen Kottern und Schremser hin und her. Mit einem alten und neuen Foto Gerritzers die ehemaligen Komplizen befragen, klickt Kottern sofort vor. Und den Pilch kann nachwassern, ergänzt Schremser. Am Montag. Heute, sagt Pilch, und ich komm mit. Einen Fall, in dem nichts weitergeht, kann ich gerade jetzt überhaupt nicht brauchen. Gesellschaftliche Kontakte. Bin sehr enttäuscht und verletzt worden. Suche nun auf diesem Weg lieben und lehmungslustigen Mann. Ich bin eine schlanke, brünette, sehr sportliche Dame, 41 Jahre, 1,69 groß, 56 Kilo, finanziell unabhängig, mit Begeisterung für Musik und Theater. Sportliche Hobbys, Skifahren, Tauchen, Tanzen. Erwartet Zuschrift eines gutaussehenden Partners, passenden Alters, mit Bildung, unfundiertem Lebensstil. Unter, kein Abenteurer an den Verlag. Kurz vor 19 Uhr sind Schremser und Pilch im Pelikan. Der Deznazleiter hat heute sein schwarzes Mascherl durch ein größeres, graues Mascherl ersetzt. Schremser, der den Besuch hier erst kurz vor Mitternacht angesetzt hätte, steckt noch in seiner ungebügelten Hose. Mein Näthe hat sich das Bügelbrett ausgeburgt, behauptet er. Was macht er damit? fragt Pilch automatisch. Surfen. Der Deznazleiter durchschreitet das Lokal, weicht den musternden Blicken aus, steuert auf die Theke zu, klettert auf einen Barhocker. Der Mann hinter der Theke ist Mitte 20 und hat Locken in den hellbraunen Haaren. Evo ist net, meint er und grinst. Mas nicht, ächzt Pilch. Er zeigt seinen Ausweis, der überflüssig ist, weil Pilch schon als Polizist erkannt ist. Wo sehen wir? Schremser betrachtet die Szenerie noch vom Eingang aus. Große, lackierte Tische ohne Tischtücher, nicht sehr massive Stühle. An den weißen Wänden Diplome eines früheren Besitzers, ein Poster mit Katharine Denöf und Göser Plakate. Nur durchschnittlicher Betrieb, ein schlachsiger Kellner serviert. Darf ich ein paar Fragen stellen? Sagt Pilch. Der Mann hinter der Theke beugt sich vor, zieht Dackelfalten. Wollen Sie nur fragen oder auch was trinken? Ein Tonik, bestellt Pilch. Dann dürfen Sie. Ob ich sage dann gleich, dass ich nichts weiß? Sicher, die meisten Kunden bei mir sind Stammkunden. Ihr weiß trotzdem nicht, wie sie essen. Ich will Ihnen nur was zeigen, sagt Pilch. Er beginnt in seinen Taschen zu kramen, bringt aber nur in den Vorverkaufsfasern einen halben Kaugummi und etwas Taschenlurig zum Vorschein. In einer hinteren Hosentasche entdeckt er dann doch noch Geritzers Bild und übergibt es für ein paar Sekunden dem Mann, der hier ausschenkt. Ist der ein Kunde bei Ihnen? Ja, aber er wird nicht mehr kommen. Warum nicht? Weil er tot ist. Sicher? Ich glaube, wo es in den Zeitungen steht. Der Geritzer ist tot, habe ich gelesen. Sie kennen Ihre Kundschaft anscheinend doch beim Namen. Der Name ist auch in den Zeitungen gestanden. Was hat der Geritzer hier gemacht? Der muss alle machen. Konsumiert. Hat er Leute hier getroffen? Zwangsläufig. Der hat sich mit fast jedem hier recht gut unterhalten. Mit Ihnen auch? Pilch steckt das Bild jetzt zum Fahrschein in die Innentasche seines Sackhofs. Der Mann hinter der Theke nickt. Am liebsten über Furzboi. Mir hat er übrigens den Beethoven da besorgt. Pilzgesprächspartner zeigt mit dem rechten Daumen hinter sich. Zwischen den Flaschen und Gläsern im Regal starrt eine Beethoven-Büste in die Gaststube. Sonst hat er Ihnen nichts verschafft? Wursch schon. Ihr Lokal ist doch als Umstattplatz und Tauschzentrale für illegale Waffen bekannt. Wohin Sie Ihre Dienstpistole losschlagen? Pilch atmet lang und laut durch die Nase ein. Der Gerritzer hat hier garantiert Geschäfte abgewickelt und Sie wissen garantiert von nichts. Ich hab keine Mikrofone unter den Tischen. Pilch hält das bereits leere Tonikglas in seinen schwitzenden Händen. Er dreht sich ins Lokal um. Die beiden riesigen Deckenventilatoren bewegen sich nicht. Pilch winkt Schremser zu sich, der sich bis jetzt nicht vom Eingang wegbewegt hat. »Wollen Sie auch was?« empfängt der Mann hinter der Theke den zweiten Kriminalbeamten. »Schwarm und Greide«, sagt Schremser. Der Mann versteht ihn gleich. Der Direktionsleiter schaut Schremser ahnungslos, aber erwartungsvoll an. »Sehen Sie ja nichts so von Ihnen da?«, findet Billig. »Verhörmäßig haben wir die schnell durch.« »Blödsinn«, brummt Schremser. Er bekommt ein Stück Schulkreide und einen feuchten Schwamm überreicht. Mit ein paar Schlägen mit einer Krücke gegen die Holzverkleidung der Theke verschafft er sich Ruhe. »Herhören«, schreit er. »44 Augen«, beobachten Schremser, der von der schwarzen Tafel neben der Espressomaschine die Getränke und die Preise löscht. Dann schreibt Schremser die Telefonnummer des Sicherheitsbüros hin, mit seiner persönlichen Durchwahl. »Den Gerritzer, der stochen worden ist, werden die meisten hier kennen. Wir brauchen Informationen über ihn. Dringend. Wahrscheinlich will keiner von den anderen was sagen. In Ordnung. Das hier ist meine Telefonnummer in der Berggasse. Die wird hier drei Tage lang nicht weggelöscht. Wer mit seinen Hinweisen bei der Aufklärung hilft, kann mit einer ordentlichen Belohnung rechnen. »Ihr könnt mich untertags anrufen, auch anonym. Ende der Rede. Schönen Abend noch.« Der Dezenarztleiter folgt Schremser ins Freie. Direkt vor dem Pelikan steht der Dienstwagen. Der uniformierte Chauffeur lehnt am Auto, beobachtet den Eingang zu der Sexsauna und schlägt ein Heidelbeeis. »Es gibt eine Benohnung,« sagt Pilch, »schon im Fond des Opels.« »Korne man nicht vorstellen,« sagt Schremser. Korrespondenz Werte unbekannte Inserentin Ihr nettes Inserat in der Zeitung von heute hat mich spontan angesprochen. Hoffentlich bin ich nicht der 55., der Ihnen schreibt. Es würde mich freuen, wenn Sie mir die Ehre geben, Sie näher kennenzulernen. Sollte dieses der Fall sein, bitte geben Sie mir ein paar ehrliche Zeilen Antwort oder rufen Sie mich abends an. Ich bin 47 Jahre, 1,77 groß, Nichtraucher, intelligent und charmant, gepflegtes Inneres und Äußeres, zur Zeit, nach dem Winter, nur fast schlank, aber auf dem Weg der Besserung. Ich habe einen interessanten Beruf als höheren Beamter, kein Schreibtischjob. Ich halte mich für gefühlvoll, ein wenig sensibel, aber auch aufgeschlossen und unkompliziert. Wenn es gewünscht ist, bin ich natürlich auch hundertprozentig diskret. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir bei einem unverbindlichen ersten Gespräch bald wissen, ob unsere Vorstellungen zusammenpassen. Ich bin optimistisch. Leider habe ich kein brauchbares Foto bei der Hand. Meine Haarfarbe ist dunkel und geben Sie mir oder uns die Chance eines persönlichen Kennenlernens. Ich freue mich auf Ihre Antwort oder Ihren Anruf. Herzlich grüßt Sie, Alfred Schrammel. Gratulation. Ihre künstlerischen Anlagen sind gut entwickelt. Sie haben das Zeug zum erfolgreichen Schriftsteller. Sie haben literarisches Gespür. Unser Kollegium schlägt nun dringend vor, den allgemeinen Lehrgang, die große Literaturschule und den speziellen Lehrgang, Kriminalgeschichte und Romane zu belegen. Wir sagen Ihnen, worauf es ankommt. Wir entwickeln und fördern gezielt Ihre Fantasie, Ihre Ausdrucksfähigkeit. Unsere über 20-jährige Lehrerfahrung ist die Garantie für Ihren persönlichen Erfolg. Sie bekommen Ihren eigenen Lektor, der persönlich mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Er wird Sie per Brief erreichen, ständig beraten und formen. Schon bald helfen wir Ihnen auch, um die ersten gelungenen Manuskripte bei Zeitschriften und Verlagen unterzubringen. Das volle Service erhalten Sie, falls Sie sich für den allgemeinen Kurs und den Fachlehrgang entscheiden, zum Vorzugspreis. Wenn Sie sich bis zum 30. April entscheiden, sind Sie mit 2.490 Schilling im Halbjahr dabei. Vertrauen Sie uns und Ihren Fähigkeiten. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Als ihm Papierrascheln weckt, führt Schweden beim Eishockey gegen die USA schon 6 zu 2. Beim Esstisch sitzen Ilse und seine Mutter, beschäftigt mit einem von der Mutter entwickelten Spiel. Polizist, ärgere dich nicht. Gerhard hält Kottern ein hektografiertes Blatt direkt vor die Nase. Was ist das? Eine Unterschriftensammlung, sagt Gerhard. Mit Zahlungsverpflichtung? Na, wenigstens was, sagt Kottern und spielt den Aufatmenden. Wogegen soll ich unterschreiben? Gegen die geplanten Panzer- und Waffenlieferungen nach Südamerika? Die Betroffenen an Regierungen haben vertraglich zugesichert, das Material nur zur Verteidigung nach außen zu verwenden. Glaubst du an den Verdächtigen? Na, wem sollen wir die Waffen dann anhängen? Niemand. Die Steuerwerke hätten rechtzeitig auf friedliche Produkte umsteigen sollen. Auf Knallerbsen? Na, unterschreibst oder unterschreibst nicht. Kotttern nickt, nimmt Zettel und Filzstift und malt seine gekürzte Unterschrift hin. Na und ihr? Fragt er in Richtung des Tisches. Wir haben schon, sagt Ilse. Letzte Woche? Ergänzt die Mutter. Wer organisiert denn die Unterschriftenaktion? Die Frage ist nur Kriminalbeamtengewohnheit. Die Hochschüler schafft. Ich bin im Durchführungskomitee. Ist das gescheit im zweiten Semester? Deine Unterschrift kann man nicht lesen. Lenkt Gerhard ab. Weil du mir am Licht gestanden bist. Also was ist mit deinem Tisch? Willst du dir ins Match? Keine Zeit. Du traust dir nur nicht, behauptet Kotttern. Nach nicht einmal 20 Minuten hat Kotttern im Keller in drei Sätzen glatt verloren. Seine Punkte insgesamt hätten nicht einmal für einen Satzgewinn gereicht. Kotttern kehrt verschwitzt ins Wohnzimmer zurück, während Gerhard mit seiner Unterschriftenliste ins nahe Espresso eilt. Kotttern trinkt ein japanisches Bier, das ihm ein Kollege vom Kommissariat 20 mitgebracht hat. Schmeckt annehmbar, findet Kotttern. Die silbrige Dose stellt er auf einen ovalen Bierdeckel, der für das Waldhotel Konrad in der Steiermark wirbt. Kotttern hat keine Ahnung, wer ihm den vererbt hat. Auf dem Bierdeckel ist das zweistöckige, langgezogene Waldhotel samt Parkplatz in Farbe abgebildet. Vor Wald ist nichts zu sehen. Gegen zehn will Kotttern das Café Bellican aufsuchen. Schon um halb sechs verlässt er in der zehn Jahre alten Gliederjacke die Wohnung, fährt ins Zentrum. Er streift durch die Kärntenstraße, in den Auslagen lächerlicher Luxus, der die vorwiegend italienischen und deutschen Touristen in Staunern und Schrecken versetzt. Einem dicken Neger, der Aka Bella Spirituels vorträgt, hören viele zu. Eine unfrisierte Frau, die ein Dylan-Lied flüstert und sich mit einer Mandoline begleitet, wird nicht beachtet. Im Opernkino läuft die zweite Woche Polis Academy 4. Der vorgesetzte Käpt'n scheint sich bei Desnasleiter Pilch einiges abgeschaut zu haben. Während seine Jahre als Gymnasiast war Kotttern mindestens dreimal in der Woche im Kino. Im Waschküchenkino. Eine Bezeichnung, die der Größe seines Lieblingskinos durchaus gerecht wurde, war jede Vorstellung ein Erlebnis. Immer hat es zwei oder drei gegeben, die den Film schon gekannt und dauernd in Pointen verraten haben. Eine gute Grundlage für Raufereien. Am Kinobuffet hat die Zuckerltante persönlich verkauft. Und nach der letzten Vorstellung ist man sowieso bis zu den Knien in Zellophansackern, Nussschalen und Schokoladeschleifen gestanden. Nach der Polis Academy folgt Kotterns obligator Anruf bei Erika, die aber nicht abhebt. Ein paar Minuten vor zehn ist Kottern im Café. Er bestellt beim Schanktisch ein Seidelbier. Ein Glansbier ist was für Frauen und Kinder, sagt der Mann hinter der Theke und stellt Kottern eine Flasche Hopfenperle hin. In der nächsten halben Stunde pirscht sich Kottern an den Stammtisch an. Kurz nach elf darf er sogar schon eine Partie Zensern mitmachen. Wer hier vom Zensern keine Ahnung hat, macht sich sofort verdächtig. Kottern beherrscht das Spiel halbwegs. Bis zur Sperrstunde geht Kottern zweimal auf die Toilette. Rasche Blicke ins Hinterzimmer bringen nichts. Der Billardtisch ist zugedeckt, an einem Tisch wird anscheinend Stoß gespielt. An der gekalkten Klowand stehen hundert Sprüche. Der Beste ist fast ein Roman. Es stimmt nicht, dass die meisten Österreicher die unendliche Geschichte für den Tatsachenbericht halten, aber 92% der Österreicher würden ihre Töchter am liebsten mit Schlümpfen verheiraten. Kottern weiß, dass er in den nächsten Tagen noch öfter hier aufkreuzen muss, um akzeptiert zu werden und wenigstens in die Nähe von brauchbaren Informationen zu kommen. Nach zwei Uhr fährt ein Skoda auf dem Gürtel Richtung Heiligenstadt. Die Prostituierten in den schon sommerlichen Trikots sind seit ein paar Jahren unübersehbar schöner und jünger. Bei der Alserstraße hält Kottern hinter einem Opel-Senator mit auffälligen Kennzeichen an. Eine silberglitzernde Rothaarge klopft gegen die Seitenscheibe des Opels, stößt aber nicht auf Interesse. Den Kriminalbeamten im Skoda hält sie für nicht bemittelt genug und kehrt auf den Gehsteig zurück. Und Olufine Hörnmeier, 43 Jahre, Konsumverkäuferin, die Unterhaltung mit dem Kottern ist beschränkt. Zwei Käsewurst semmeln, sagt er. Macht 17 Schilling 50, sage ich. Wenn es keine Käsewurst gibt, nimmt er falsche Salami. Zum großen Einkaufen kommt es eine Frau oder die Mutter. Von welchem Umfrageinstitut kommen Sie? Wien, 18. April 87. Werter Herr Alfred, danke für Ihren lieben Brief. Telefonisch konnte ich Sie leider nicht erreichen, weil Sie vergessen haben, Ihre Telefonnummer in Ihren Brief zu schreiben. Jetzt probiere ich es eben postalisch. Hoffentlich mit Erfolg. Ich schlage Ihnen einen Treffpunkt vor für Mittwoch, den 22. April um 17 Uhr vor dem Café Aida gegenüber der Oper. Sollte es Ihnen für Mittwoch nicht möglich sein, dann bitte Donnerstag zur selben Zeit, 17 Uhr am selben Ort. Bitte, wenn es vom Wetter her geht, warten Sie heraßen. Ich trage eine Zeitung bei mir. Es würde mich wirklich freuen, Sie näher kennenlernen zu dürfen. Vieles, beziehungsweise alles Weitere, nur mündlich. PS. Wenn alles nicht klappt, bitte schreiben Sie mir noch einmal an den Verlag. Wer Rena Leskova will das warme Bett nicht verlassen. Früher hat sie am Ostersonntag immer einen Taxiunternehmer mit Stoppeltfrisur besucht, der ihre Geldkuverts versteckt hat, deren sie im Bad bis 110 musste. Honemann hat letzte Nacht bei ihr geschlafen, ist aber um sieben aufgestanden. Besprechung, hat er gesagt und das Zimmer verlassen. Laut Kontaktinserat im Wiener, ehemaliges Fotomodell, nimmt sich in diskreter Atmosphäre Zeit für dich und möchte dich aufs Zärtlichste verwöhnen. Kommen Wochenendbesuche erst ab 11 Uhr in Frage. Verena hat noch fast zwei Stunden Zeit. Im TV versucht sich der rosa-rote Panther mit katastrophalen Folgen als Pizzakoch. Nachher, schon in der Küche, hört Verena einem Sprecher im Radio zu. Der ist ihr aber nach wenigen Minuten zu gut aufgelegt. Außerdem spielt er When a man loves a woman. Das Lied hat ihr Hohnemann schon vor Jahren ausgetrieben. Auf dem Küchentisch liegen zwei leere Unterbergfläschchen und eine Zeitung von heute. Erschreckend viele Gewalttaten gegen Frauen und Kinder registrieren die Regierung und die Titelgeschichte. Ganz durch liest Verena in der Zeitung den Artikel über einen 93-Jährigen, der seit 65 Jahren Schluck auf hat. Im Fernsehprogramm auf der letzten Seite kreuzt sie sich mit rotem Kugelschreiber Chinatown um 22 Uhr an. Nach zwei Schalen Hagebuttentee und zwei Margarinenbroten widmet sie sich ihrer persönlichen Korrespondenz Schachtel. Seit Monaten weiß sie, dass sie hier in der Wohnung aufhören wird. Die Versuche sich über Kleininserate zahlungskräftige Privatpatienten zu sichern waren bisher recht erfolgreich. Zwei Herren haben sich nach ersten Gesprächen zwar nicht mehr gemeldet, dafür trifft sie außer Beneschweck noch einen Konditor und einen Notar regelmäßig. Auf ihr letztes Inserat sind zwölf Zuschriften gekommen. Einem 60-jährigen Inschladeurmeister, der brieflich gleich ein paar verheiratete Freunde angekündigt hat, die auch einen Seitensprung gegen finanzielle Unterstützung natürlich machen wollen, will sie gegen Mittag anrufen. Die Telefonnummer notiert sie in ihrem Taschenkalender von der Versicherung und Rantischachtel mit den Briefen und Zahlscheinen weg. Um Punkt elf kommt ein Mann in Basketballgröße mit Vollbart, den Verena schon kennt. Ein unproblematischer Kunde, der nicht lang verhandelt. Nach fünf Minuten Handarbeit sagt er Danke. Um elf Uhr zehn ist er schon wieder im Stiegenhaus. Verena liest im Hitchcock-Magazin achtundneunzig bis es um halb zwölf zum zweiten Mal läutet. Durch den Stürspion entdeckt sie ein bekanntes aber unerwartetes Gesicht. Verena öffnet. Du sagt sie. Der Besucher drückt die Tür von innen mit dem Hintern zu, dann zieht er das Messer aus der Manteltasche. Den Zeigefinger der linken Hand legt er auf seinen Mund. Verena weicht zurück, schreit nicht, stolpert über ihre schwarzen Stöckenschuhe. Nicht schlagen, sagt sie. Wir können darüber reden. Im Zurückweichen greift sie nach ihrer Lacktasche auf der Vorzimmerkommode, versucht ihre Gaspistole zu erreichen. Der Besucher schlägt ihre Tasche aus der Hand, dann sticht er zum ersten Mal zu. Der Frotteemantel saugt Blut. Beim zweiten Stich kippt Verena nach hinten gegen die Tür des Warteraums. Im Sinken gilt der letzte Gedanke, Jack Nicholson, den sie heute nicht mehr sehen wird. Anderes Ganggespräch. Pilch. Ich baue dringend einen zugkräftigen Titel für meine Lebenserinnerungen. Schremser. Mein Kampf? Hugo Sabertl, 33 Jahre, Obdachloser. Erinnern Sie mich nur daran. Der Kotteln ist im Flipper Center mit einem Freund, auch von der Polizei gewesen. Sie haben Tisch Fußball gespielt. Zwischendurch hat er Kotteln aus einer Bierflasche getrunken und ist dabei von hinten gerämpelt worden, aber nicht von mir. Die Flasche ist ihm ausgekommen und am Steinboden zersplittert. Ich habe ihn gefragt, ob er wenigstens Tisch Fußball spielen kann. Er hat mir einen Faustschlag versetzt, hierher gegen den Hals. Aber so ist das mit Polizeitypen. Sie wollen immer übertrieben persönliches Wissen und drehen durch, wenn man selber mit persönlichen Fragen kommt. Fünf Minuten später hat er sich mit zwei Obstlern bei mir entschuldigen wollen. Ich habe die Entschuldigung sofort akzeptiert. Richtigstellung 2 Es ist nicht wahr, dass der Wiener Bürgermeister die beritene Polizei wieder einführen will. Richtig ist, dass sein Reiterstand Bild, das vor dem Rathaus aufgestellt wird, kurz vor der Fertigstellung steht. Schremser liest Kochbücher wie andere Kriminalromane. Heute informiert er sich über griechische Fisch-Spezialitäten. Gleich zwei Taschenbücher zum Thema hatte er am Karfreitag erstanden. Kurz nach zwölf fordert der Neffe seine Ostergeschenke telegrafisch an. Schremser hat in einer Schuhschachtel ein Osternest vorbereitet. Die Marzipan Hühner hatte inzwischen aber selbst verzehrt. Um halb eins ist Valentin da und enttäuscht, weil er nicht suchen darf. Auch bei ihm daheim ist der Osterhase nicht sehr einfallsreich gewesen und hat das Nest, wie vor zwei Jahren, in der Trommel der Waschmaschine versteckt. Dafür bist du beim nächsten Angelausflug dabei, verspricht Schremser. Im August wahrscheinlich. Am nächsten Sonntag. Den Termin hat sich Schremser tatsächlich fest vorgenommen, obwohl er weiß, dass Karpfen und Hechte in der griechischen Küche nicht einmal eine untergeordnete Rolle spielen. Als sich Schremser gegen sechs ins Restaurant Walfisch in den Brater begeben will, läutet das Wanntelefon im Vorzimmer. Es ist Schrammel, der ihn zu einem Tatort bei der Friedensbrücke bestellt. Wer sind ermordet wurden? fragt Schremser. Eine Hure, sagt Schrammel und legt auf. Das Mordhaus liegt direkt am Donnerkanal in der Nähe des früheren Unfallkrankenhauses. Zwei Funkstreifenwagen mit reichlich Blaudicht halten in zweiter Spur. Schremser parkt sein Automatik Citroen Modell Haifisch hinter den Polizeifahrzeugen. Ein uniformierter Einstern will ihn vertreiben. Im zweiten Stock, meint der Polizist, als sich Schremser ausgewiesen hat. Schremser geht an der Tafel im verfließten Flur vorbei und der frissigen Marmor berichtet, dass das Haus 1939 von einem Baumeister namens Wünsch erbaut worden ist. Der Aufzug ist besetzt. Schremser wartet geduldig ab. Die Bewohner aus dem Erdgeschoss trauen sich trotz Neugier nicht einmal bis zum ersten Stock vor. Im Brandfall aufzug nicht benutzen Die Meldung hat ein heller Geist an eine Innenwand des Liefs geklebt. Im zweiten Stock wird Schremser von Schrammel empfangen, der auf die ohnehin weit geöffnete Wohnungstür zeigt. An der Tür klebt eine Variation auf das kinderfreundliche Herz. Der Filzstift Text lautet Ein Herz für Männer. Die ermordete Frau liegt an der hinteren Wand des Vorzimmers. Wahrscheinlich ist der Mord am Vormittag passiert, sagt Schrammel. Die Ärztin ist schon wieder weg. Und wieso die Leiche noch nicht, regt sich Schremser auf. Es ist gerade erst fotografiert worden, weil der Erkennungsdienst zu spät kommen ist. Er wird doch automatisch verständigt. Eben nicht. Schlaf der Kottern? Der Chef leitet die Ermittlungen. Schremser macht ein Gesicht, als wollte er schweißigen. Wo treibt sich der herum? Nebenan im Arbeitszimmer. Schrammel grinst. Wo ist der Kottern? Angeblich unterwegs. Anscheinend nicht hierher. Schrammel nickt. Schremser betrachtet die tote Frau aus der Nähe, nimmt die Brille ab. Die Ärztin hat wieder was von einer zweischneidigen Waffe gesagt. Schön. Der Mord am Geritzer kann mit dem Mord hier ja zusammenhängen. Verstehe, sagt Schrammel. Das sagt er immer, wenn er nichts versteht. Gleich darauf weiß er, dass Schremsers letzter Satz nicht ernst gemeint war. Schremser schiebt die Tür zum Zimmer, in dem Verena Leskova ihre Besucher betreut hat, mit der rechten Krücke auf. Er hinterlässt, im Gegensatz zu Schrammel, am Tatort nie Fingerabdrücke. Im Zimmer trifft er den Letztnatsleiter und Mutter kottern. Pilch kramt heftig in einem Wandschrank, fördert Filmspulen, Magazine und schwarze Unterwäsche zutage. Als er Schremser bemerkt, kommt er rasch auf ihn zu, will ihm die Mentholzigarette aus dem Mund schlagen. Schremser kommt ihm zuvor und dämpft die Zigarette in einem Murano-Aschenbecher aus. An meinen Tatorten herrscht striktes Rauchverbot, sagt Billich. Lärchen husten nicht, sagt Schremser. Der Detztnatsleiter reagiert nicht, weil er unter dem Bett zwei Peitschen entdeckt. Er schnalzt mit der Zunge und schlägt mit einer der Peitschen mehrmals in die Luft. Offenbar gefällt ihm der Pfeiftun, der dabei zu hören ist. Die Frau ist für jeden Geschmack vorbereitet gewesen, mein Pilch. Für mich ist das Motiv auf jeden Fall klar. Rache, vermutet Aloysia Kottern. Raub, verkündet Pilch und wirkt überzeugend. Dazu scheint nichts zu fehlen, sagt Schremser. Er zeigt auf das immer noch volle Fischglas. Psychogramm Herbert Pilch, Quelle polizeilicher Beobachter, Römisch 12, 1986. Geboren am 29. 2. 1932. Sternzeichen Fische. Familienstand ledig. Erlernt der Beruf Polizist. Auto Peugeot 604 TI. Hobbys Statistik sonst nichts. Lieblingsautor Eduard Zimmermann. Lieblingskomponist Johann Strauss Vater Lieblingsmaler Hieronymus Bosch Bevorzugte Gegend im Inland Wiener Sicherheitsbüro Bevorzugte Gegend im Ausland Scotland Yard Lieblingsbuch noch keines geschrieben Lieblingslied Radetzke Marsch Lieblingsfilm Rocky 4 Bevorzugte Jahreszeit Sommer Lieblingspflanze Gras Lieblingstier Fliege durchgestrichen im Gegenteil Elefant Lieblingsgeräusch Polizeisirene Wichtigste Erfindung Radar Lieblingsgetränk Kaffee Lieblingsspeise Spinat Wenn Sie einen Wunsch frei hätten Was würden Sie sich wünschen Schwimmen zu können Interessante geschichtliche Epoche In Klammer Meine Gegenwart Welche Persönlichkeit der Geschichte wären Sie gerne gewesen Maria Theresia Die von der Mutter erdachten Polizeibreitspiele kommen für Cotta nicht in Frage Ab 18.30 Uhr widmet er sich mit seiner Frau einer Partie Samba-Canaster mit verschärften Regeln Den karierten Zettel beim Telefon auf den die Mutter die Mordnachricht und die Adresse des Tatworts hinterlassen hat haben beide nicht gesehen Der Fernsehapparat ist wie immer eingeschaltet Und das Filmspecial über Lessi und Co läuft unbemerkt ab Die Ziehung der Lottozahl hinterher wird von Cotta genauso nicht beachtet Nicht weil er der Frau aus der Untersteiermark die dieses Mal mit den Zahlen 3, 6, 18, 20, 20, 40 und 42 genau 10.218.388 Schilling gewinnen wird den Gewinn nicht gönnt Cottern hat noch nie einen Schein ausgefüllt Seit 22 Jahren ist Adolf Cottern mit Ilse geborene Beugli verheiratet Er hat damals erst vom Bezirksgericht Innere Stadt großjährig gesprochen werden müssen um heiratsfähig zu sein Ilse ist 5 Jahre älter als er Die Tochter Cisse wegen der geheiratet wurde wird demnächst 22 Sie ist schon vor 2 Jahren zu einem Bundesheerpiloten nach Zeiselmauer gezogen mit dem sie einen Sohn Alexander hat Ein zweites Kind ist unterwegs Bei der rechtzeitig organisierten Hochzeit hatte sich Cisse Cottern aber je anders überlegt und auf die entscheidende Frage des Standesbeamten beharrlich mit Nein geantwortet An den Sonntagen meisten erst nach dem TV-Tatort lässt Ilse ihren Mann regelmäßig ins Ehebett Fast ein Ritual Unter der Woche kommt Cottern selten zu fixen Terminen heim Genau deshalb hasst Ilse Cotterns Beruf obwohl er kein besessener Polizist ist Manchmal wünscht sich Cottern dass sie ihn mit einer Umarmung empfängt die ihm das Rückgrat bricht Das wird wahrscheinlich erst geschehen wenn er frühzeitig den Dienst quittiert Als die Abendnachrichten beginnen ist Cotterns Spielstand längst besorgniserregend Soll ich abdrehen? fragt Ilse übertrieben fürsorglich Es nimmt nicht an dass Cottern von den Bildschirmereignissen abgelenkt wird Ihr Wort auf das Wetter sagt Cottern Musst du wissen ob du morgen mit Regenschirm ermittelst? Die Kanasterpartie wird dann vom Nachrichtensprecher abgebrochen der die Meldung vom Mord an Verena Leskova unbetont verließt Cottern steht auf Bist du eben einberufen worden? spottet Ilse Sozusagen Kennst du die Tote? Ja Vielleicht hat deine Konkurrenz den Fall Was? Cottern hat Ilse nicht zugehört er sucht seinen Autoschlüssel Der Dussani der ermittelt im anderen Fall ja auch womöglich braucht dich gar niemand Mir egal Mit dem anderen Fall meint Ilse Cottern den Mord an Galinde Marisch einer 42 jährigen Prater Prostituierten die vor zehn Tagen ertrostelt und nachher verbrannt worden ist Der Fall Marisch gehört Major Dussani Weißt überhaupt wo du hin musst Na Cottern zieht die Wohnungstür von außen zu Seine Schritte klappern im Stiegenhaus Herzlich Willkommen im Kreis der OKS Teilnehmer Ihre ersten Kurzhälfte werden bereits zusammengestellt und in Kürze bei Ihnen eintreffen Sie halten das allgemeine Programm für das erste Studienjahr Das soll Sie aber keinesfalls zu unüberlegter Eile verleiten Jeder Schritt muss verstanden akzeptiert und eingeprägt sein Mein Name ist Ewald Mautz Ich stehe Ihnen als persönlicher Berater ab sofort zur Verfügung Sie können mir schriftlich mit jedem Problem kommen Sie werden sehen Vor allem im gewählten Fachgebiet Kriminalstories und Kriminalromane werden wir bald einen großen Schritt vorwärts kommen Ich möchte für Sie kein Unbekannter sein und stelle mich zunächst einmal vor Seit fast 20 Jahren bin ich freier, hauptberuflicher Schriftsteller, habe in bekannten Verlagen und Redaktionen gearbeitet und veröffentlicht Meist unter Das sage ich nur, weil Ihnen meine Bücher, die auch in viele Sprachen übersetzt wurden, vielleicht noch nicht aufgefallen sind Jedenfalls bin ich ein Mann der Praxis, dem Sie vertrauen können Schreiben ist ein Handwerk, Handwerk ohne Lehre ist unmöglich Ihrem ersten Brief entnehme ich, dass Sie die Schriftstallerei bisher schon als Hobby betrieben haben Vergessen Sie trotzdem, was Sie bisher unternommen und über das Schreiben gehört haben Es gibt Grundregeln des Schreibens, die Sie von Anfang an beherzigen müssen Beginnen Sie nie zu schreiben, ohne Ihren Stoff genau zu kennen Ohne zu wissen, was Ihr Manuskript werden soll Es genügt, wenn Ihnen langweilig ist Unüberlegte Texte atmen nicht Versetzen Sie sich immer wieder in die Rolle des Lesers Lesen Sie sich Ihre Manuskripte selber vor Widmen Sie Anfängen und Titeln volle Aufmerksamkeit Vermeiden Sie Fremd- und Hauptwörter Auch wenn Sie die Gabe haben, einfach und klar schreiben zu können Müssen Sie wissen, dass die erste Fassung immer zu lang ist Keine Angst vor dem Rotstift Lesen Sie sich diese Regeln immer wieder durch, bis Sie Ihre Bedeutung wirklich gefunden haben Und hier schon Ihre erste Aufgabe Warum will ich gerade Kriminalliteratur verfassen? Beantworten Sie mir, in nicht mehr als 60 Zeilen, diese Frage Allerdings erst, wenn Sie die ersten beiden Abschnitte des allgemeinen Kurses intensiv durchgearbeitet haben Mit freundlichem Gruß, Ihr Ewald Mautz, OKS-Studienbetreuer PS Bitte erledigen Sie alle Aufgaben nur nach dem beigefügten Muster Ihr Manuskript muss nicht nur gut sein, es muss auch gut aussehen Die Adresse hat Kottern von Beneschek bekommen, dessen Würstelstand ganz in der Nähe ist Beneschek scheint keine Ahnung vom Mord an Verena Leskova zu haben Auf den Lift muss Kottern verzichten, weil zwei Träger mit einem Holzsack die Kabine blockieren Wenigstens hinunter müssen die zwei nachher zu Fuß gehen Als Kottern im Hochparterre an ein paar Leuten mit verzerrtem Gesicht vorbei will Stellt sich eine Frau mit grauem Arbeitsmantel in den Weg Wahrscheinlich die Hausbesorgerin Junger Mann, sagt sie Die junge Dame oben wird heute kein Zeit für Sie haben Danke, meint Kottern und lässt sich nicht aufhalten Anscheinend hält ihn die Frau für den möglichen Kunden Als Kottern außer Hörweite ist, hat die Frau eine andere Vermutung auf Lager Der Täter kehrt an den Dator zurück, stellt sie leise fest Mit ihren misstrauischen Augen würde sie in jeden Fernsehcremi passen Wie meinen Sie das, sagt ein Mann im weinroten Bademantel, der an einer Zigarillo saugt Kottern ist vor den Leichenentsorgern im Vorzimmer Bei der Leiche steigt ihm der Geruch vom Fenialdusche in die Nase Die Tote ist zweifellos Verena Leskova Und das eingetrocknete Blut hat eine Landkarte in die Frotteejacke gezeichnet Kottern geht ins rechte Zimmer weiter Trifft auf Schremser, der mit aufgestützten Ellbogen vor zwei Fernsehapparaten sitzt Auf den nächsten Blick entdeckt Kottern zwei Videorekorder Du befindest dich im Überwachungsraum, erklärt Schremser Muss ich das verstehen? Ein Videorekorder ist an eine Kamera angeschlossen, die auf das Bett im Zimmer gegenüber gerichtet ist Das heißt, jeder Besucher ist auf Video festgehalten worden Wenn die Frau Leskova den Rekorder rechtzeitig eingeschaltet hat, jo Meistens scheint aber sowieso ein Aufpasser hier gewesen zu sein Schremser macht eine Kopfbewegung zu einem weißen Kleiderboy Auf dem ein Herrensakko und eine Lederkrawatte hängen Und im Oceanbecher sind Zigaretten verschiedener Marken, ergänzt Schremser Der andere Videorekorder war vermutlich zur Zerstreuung für diesen Aufpasser gedacht Die Videothek hier ist gut sortiert Getaway, Blue Velvet, Shining, alles da Eingelegt war übrigens Police Academy, vierter Teil Scheiß für ihn, sagt Kottern automatisch War der Rekorder mit dem Blick ins Nebenzimmer abgeschaltet? Jo Der Mörder wird da nicht drauf sein Da hätte er die Kassette mitgenommen und auch zumindest gelöscht, was gegen ihn spricht Sind Aufnahmen von heute dabei? Ich glaub, jo Schremser drückt die Wiedergabetaste Auf dem Fernsehschirm ist ein großer Mann mit rotem Bart zu sehen Verena Leskova handiert an ihm herum Sie hat die Frotteejacke, mit der sie jetzt im Vorzimmer liegt, nicht ausgezogen Aha, sie kann an anderen Tagen die Jacke auch angehabt haben Sicher, sagt Schremser ruhig Aber du hast den Kalender und die Uhr neben dem Bett übersehen Raffiniert Kottern setzt sich hin, obwohl er den Wunsch hat, aus dem Zimmer zu laufen Die Videoszene kommt ihm unwirklich vor Die Kamera hat ja auch ein eingebautes Mikrofon Ich hör nix Na kommt noch, verspricht Schremser Danke, sagt der Mann mit dem Vollbart, schließt die Hose und verlässt den Bildausschnitt Die Uhr neben dem jetzt leeren Bett zeigt exakt elf Uhr acht Jetzt musst du aufpassen Schremsers fettes Gesicht zuckt Seine Sehscharten sind festgeschlossen Ist der Mord doch aufgenommen worden? Zum Teil Nach ein paar verschwommenen Bildern ist wieder das Bett zu sehen Uhrzeit elf Uhr dreißig Schremser dreht den Fernsehton lauter Zunächst ist nur verstärktes Rauschen zu hören Dann Schritte Öffnen einer Tür Kottern erkennt die Stimme von Verena sofort Du? Gleich darauf Nicht schlagen Wir können darüber reden Ein Schlag ist noch zu vernehmen und poltern Um elf vor dreißig hat jemand die Aufnahme unterbrochen Wie fühlst du dich, was Ohren zeuge? Kottern hat keine Ahnung Dass Schremser das passende Wort bei Elias Canetti erlernt hat Der Mörder muss vom Videorekorder hier gewusst haben Glaubt Kottern Nicht unbedingt Er hat zwei Minuten Zeit gehabt nach dem Mord Er kann den Rekorder zufällig entdeckt haben Auf jeden Fall hat ihn Verena gekannt Die Kamera hätte ins Vorzimmer gehört Es gibt eine Kamera vor der Wohnungstür Berichtet Schremser Und? Ohne Videoanschluss Verdammt! Sagt Kottern in mein Kämmertonfall Hast du das Bandl selber zurückgespult? War nicht notwendig Als ich eingeschaltet hab War die Leskova zu sehen Wie sie gerade den Rübezahl bearbeitet Aha Der Mörder hat kontrolliert Was auf der Kassette nie ist Na anscheinend war er der Meinung Dass uns die Aufnahme keine große Hilfe ist Hat er sich nicht geirrt? Kottern durchquert das Vorzimmer Aus dem die Leiche inzwischen entfernt worden ist Im zweiten Zimmer sind immer noch der Dezernalsleiter Schrammel und Aloysia Kottern versammelt Kottern erstaunt die Anwesenheit seiner Mutter nicht einmal Er kennt ihre Vorliebe für Kriminalistik Lehnt sie aber eifrig ab War der Major der private Sonntagsausflug nicht spannend genug? Versucht Pilch ironisch zu sein Wo warst denn du so lang, du Eiffel? Will seine Mutter wissen Oder hast du eine Notiz gar nicht gefunden? Ich hab mich gegen sie entschieden Sagt Pilch feierlich Er hat schon wieder eine Peitsche umklammert Muss ich das verstehen? Kottern wiederholt sich absichtlich Sie werden diesen Fall nicht benötigt Auf Wiedersehen! Pilch will Kottern mit dem Peitschengräf Aus dem Zimmer drängen Der Dusane ist doch gar nicht da Den braucht erst recht keiner Ich bearbeite die Sache selbst Ein rascher Erfolg wird meine Beförderung nur guttun Ich könnte Ihnen helfen Bietet Kottern an Abgelehmt! Sagt Pilch Mir könnten Sie helfen Ich hab die Tote immerhin gekannt Pilch kichert interessiert auf Kratzt sich auf den geröteten Wangen Sie wollen nur ihrer Entlarvung als Kunde Auf einer Videokassette zuvorkommen Na Ich hab die Verena Ich meine Die Frau Lesko war verhofftet Sie ist nicht im Gefängnis gestorben Wann? Vor neun Jahren Ich sehe mich her Erst vorgestern hab ich mit der Lesko war geredet Dienstlich? Privat In einem Café Mit Zepari? Ohne Hat sich die Ermordete bedroht gefühlt? Na na Zumindest hat sie mir nichts davon gesagt Warum sind Sie dann so aufdringlich? Ihre Fleißaufgaben helfen mir überhaupt nicht Pilch geht auf dem rosa Spannteppich hin und her Sie sollten mit der Wilma Beranek sprechen Empfiehlt Kottern Kenne ich nicht Das ist die beste Freundin der Toten Steht in meinem Bericht Der neun Jahre alt ist In dem Milieu halten Freundschaften lang Danke für den Hinweis Kottern Sie bleiben aus dem Fall trotzdem draußen Der Gerritzer Mord macht Ihnen doch genug zu schaffen Oder wollen Sie mich mit einem Ergebnis überraschen? Sie werden um meine Mitarbeit noch beteln Lächerlich Knurrt der Ditznasleiter Sie deuten meine Gedanken unkorrekt Sie sollten einsehen, dass ich sie nur schützen will Würde Ihnen die Schlagzeile Das Mädchen und der Kommissar gefallen? Komm, sehen Sie In diesem Fall hier sind Sie außerdem gefühlsbetont Kühl muss man bleiben Pilchs idiotische Allgemeinweisheiten Brian Kottern in Wut Pilch ist aber noch nicht fertig Es wird zwar hart unter den zahlreichen Kunden Die jungen Dame, den Mörder zu finden Aber das lassen Sie meine Sorge sein Muss kein Kunde gewesen sein Ich kann mir niemand anderen vorstellen Der in Frage kommt Kottern nimmt den Ditznasleiter die Peitsche kurz ab Knallt in die Luft Na vielleicht, ihr Domteur? Pilch hört gar nicht mehr zu Nimmt Schrammel bedeutungsvoll zur Seite Er fängt in unverbindlichem Sington einen Satz an Wenn wir von der Ärztin die genaue Tatzeit haben Die wissen wir längst Wird Kottern heftig So, präzise, elf Uhr einunddreißig Danke, sagt der Ditznasleiter Und täuscht ein ernsthaftes Gesicht vor Wo waren Sie um halb zwölf, Kottern? In der Pizzeria Metro Gibt es Zeugen? Meine Frau Und mich? Kommt Aloysia Kottern zu Hilfe Dann scheiden Sie als Verdächtiger aus Jetzt spielt Pilch den höchst Erleichterten Und zieht Schrammel an einem Jackenärmel ins Vorzimmer Der spinnt, sagt Kottern Er schaut seine Mutter an, wird laut Dich lasst er stundenlang und illegal an den Tatort Ich werde ihm das nicht ausreden Bleibt Aloysia Kottern gelassen Wer hat denn die Verena gefunden? Die Hausmeisterin? Niemand Die Polizei ist anonym angerufen worden Nimmst du mich nach Hause mit? Wir müssen doch herkommen Dax ist wirf neuerdings auch Personen über 70 befördern Im Skoda schweigt Kottern beharrlich Ein beschwingter Moderator kündigt im Autoradio die besten drei der österreichischen Hitparade an Kottern dreht ab, weicht zu der selbst zusammengestellten Kassette aus Riders in the Storm Aloysia Kottern schneidet Zum Lenkern des Autos die Kottern überholt Verschiedene Gesichter Los dies, verlangt Kottern Du fühlst dich doch sonst nie für mich verantwortlich Sagt seine Mutter und setzt für den nächsten Wagen ein besonders dummes Gesicht mit heraushängender Zunge auf Wenn du mit mir redest, hör ich auf damit Bewilligt Welches Thema? Hast du die Tür angeschaut? Links oder rechts? Die Eingangstür von der Leskova? Flüchtig, sie ist aufgebrochen worden Stimmt, schmunzelt Aloysia Kottern und setzt eine Pause Aber von innen Kottern steigt auf die Bremse Ein nachfolgender Opelfahrer hupt wütend Ist es sicher? Ganz sicher Kottern schaltet jetzt noch den Kassettenspieler ab Was schließt du wieder raus? Sagt er und beschleunigt wieder Keine Ahnung Du musst selber denken Und das nächste Auto, dem Kottern vorfährt, ist eine Funkstreife Kotterns Mutter fällt ihr abgebrochenes Spiel ein Sie kurbelt das Seitenfenster nach unten, beugt sich hinaus und schreit laut um Hilfe Ilse Kottern schläft bereits, als der Mann kurz vor Mitternacht ins Bett kommt Kottern liegt auf dem Rücken und studiert die Lichtflecken am Plafond Ein paar Minuten fühlt er sich wie Hinterbliebene an offenen Gräbern, die doch nur sich selber beweinern Ein Vatersatz fällt ihm ein Buben weinen nicht Die aufgebrochene Tür bei Vera Leskova beschäftigt Kottern Verena hat ihren Mörder geöffnet, das hat Kottern selbst gehört Die Tür muss also nach dem Mord aufgebrochen worden sein Wieso von innen? Der Mörder kann die Wohnungstür offen gelassen haben Ein späterer Besucher hat die Wohnung betreten und die Tür unabsichtlich ins Schloss fallen lassen Dieser Unbekannte hat sich befreien müssen Wahrscheinlich hatte auch die Polizei antelefoniert So muss es gewesen sein Kottern legt die linke Hand auf Ilses Rücken Sie dreht sich im Schlaf noch weiter weg, atmet gleichmäßig weiter Was ist schon ein Orgasmus? Hat Erika vor ein paar Wochen zu Kottern gesagt Ein Lächeln zwischen den Beinen, das einem schnell wieder vergeht Sonntag 13.15 Uhr Karl Honemann parkt seinen blauen Lincoln Continental 1983 mit den rechten Rädern auf dem Gehsteig der Brigitte Nauer Lende Bis halb elf war er im Café Läusl in der Hainestraße, wo er ein paar Stunden mit Kollegen gewürfelt und insgesamt drei gelb gefärbte Eier verzehrt hat Nachher stand sein persönlicher Osterspaziergang Mit der 17-jährigen Handelsakademikerin Ines Wittmann Einer Zufallsbekanntschaft, der er seit Anfang des Jahres den Industriellen mit gediegenen Manieren spielt Ihr Pudelblitz, durchaus passend für einen Osterspaziergang, war bei der Unrundung des Heustadlwassers die ganze Zeit dabei In seiner Brieftasche hat Honemann ein Color-Bild der Schülerin Wie ein kindischer Gymnasiast mit großen Schneidezähnen und Sommersprossen Ines ist groß, Kastanienbraun, schlagfertig, schön Sie versteht es, Honemanns Seele zu streicheln Für Honemann, immerhin seit 18 Jahren im Gewerbe, ist Ines Wittmann die erste weibliche Naive, die er nicht abrichten will Sogar Zukunfts- und Heiratspläne hat er schon gewälzt Erzählt hat er niemals davon Die Wohnungstür im zweiten Stock ist nur angelehnt Honemann wartet eine halbe Minute ab, horcht in die Wohnung, bevor er die Tür vorsichtig aufschiebt Er weiß gleich, dass Verena tot ist, geht gar nicht bis zu ihr hin Seine Pläne mit ihr, fällt ihm unwillkürlich ein, sind nichts mehr wert In der Wohnung ist keiner versteckt, gestohlen hat der Mörder offenbar nichts Vom Geldpaket in der obersten Lade des Wandverbaus fehlt nicht ein Schein Honemann verteilt das Geld in beiden Innentaschen In seinem Zimmer schaut er sich die Videoaufnahmen von heute an Den Bärtigen hat er schon öfter gesehen Er kann sich auch erinnern, dass sich der Mann bei seinem ersten Besuch als Apotheker vorgestellt hat Vielleicht ist es die Wahrheit Als Honemann wieder aus der Wohnung will, steht er vor versperrter Tür Schon möglich, dass er vorhin die Tür von innen zugedrückt hat Aber jetzt passt sein Schlüssel nicht ins Schloss Irgendwer hat ihn in eine Falle laufen lassen Honemann rammt mit der linken Schulter die Eingangstür Vergeblich, weil die Tür nach innen aufgeht Dann fällt ihm das Stemmeisen im Sicherungskasten ein Nach zwei Minuten ist er im Stiegenhaus Außen steckt Verenas Schlüssel mit dem Panda-Anhänger Den hat er vorhin bestimmt nicht übersehen Der Mörder muss einen Stock höher gewartet und Honemann in die Wohnung gesperrt haben Honemann steckt jetzt auch Verenas Schlüssel ein, zieht die Tür zu Im Aufzug merkt er, dass er noch immer das Stemmeisen in der Hand hält Im Haus begegnet ihm zum Glück kein Mensch Das Ausbruchswerkzeug findet ihm Handschuhfach unter dem Straßenverzeichnis Um den entwerteten Parkscheinen Platz Honemann fährt ohne Eile ab, biegt bei der nächsten Ecke rechts ein Und hält ein paar Gassen weiter schon wieder an In einem winzigen, namenlosen Espresso Versuchte er bei einem großen Korn zu überlegen Obrigkeitlich, ein Wort, das Herbert Pillich auf der Zunge zergeht Warum hat man ihn nicht nach seinem Lieblingswort gefragt? Erika Letowski, 42 Jahre, Verkäuferin Zugegeben, es war meine Idee Ich habe den Dolphy in einer Laune darauf vergattert, mit mir ein einstiegiges Hotel aufzusuchen Obwohl wir es bei mir durchaus bequem haben Ich war halt neugierig Eine Freundin hat mir das Hotel Orient empfohlen Kommt nicht in Frage, hat der Dolphy gesagt Das Orient ist was für Ehepaare, die einmal statt langweilig verrucht sein wollen Ein teurer Schwindel Das Monopol im vierten Bezirk ist ihm angrifflich zu vornehm Die Spinne im vierten wird gerade an der Fassade renoviert Ich will keinen Maurer als Zuschauer haben, hat der Dolphy gesagt Seine Wahl ist schließlich aufs Adlon in der Hofe Niedergasse im zweiten Bezirk gefallen Ein Hotel, das seiner Meinung nach mies genug ist Das Adlon in Berlin soll ja das beste Hotel der Welt gewesen sein Um 16.20 Uhr ist Honemann auf der Stadtautobahn unterwegs In dem vierzehnten Bezirk, wo er eine Gasunier besitzt 1981 hat er sie auf seinen Namen angeschafft Ein falscher Name, findet er jetzt, wäre damals besser gewesen Von hinten drängt ein dunkler Mercedes Honemann weicht in die erste Spur aus Der Mercedes wechselt von ihm sofort wieder den Fahrstreifen und wird langsamer Im Heckfenster des Mercedes taucht eine Nachricht für Honemann auf Stopp, Polizei Honemann zögert nur kurz, hält dann den Lincoln hinter dem zivilen Polizeiwagen an Zunächst glaubt er bereits wegen der Toten Verena angehalten zu werden Ein Polizist bleibt im Mercedes, der andere in einer Uniformweste will die Wagenpapiere sehen Der Beamte vergleicht die Zulassungsnummer mit dem Kennzeichen hinten Wie schnell sind Sie Ihrer Meinung nach gefahren? Fragt er, als er wieder neben Honemann kommt Ich weiß nicht, wissen Sie es? 120! Das ist sicherlich zu schnell, gibt sich Honemann reuch Tut mir leid, ich hab mich da aufgepasst Wollen Sie 300 Schilling zahlen? Na, ob jetzt so ist sie Honemann holt aus der rechten Hosentasche drei verdrückte Hunderter und hält sie aus dem Fenster Der Polizist füllt in aller Ruhe den Strafzettel aus, bevor er zum Geld greift Honemann redet sich ein, dass er unbedingt Geduld haben muss Der Polizist beugt sich noch einmal zum Seitenfenster Sie haben da noch einen zweiten Führerschein, sagt er und zeigt auf die Mittelkonsole Wem gehört denn der? Meiner Frau, behauptet Honemann und ist sicher, einen Fehler gemacht zu haben Weil es sich um ein unerlaubtes Duplikat seines Führerscheins handelt In Ordnung, meint der Polizist, salutiert und geht zu Mercedes zurück Honemann wartet, bis der Polizeiwagen losfährt, dann startet er Auf der Abfahrt Altmannsdorf beschließt er endgültig, die Gasonnier zu meiden Lieber für ein paar Tage in ein unauffälliges Hotel zu übersiedeln Den bärtigen Apotheker wird er aufspüren und zumindest zur Rede stellen Egreacte, verspricht er sich selber über den Innenspiegel Was mich an Kriminalgeschichten und Kriminalromanen reizt, kann ich in drei Worten sagen Das ewige Duo Seit ich Kriminalromane systematisch lese, verachte ich Einzelgänger, egal ob sie Leo Archer, Potter Brown, Kommissar Berlach oder von mir aus Mike Hammer heißen Was will ich damit sagen? Mir gefällt nur das kriminalistische Tandem Erfunden hat es, nehme ich an, vor etwa 100 Jahren Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes ist an sich ja nur die niedergeschriebene Eitelkeit des Autors, der angeblich den Schweizern auch das Skifahren beigebracht hat Die Figur des obergescheiten Blindlings den richtigen Pfad in den Unwahrscheinlichkeiten findenden Rechercheurs ist unwichtig Wert bekommt Holmes ja nur durch seinen Assistenten und unermüdlichen Biografen Dr. Watson Und mit Holmes und Watson beginnt die Reihe der Duos in der Kriminalliteratur Bei Sherlock Holmes sind verschiedene Schwächen angedeutet, leider nur angedeutet Natürlich gehört Holmes zu den willensstarken Exemplaren, die sich jederzeit aus eigener Kraft vom Kokain befreien könnten Schwächen und Marotten haben auch den Nachfolger von Holmes, die leiden aber an ihren Schwächen Holmes steht über den Dingen, experimentiert nur, lange Reden, kurzer Sinn Mir ist Sherlock Holmes samt Erfinder durchaus unsympathisch James Bond würde sagen, widerlich, einfach widerlich Ziemlich perfekt hat das Holmes-Watson-Schema Rex Stewart in den Nero-Wolf-Romanen exekutiert Die gleiche Geschichte mit dem spannenden Vorteil, dass Wolf dezidierter Menschen- und Frauenfeind ist Statt Watson gibt es Archie Goodwin, der auch kein gleichwertiger Partner ist Mir fällt auf, dass die irische Erfindung des genialen Ermittlers plus des realistischen Assistenten sich vor allem in den USA und in Deutschland im TV durchgesetzt hat Kein deutscher Fernsehdetektiv ohne logisch stimmliches Helferlein Nur Kommissar Keller hat gleich drei Deppen benötigt Fernsehermittler gehören für mich zur Literatur Von den Holmes-Stories führt ein direkter Weg über die Heftchenkultur der 50er Jahre zu den TV-Duos Die amerikanischen Duos sind übrigens nicht besser als die deutschen In den Straßen von San Francisco liquidiert der Jungpolizist Heller in jeder zweiten Folge einen Gangster Prägt trotzdem jedes Mal einen moralischen Kollaps und muss erst wieder von Vater Stone mit Hamburgern und Cola aufgebaut werden Was ich schreiben möchte, soll banal, unterhaltsam, läppisch, böswillig und trotzdem nicht verlogen sein Außerdem will ich der Erste sein, der ein wirklich gleichwertiges Kriminalisten-Duo auf die Beine stellen kann Ziemliche Ansprüche, oder? Gespräch im Citroën, die S21 Schremser Ist das deine private Kamera? Schraml Ja, ab sofort mache ich die Tatortfotos selbst Schremser Brav Schraml Früher bei der Zeitung habe ich nur Selbstmörder und Hundertjährige fotografieren dürfen Dabei würde ich sogar den Weltuntergang fotografieren Schremser Und wem wirst du dir Büder noch erzählen? Cotton hat sie dem Wecker auf genau 7 Uhr gestellt Montag, 20. April Seit halb sieben ist Cotton wach und schaut alle fünf Minuten auf die rote Digitalanzeige über seinem Kopf An und für sich wäre heute für ihn auch noch dienstfrei Aber wenn er im Leskova-Fall etwas unternehmen will, was er nicht soll, muss er heute unbedingt ins Büro Möglichst früh Bevor der Wecker Alarm geben kann, steigt Cotton aus dem befreit ächzenden Bett und holt sich frische Wäsche aus dem Kasten Ilse dreht das Licht auf, ihr Nachtkästchen auf Musst du schon weg? Ihr möchtet am Ochte im Büro sein Ja, ja, sagt Ilse Dienst ist Krieg Der Satz ist Cotton geläufig Er weiß aber nicht mehr, ob er von Mickie Spillane oder Alfred Schraml stammt Unter der Brause 38 Grad geht dem Schraml nicht aus dem Kopf Für Schraml hat eigentlich nur die Arbeit Bedeutung, in der er aber selten Bestätigung findet Den warmen Platz unter der Dusche muss Cotton früher räumen, als ihm recht ist Ilse hat es eilig, weil sie für halb neun eine Friseuse bestellt hat Um elf soll sie mit Cottans Mutter in einer Agentur vorsingen Angeblich denkt der Besitzer des Wiener Moller Rouge an eine längere Verpflichtung der singenden Damen Auf dem Gasherd in der Küche gurgelt die italienische Espressomaschine Gerhard ist schon auf und hat die Eltern im Badezimmer gehört Cotton halbiert ein paar bröselnde Semmeln, die Gerhard im Backrohr wiederbelebt hat Den Küchentisch befreit Cotton von einer der hektografierten Protestnoten Erst auf den zweiten Blick merkt er, dass es nicht mehr um die Waffenexporte nach Südamerika geht Soll ich schon wieder unterschreiben? Nur lesen Er sagt Gerhard, der selbst Hagebutentee aus einer dünnen Japanschale schlurft Jetzt nicht Du kannst es mitnehmen Du hast anscheinend genug davon Noch circa 2000 Gerhard lacht und verschluckt sich Cotton falte das Flugblatt, schiebt es in die rechte Sakotasche Beim Falten ist ihm ein Name auf dem Blatt aufgefallen, der ihn neugierig macht Klaus Barbie Wahrscheinlich wird er sich den Wisch doch vornehmen Lyrik am schwarzen Brett Jetzt habe ich schon sieben Frauen erdrosselt In Aktenzeichen XY nehmen sie keine Notiz von mir Als Cotton seinen Skoda, der nur mit drei Zylindern dahin ruckt, auf den Hof des Sicherheitsbüros lenkt, ist die erste Enttäuschung des Tages fällig Der Hof liegt ruhig und einsam zwischen den beschädigten Fassaden Nur der Peugeot des Betznatsleiters drohnt schon genau im aufgemalten Rechteck Cotton beschränkt sich auf einen verdammt Gedanken Er will noch einen Versuch bei Pilch riskieren, schaut deswegen gleich im Büro des Betznatsleiters vorbei, das unversperrt ist Das Büro ist leer und wirkt bedrohlicher als je zuvor Auch ohne Pilch Auf dem Schreibtisch liegt Cotton's unaktuelle Leskova-Mappe Sofort vermutet Cotton den Vorgesetzten in seinem Unschremsers Büro Aber auch da ist der Betznatsleiter nicht zu finden Mit einem Becher Automatenkaffee setzt sich Cotton an den Computer Bald weiß er, dass Wilma Beranek nach wie vor registriert ist und die amtlichen Untersuchungstermine einhält Derzeit nennt sie sich Babette oder Brigitta Sie wartet in der Exodus-Bar von 11 bis 22 Uhr auf männliche Opfer Der Name der Bar in der Taborstraße dürfte auf ein Missverständnis zurückzuführen sein Wahrscheinlich war ein exotischer Titel gefragt Auch die Telefonnummer Wilma Beraneks weiß der Computer Cotton hat nicht die Absicht, sein Coman anzukündigen Er lässt sich die Informationen ausdrucken Die zweite Anfrage gilt Verena Leskova Ihre Arbeitsadresse scheint auf Über den eventuellen Zuhälter Verenas gibt es keine Angaben Dafür hat schon jemand den Todestag Verenas eingegeben Sogar mit genauer Uhrzeit Auf dem Schreibtisch Schrammels legt das Buch Illegal das große Verbrecherlexikon Ausgabe 1976 Ein Holzlineal und eine flüchtende Bücherlaus sind das Lesezeichen zwischen den Seiten 126 und 127 Mitten im Kapitel über Massenmörder Die Zeilen über Peter Kürten, der wegen Mordes in neun Fällen am 2. Juli 1931 hingerichtet wurde Scheinen Schrammel beschäftigt zu haben Die Tatsache, dass Kürten die Henkers Mahlzeit Wiener Schnitzel, Bratkartoffeln und eine Flasche Wein Zweimal gegessen hat, ist mit Bleistift angekreuzt Schrammelser pfeift das eher vergessene Thema von Kaiser Bills Redman, als er das Büro betritt Die Möglichkeit bei Impf anzurufen, haben bis gestern zwei Pelikan-Gäste wahrgenommen Beide wollten den Mund erst aufmachen, wenn ausführlich über Geld gesprochen worden ist Über Geld wollte sich Schrammelser nicht unterhalten Er setzt auf den morgigen Dienstag Wo kann der Billig stecken? fragt Kürten Der ist mit einem Dienstwagen unterwegs, sagt Schrammelser Den Schrammel hat er mit Aha, spricht er mit der Beranek? Schrammelser zuckt die Achseln und zündet sich die erste Reno an Auf jeden Fall hat er sich einen Haftbefehl im Stellverfahren beschafft Aha, hat er dich angerufen? Der Staatsanwalt Wen würde der Billig verhofften? Keine Ahnung, aber ich kann es dir auspendeln Schrammelser nimmt drohend seine Uhr mit Silberkettchen aus seiner jagdgrünen Weste Cotton holt sich einen zweiten Becher Kaffee Um neun kommen Schrammel und Billig ins Büro Schrammel blickt gleichgültig Billig aufgeplatzte Wangernäderchen glühen Alles erledigt? fragt Schrammelser beiläufig Er spürt, dass die Verhaftung nicht gelungen ist Wir wollten den Benescheck verhofften Stimmt Schrammel und lässt seinen Drehsessel sinken Das Verbrecherlexikon schiet er zurück in die Tischmitte Cotton schnupft überrascht auf Er begreift nicht, wieso Billig ausgerechnet auf Benescheck verfallen ist Wo ist er? sagt Schrammelser Wir haben ihn nicht verhaftet Billigstimme klingt bitter Der Dezernatsleiter ist mit dem Rücken zur Tür mit der Milchglascheibe stehen geblieben Wir wollten ihn bei seinem Verkaufsstand einpacken Zwei Stunden haben wir gewohrt Das ist Schrammelfort Erst dann habe ich den Zettel gesehen, das heute aus privaten Gründen erst am Nachtmittag um zwei aufgemacht wird Na was jetzt? Cotton versteckt sein nicht zu bremsendes Grinsen hinter der linken Hand Wir holen ihn uns um 14 Uhr Sagt Billig mit schon wieder enthusiastischen Augen Ja, der ist sicher daheim, meint Cotton Sie können ihn anrufen Der ist sicher nicht daheim, entscheidet Billig Wenn er aus privaten Gründen später aufsperrt Nur vielleicht will er nur ausschlafen oder noch wenn umbringen Cotton schenkt Billig einen gesenkten Blick Billig schüttelt abfällig den Kopf, dreht sich um, starrt die Tür an Bei Schrammels hat Cotton's Hinweise gezündet Der Assistent hat im Telefonbuch die Nummer von Gottfried Benischek gesucht und gefunden Er wählt Benischek an Was ist mit den Geritzer-Ermittlungen? Billig hat jetzt die Arme verschränkt Eine Pose, die erste Warnung signalisieren soll Wir kontrollieren ja die ehemaligen Freunde und Komplizen Zerkottern Mehr Ich unterschrabe, wenn ich gerade einen geschlossenen Würstelstand umzingeln muss Sie können ihn haben Am Nachmittag ist der Dusani da, der begleitet mich zur Verhaftung Dusani ist im Rang Cotton gleichgestellt Differenzen hat Cotton mit dem anderen Gruppenleiter nur wegen dessen ständiger Eitelkeit Dusani gilt im Haus als progressiv, weil er den Spiegel abonniert hat Und seit zwei Jahren Berichte nur mehr auf Umweltschutzpapier anfertigen lässt Waren Sie bei der Frau Beranek? Gestern noch Faucht pillig und gibt die Beobachtung der Bürotür auf Ihr Hinweis war wie erwartet einen Schmarrn wert Kein vernünftiges Wort habe ich aus der Wachtel herausbekommen Und wer hat den Benischek angeschwürzt? Einige Er ist Stammkunde bei der Leskova gewesen Aha, die Nacht vom Donnerstag auf Rätokotzi bei ihm verbracht? Sagt Cotton Der beinahe geflüsterte Satz ist eigentlich nur für ihn selbst bestimmt Sind Sie von der Tür gestanden? Die besseren Hinweise behalten Sie wohl für sich Die Hausmeisterin auf der Lände hat ihn gestern am Vormittag im Haus gesehen Wir haben mehrere Zeugen dafür, dass er der Leskova mehrmals gedroht hat Und handgreiflich geworden ist Sein Geschäftchen war gestern zwischen elf und eins zufällig auch geschlossen Und die Tatwaffe hat er ihnen per Nachname geschickt Ein Geständnis habe ich noch heute Nachmittag Ist pillig sicher In dem Alter sind Steher selten Schrammel legt den Hörer ab Benischek hat sich nicht gemeldet Schremser fischt ein handschriftliches Blatt Mit Adressen und Namen der Komplizen Geritzers aus seiner mittleren Lade Du überprüfst die ersten drei Bestimmt Schremser Die Adressen sind vom Meldeamt bestätigt Heute ist Freitag Sagt Schrammel Umso eher werden die Herrschaften zu Hause sein Ihre Zeilen zum Thema Warum will ich gerade Kriminalliteratur verfassen Haben bei mir ein kräftiges Doscherher ausgelöst Sie scheinen doch schon viel mehr Schriftsteller zu sein Als sie zugeben wollten und ich mir gedacht habe Einiges an gekonnten Handwerk setze ich ab heute bei ihnen voraus Das mäßigste an ihrer Arbeit war der Titel Aber der war ja von mir Spaß beiseite Ich merke, es wird für mich nicht leicht Ihnen konstruktive Kritik und Hilfe anzubieten Zwei grundlegende Fehler haben ihre Gedanken doch Einerseits sind sie zu keck vorgetragen Aus voller Überzeugung Der Leser wird schon ihre Meinung haben Achtung Sie können und dürfen überzeugt sein Aber beim Schreiben müssen sie erst überzeugen Andererseits haben sie Natürlich, meine ich Noch nicht den Punkt Keine Angst vor dem Rotstift beherzigt Da ist noch so manches Wort zu viel Alles in allem aber Ein erfreulicher Start Wir können uns Neben den allgemeinen Übungen Bald an der ersten speziellen Aufgabe Versuchen Mein Skoda steht schon wieder im Parkverbot Dieses Mal direkt vor der Exodus Bar Ein Lockvogel für Politesten und Funkstreifen Die Tür zur Bar lässt sich nicht aufdrücken Ich läute an Die Vorgeschichte der Bar ist mir bekannt Früher war da die Hausbesorgerwohnung Später ein Geschäft für platzsparende Duschkabinen An der Innenseite der Auslage kleben Eisrevue-Plakate Niemand öffnet Ich läute ein zweites Mal Schämen Sie sich! Zischt ein Passant Der seinen Dackel in einer Tasche auf Rollen vorbeizieht Wahrscheinlich der Bezirksvorsteher persönlich Der Hund kann nur mit dem Kopf aus der Tasche schauen Und kläfft wie bestellt Im Hausflur gibt es einen zweiten Eingang An der Tür brennt eine kleine rote Glühbirne Zuerst halte ich das Licht für die symbolische rote Laterne Dann verstehe ich, dass es nur ein Besetztzeichen ist Ich klingle trotzdem Im Briefkasten ist ein Lautsprecher versteckt Ein paar instrumentale Takte aus Ein Mann und eine Frau begrüßen mich Danach meldet sich eine Frau Ihre Stimme klingt wie auf einem Anrufbeantworter Servus! Du leutest bei Papett Nett, dass du zu mir gefunden hast Im Moment bin ich leider verhindert Ich bin blond, langbeinig, erfahren und verständnisvoll Vielleicht kommst du in einer Viertelstunde wieder vorbei An der Ecke ist eine kleine Konditorei Da gibt es ausgezeichnete Mehlspeisen und molligen Kaffee Versuche es noch einmal, ich freue mich Jetzt geht die Tür auf Ein Glatzkopf mit dicker Unterlippe kommt mir vorsichtig entgegen Der Nächste? Ja, da ist! Schreit eine Frau von drinnen Los, sind das Leber! Flüstert mir der Mann wohlmeinend zu Er muss es ja wissen Ich lasse mich nicht aufhalten Gegenüber der Tür ist eine Waschmuschel Eine großgewachsene Frau, die nur grüne Strümpfe und schwarze Lackschuhe anhat Dreht mir den Rücken zu Sie steht mit dem rechten Fuß in der Muschel Spritzt sich Wasser zwischen die Beine und unter die Achseln Was darfst du sein, Burschel? Sagt sie Ich schweige Sie dreht das Wasser ab Greift zum Badetuch und dreht sich um Ihr Blick wird sofort ernst Ich erkenne sie wieder Noch eine Auskunft? Beantwortet sie sich selbst Kennen sie mich? Polizeigesicht, da vergesse ich nie Kommt, euer! Sie geht zu den Foteus, die mit grauen Tüchern bespannt sind Und schenkt sich einen Amaretto Nisarondo ein Ich folge ihr, setze mich hin Weit und breit keine Bar An den Wänden hängen gebleichte, verjährte Nacktfotos von Heidi Brühl aus einem Herrenmagazin Wilma Beranek schätzt sich auf 45 Macht es dich verlegen, wenn ich so bleib? Sagt sie Na, lüge ich Geht's um die Verena? Sie setzt sich nicht hin, bleibt in Geruchsweite Jo Wo gehst denn schon einer da wegen ihr? Ist mir bekannt Der war Eine dumme Nummer Wieso? Sie zeigt auf die Handschelle neben dem französischen Bett Die an der weißen Wand befestigt sind Das Ei hat sie selber gefesselt Und Fragen sind ihm auch keine eingefallen Nach fünf Minuten hab ich ihn befreit Und er ist mit rotem Schädel abgezogen Was willst du wissen? Wer für die Verena verantwortlich war? Verantwortlich? Sie schaut mir durch den Kopf Klingt idiotisch Na wer? Der Honemann Wer heißt denn der im Ganzen? Karl Honemann Wir sagen Hanne zu ihm Wo finde ich ihn? Um die Zeit? Sagt sie Ohne zu überlegen In der flochen Wohnung Auf der Lände Da wird er nicht sein Ich schlage mit der flachen Hand Auf den Glastisch Ich weiß jedenfalls nicht Wo er wohnt Geht er in bestimmte Lokale? Die Läuseln gehen alle ins Läusel Ihr gefällt das Wortspiel Das ich nicht verstehe Du brauchst einen Dolmetscher Findet sie Ein Zuhörter heißt bei uns Läusel Und das Stammcafé heißt deswegen auch so Originell Siehst du das? Da sagt sie und trinkt aus Schon wieder was gratis gelernt Ich befinde mich bereits auf den Spuren des Betznatsleiters Mir fallen auch keine echten Fragen mehr ein Warum heißt denn doch hier nicht Wilma? Da Wilma nur Fred Feuerstein geil findet Ja Babette imponiert mir ja auch nicht Gefällt dir Irmala Dus besser? Ja und Exodus ist überhaupt Ein Lapsus Den Namen hat meine frühere Kollegin aufgebracht Es war Philippinen Möchtest Oberlehrer werden? Ich stehe auf sie Es ist größer als ich Und rührt sich nicht von der Stelle Ich mache einen Schritt zurück Angst? Ihre Augen lachen mich aus Wie lange arbeitest denn du schon hier, Allah? Du bist eine geborene Romane mit Herzleser Sagt sie Die Philippinen habe ich noch drei Wochen gestanzt Die Männer haben meistens sie ausgesucht Und ich habe durch die Finger geschaut Weil sie jünger war Weil sie glaubt haben Dass sie ihre Schlitzchen quer trugt Ich gehe noch zwei Schritte zurück Fange von vorne an Dem Bild hast du von dem Hohnemann nichts gesagt Soll ich beantworten, was er mich nicht fragt? Eher Nachwuchs ist daneben War mein Chef Verteidige ich mich Für die ist der Hohnemann nicht zufällig auch zuständig? Ich komme ohne Schutzenkel aus Ihre Augen funken plötzlich Schon lang Die Verena war doch eine Freundin von dir Was wüssten jetzt noch ihren? Noch eine herzbewegende Geschichte? Dem Harni weint niemand noch Du glaubst, er hat sie umgebracht? Na wer sonst? Sie schenkt ein zweites Mal ein Etwas mehr als vorher Weißt du, warum ich so viel Geduld Mit deinen elenden Frauen hab? Nein, geb ich zu und stehe In der kompletten Niederlage Weil inzwischen keiner Angeleitet hat Die erste Adresse, die Schrammel ansteuert Ist im sechsten Bezirk Gumpendorfer Straße Ein Mietshaus mit zwei Stiegen Schrammel kommt gar nicht ins Haus Weil das Tor abgesperrt ist Der Mann, den er hier befragen soll Heißt Gustav Aumeier Scheint aber nicht daheim zu sein Schrammel drückt rasch hintereinander Die Klingelknöpfe Bitte Sagt schließlich eine Frau Mit schwankender Stimme Prost Behauptet Schrammel Und hält das für einen akzeptablen Einfall Heute nicht Sagt die Frau Und denkt nicht daran zu öffnen Konrad Behringer 62 Jahre Empfängt Schrammel im gefälschten Jugendstilsalon Sein Dornbacher Villa Behringer ist Lederfabrikant Und gerade beim Rasenmähen Zum ersten Mal heuer gewesen Als Schrammel angeleutet hat Behringer hat ein paar Grashalme Auf der schwitzenden Stirn kleben Und bietet freundlich schottischen Whisky Persönlich geschmuggelt an Schrammel lehnt ab Ich hab mir gedacht Dass sie mich befragen wollen Er öffnet Behringer ohne Zögern Schrammel sitzt auf einer harten Lederbank Ohne Lehne Und ist schon aus dem Konzept gebracht Ja Der Strelzke ist tot Alle die damals mit ihm zu tun gehabt haben Werden jetzt vermutlich aufgesucht Was haben sie mit dem Strelzke zu tun gehabt? Fragen sie mich nicht Sachen Die in ihren Akten stehen Ja sie haben seine Geschäfte finanziert Nehme ich an Richtig Ich bin bedingt verurteilt worden Und nie mehr aufgefallen Hatten sie zuletzt mit dem Geritzer Beziehungsweise Strelzke Kontakt? Einer der ausgetrockneten Sätze Die Schrammel liebt Ja ich hab ihn seit meiner Verhandlung Nimmer mehr gesehen Telefonischen Kontakt? Auch nicht Und Briefe schreibe ich seit dem Krieg nicht Schrammel ist nach 10 Minuten froh Die kalte Lederbank verlassen zu können Der dritte auf der Liste Heißt Ludwig Bertalan Und wohnt in einem halbwegs neuen Reihenhaus In der Grottenbachstraße Auch hier wird Schrammel gleich eingelassen Ein etwa 30-jähriger dicklicher Mann Im Trainingsanzug Wirft einen Blick auf Schrammels Ausweis Und führt den Kriminalbeamten Auf der Terrasse Hinters Haus Im Kamin brennt ein halber Apfelbaum Bertalan bietet Filterkaffee an Schrammel nimmt dieses Mal an Das Alter Bertalans Macht Schrammel nicht misstrauisch Ich muss nach Hanne Strelzke fragen Sagt Schrammel Ja warum nicht? Sie wissen dass er tot ist? Ja schon Haben sie ihn in den letzten Jahren noch getroffen? Ja ich hab ihn nie getroffen Ich hab ihn gar nicht gekannt Das weiß ich besser Schrammel hustet vor der Aufregung Kaffee auf die Untertasse mit Goldrand Sind sie Ludwig Bertalan oder nicht? Ja ich bin ich aber Ich war zwei Jahre alt Als das Gericht Strelzke Aus dem Verkehr gezogen hat Entschuldigung Sagt Schrammel Und spürt Wie es ein halber Blutvorrat Zum Kopf drängt Der Strelzke Hat meinen Vater damals betrogen Entschuldigung Sagt Schrammel noch einmal Wo finde ich ihren Vater? Weithausenstraße 52 Antwortet Bertalan schnell Türnummer? Keine Türnummer Schrammel trinkt nicht weiter Verabschiedet sich Macht eine Verbeugung Und sprintet aus der peinlichen Szene Den Polizeiwagen lässt er eine halbe Stunde später In der Hütteldorfer Straße zurück Die Weithausenstraße führt leicht bergauf Schrammel macht sich auf eine Serie Wahrscheinlich wieder unnötiger Fragen gefasst Während er die Straße hinauf watschelt Als er bei der übergroßen Gusseisenzahl 52 ankommt Braucht er nicht einmal eine Frage zu stellen Unter der Zahl steht etwas kleiner Städtischer Friedhof Johann Dussani mit jugendlicher Dauerwelle bis zur Nasenwurzel Lehnt den Verhaftungsplan des Dezernalsleiters ab Gegen die Verhaftungsabsicht hat er bei der beschriebenen Beweislage nichts Seiner Meinung nach muss Beneschek Bevor er den Schnellimbiss um zwei öffnet In seiner Wohnung aufkreuzen Beneschek, ist er überzeugt Wird zum Beispiel Wechselgeld benötigen Das hat Beneschek sicher nicht in der Würstelbude gelassen Und die Banken haben zu Schremser schließt sich der Argumentation an Um halb zwei stehen Pilch und Schremser Vor der hellbraun furnierten Tür einer Erdgeschosswohnung Bei der Florelsdorfer Brücke Wieder ein Gebäude aus der Kaiserzeit Dieses Haus hat der Hofbarmeister Josef Wünsch nur geplant Errichtet hat es eine Firma Doppler Schremser sieht dem Wünsch schon den Kopf einer K&K-Baumafia Gottfried Beneschek, bereits im sauberen weißen Arbeitskittel Öffnet sofort, schaut Schremser fragend an Der ihm bekannt vorkommt Pillig scheucht Beneschek zurück ins Vorzimmer Nachdem er seine Kokarde gezückt und wieder weggesteckt hat Bin ich festgenommen? Will Beneschek wissen Wie kommen Sie darauf? Pilch dreht sich einmal um die eigene Achse Bewundert die gemalten, kitschigen Allegorien An den Vorzimmerwänden Na bei euch weiß man ja nie, sagt Beneschek Schremser hält ihm stumm den Haftbefehl hin Beneschek protestiert nicht und zieht seinen leichten Arbeitsmantel aus In der Wohnung der Florelsdorfer? Wollen Sie ja nie Bilch kann sich nicht zurückhalten Nie Unser Erkennungsdienst hat ihre Fingerabdrücke dort gefunden Etliche Ah, und womit verglichen? Schremser weiß nicht, ob der Dezernatsleiter blöfft Oder der Erkennungsdienst wirklich verwertbare Spuren gemeldet hat Näher scheint in unserer Kartei auf Off genug Schäckbetrug 1972 und 74 Meint Beneschek kleinlaut in Richtung Schremser Beneschek spreizt seine langen, nicht einmal dicken Finger Die Hände, glaubt Schremser für den Augenblick, gehören gar nicht zum unbeholfenen Restkörper Wir reden bei uns weiter Bestimmt Bilch Darf ihr einen Mantel anziehen? Fragt Beneschek Freilich, sagt Bilch Großzügig und zufrieden Beneschek öffnet eine der vier Türen, verlässt das Vorzimmer Schremser schreitet im selben Moment zum Telefon auf der Schuhkommode Er hebt ab und wählt eine kurze Nummer Privatgespräche auf Kosten Verhafteter Es ist dienstlich, behauptet Schremser und hält die Sprechmuschel zu Aha, wen rufen Sie denn an? Die Polizei, sagt Schremser Sie sollen ihn wieder einfangen Der Dezernatsleiter macht ein dummes Gesicht Wir haben 23 Grad im Schatten und die Wohnung liegt im Erdgeschoss Pillig stürmt ins Zimmer nebenan Beneschek ist weg, hat die Wohnung durch das weit geöffnete Fenster verlassen Pillig sieht den Flüchtling gerade noch, wie er aus dem Hinterhof läuft Für eine Verfolgung ist Pillig der Abstand vom Fensterbrett zum Betonboden zu groß Der kommt nicht weit, sagt Schremser im Vorzimmer Er begutachtet ein Nixe auf dem Vorzimmerfresko Der Fluchtversuch ist mir nur gerade recht, redet sich Pillig selbst Mut zu Er hat ihn doch noch verdächtiger gemacht Selbstredend, sagt Schremser Er hält es für möglich, dass Pillig mit der Flucht Benescheks auch noch prahlen will Schremser öffnet einer der anderen Türen, die ins Schlafzimmer führt Er geht zum Doppelbett, zieht die Steppdecke hoch Im Bett liegt eine gesichtslose Schaufensterpuppe im Babydoll An der Wand steht eine zweite Puppe in einem knielangen Faltenrock Im Badezimmer sitzt eine kleine Puppe, im Bikini, auf einem Korbsessel Im Wohnzimmer hocken zwei Puppen, Händchen haltend, auf einem Fleckerlteppich Nur das Klo ist nicht erobert Aha, jetzt blättern die Luft weg Pillig grunzt und fletscht die Zähne Er ist überwältigt Was beweist das, Buppenheim? Bleibt Schremser sachlich Dass der Herr Beneschek einen Stich hat Kann sein, aber ein Spinner ist noch lange kein Mörder Polizisten-Latein! Das Telefon schrillt Der Dezernalsleiter ist vor Schremser beim Hörer Die Funkstreife Paula hat Beneschek schon in der Stromstraße gestellt Der Tod gehört nicht zum Leben, fällt Kottern vor einer Auslage für Babymoden ein Nur zu meinem Beruf Kottern will ins Alibaba Ein mindestens 70-Jähriger in einer durchsichtigen Regenhaut steht neben dem Portal und hält drei verschiedene Wachturmhefte unter seinem Kinn Erwache, sagt er Später, sagt Kottern und betritt die Kaffee-Konditorei Die blonde Serviererin wird von einem o-beinigen Kellner in marineblauer Uniform vertreten Vielleicht ist er früher Fußballer gewesen Kottern entscheidet sich für einen runden Tisch in der Mitte des Lokals und eine Flasche Tuborg aus dem Kühlschrank Kottern schaut zum Tisch, an dem Verena Leskova sich mit ihm vor ein paar Tagen unterhalten hat Jetzt sitzen drei Männer da, die sich gegenseitig unbedeutende Erlebnisse erzählen Wie sie nachts von einer Polizeistreife angehalten worden sind Wie man einen Kärntner bei einer Wette beschwindelt hat Wie viel Liter Benzin angeblich ein neuer Golf nur braucht Vor fünf Jahren haben die gleichen Männer bestimmt noch damit angegeben, dass ihre Autos 14 oder mehr Liter auf 100 Kilometer schlucken Das Flugblatt Gerhards liegt jetzt auf dem Tisch, neben dem grünen Unterberg-Aschenbecher Kottern verbessert sich in Gedanken Es sind nur Flugblätter, die von Gerhard verteilt werden Der Inhalt klingt für Kottern nicht unvernünftig Es wird, schon wieder, gegen die österreichischen Steierwerke polemisiert Anlass? Klaus Barbie war jahrelang bis zu seiner Auslieferung unter dem Alias-Namen Altmann offizieller Steier-Repräsentant für Bolivien Ein namentlich genannter Steier-Chef war mit Barbie angeblich bestens befreundet und hat ihn öfter in Labasse besucht Die Studenten behaupten, dass man bei Steier, immerhin ein staatlicher Konzern, bestimmt von der Nazi-Vergangenheit Barbies gewusst hat Ein Indiz lautet, nach der Verhaftung und Abschiebung des Schlechters von Lyon hat Steier sofort Barbies Sekretär de Castro in Bolivien zum neuen Repräsentanten ernannt Der Konzern, sowieso laut Flugblatt, kompromittiert durch mehrere fadenscheinig deklarierte Waffenexporte in den Nahen Osten lernt nichts dazu, will nichts dazulernen Der Direktor der österreichischen Kreditanstalt, der größten Staatsbank und Eigentümerin von Steier hat auf Vorhaltungen und Anfragen gar nicht reagiert Die unabhängige Presse interessiert der, demnächst beginnende, Barbie-Prozess und der österreichische Beitrag dazu kaum Der Fall Weimar in Deutschland, die mögliche doppelte Kindesmörderin, liefern hingegen Doppelseiten täglich Für den 27. April wird zu einer Demonstration gegen Waffenexporte in der Innenstadt aufgerufen Der Zeuge Jehovas im Regenmantel ist ins Lokal gekommen und nähert sich raschelnd und rauschend Kotterns Tisch Glück, sagt der weißhaarige Mann und lächelt Kottern zu Robert Söten, erwidert Kottern, der das Flugblatt nicht zu Ende gelesen hat Ich hässe Glück Ich nicht Kottern will sich mit dem mutmaßlichen Religionswerber nicht auf ein Gespräch einlassen Er ist sicher, dass solche Leute besser geschult sind als Versicherungsteiler Den Namen Glück hält er zudem für ein unverfrorenes Psalonym Der weißhaarige Mann hart aus Ich habe eine Information für Sie, sagt er Auf seiner Nase sitzt ein eitriger Kratzer Die Kähne, Jesus ist auch für mich gestorben Sie haben mich schon einmal vor ein paar Tagen nicht beachtet Hier, vor dem Lokal Na und? Kottern ist sauer, schaut dem Alten nicht ins Gesicht Sie sind mit der Frau da gewesen, die inzwischen ermordet worden ist Dabei sind sie beobachtet worden Vom Haus gegenüber, das war ein eifriger Kollege von mir Nicht nur Von innen eben auch Von einem Zuzuki-Jeep aus, auf der anderen Straßenseite Zwei Männer haben sich über sie unterhalten Warum erzählen sie mir das? Weil sie von der Polizei sind Vielleicht hilft es ihnen Wie? Die Frage, wieso der Mann wissen kann, dass der Polizist ist, stellt Kottern nicht Ich habe mir die Autonummer des Jeeps aufgeschrieben Warum? Kottern ist immer noch misstrauisch Die zwei hätten mich beinahe verprügelt Weil ich ihnen einen Wachtturm angeboten habe Kostenlos Wie viele Hefte soll ich kaufen, damit sie mir das Kennzeichen sagen? Gar keine Ich schenk ihnen eines Ich kann nicht gut lesen Es sind doch Zeichnungen und Bilder drinnen Versichert Glück Er lässt sich nicht irritieren Auf der letzten Seite ist die Autonummer notiert Kottern nimmt die entgegengestreckte Zeitschrift Kontrolliert, ob tatsächlich eine Zulassungsnummer aufgeschrieben ist Danke Darf ich Sie auf ein Bier einladen oder trinken Sie keines im Dienst? Nehmen alles Auf Wiederschauen Glück geht mit kurzen Schritten aus dem Lokal Nickt dem Kellner zu, der ihm wie ein Kriminalbeamter im ersten Dienstjahr mustert Kottern blättert das Sektenheft durch Die gezeichneten Musterfamilien gleichen den glücklichen Kaffeefamilien aus der Werbung Glückstonfall hat Kottern an den ehemaligen Kollegen Wortmann erinnert Der zuerst nebenbei, später komplett zu einer Bibelforscher-Sekte gewechselt ist Der hat im Sicherheitsbüro Broschüren verteilt In denen ziemlich genau abgedruckt war, mit welchen Strafen man nach dem Ableben für bestimmte Sünden rechnen konnte Meistens hat Wortmann die Strafen durchgestrichen und das Strafausmaß handschriftlich erhöht Kottern ruft von der Zelle im Lokal in der zentralen Registratur an, gibt die Kennzeichennummer durch Während er auf die Antwort wartet, gelingt es ihm, den Bleistift fallen zu lassen Aus einer Ritze im Bretterboden lässt sich der Stift nicht mehr hervorholen Nach drei Minuten kennt Kottern den Namen des Cheap-Besitzers Christian Strohbeck, 35 Jahre, gemeldet in der Norwestbahnstraße Auch im Bezirk, denkt Kottern Die Lektionen über Aufbau und Konstruktion von Geschichten haben sie abgeschlossen Wir werden sehen, ob sie wirklich verdaut sind Es ist Zeit für Atmosphäre Versuchen Sie eine Geschichte oder einen Teil, eine Szene einer Geschichte knapp, nüchtern, aber doch bildhaft zu gestalten Denken Sie daran, nicht nur Beschreibungen, auch Dialoge müssen atmen Viel Glück! Kottern hält Erika die Tür mit dem geschwungenen Messinggriff auf Von der Halle gleich neben dem Eingang sieht man rechts in eine kleine Gaststube Zwei alte Frauen sitzen schweigend an einem quadratischen Tisch beim Café Unter ihrem Berücken wollen sie für höchstens 40 gehalten werden Es riecht nach heißem Öl und Gulasch Halle ist nur ein großes Wort Der Vorraum ist ein schmales Zimmer Kottern überholt Erika auf dem zerquetschten Läufer und geht auf die Portierloge zu In der ein Araber in einem zu großen Pullover wartet Bitte, sagt der Portier Ein Zimmer für kurz, sagt Kottern 160 Schilling Der Schlüssel, den der Araber von der Wand nimmt, ist riesig und an einer dreckigen Holzkugel befestigt Nach rechts, sagt er und legt die Geldscheine in eine Lade Im ersten Stock Kottern war vor ein paar Jahren, als er mit Elvira Makel befreundet war, hin und wieder oben Immer auf Zimmer 6 Elvira hat in der Madame Bar nebenan als Trinkanimateurin gearbeitet Kottern öffnet, ohne zu überlegen, im ersten Stock die noch bewohnte, unversperrte Tür Auf dem Bett kniet eine rosige, eingeölte, beleibte 50-Jährige Ein langer, viel jüngerer Mann födelt sie mit unbeteiligtem Gesicht im Stehen Pardon, sagt Kottern und schließt betroffen die Tür Er geht hinter Erika weiter zum richtigen Zimmer Die lieblose Szene eben wird Kottern nie mehr vergessen Erika auch nicht Die Luft im Zimmer 4 ist stickig Die Wände sind mit monströsen Ornamenten tapeziert An einer Wand hängt eine kolorierte Markusplatz-Grafik Die Kieferndecke mit eingelassenen Kugellampen wie in der Sauna ist neu eingezogen Die Vorhänge sind dunkelrot, schwer und staubig Kottern sperrt ab und legt den Schlüssel auf die Waschmuschel Dann riecht er gewohnheitsmäßig an den Fingerspitzen der rechten Hand Erika öffnet das Fenster einen Spalt Der Hof ist voller Gerümpel Nach zwei Minuten schaltet der Portier die Musik aus einem Lautsprecher über der Holzdecke ein El Condor Pasa Kottern überlegt, ob der Portier unten auch mithören kann Dann steigt er aus einer Hose Den grün gemusterten Slip lässt er an Auf Erikas Unterhose ist das Wort Safety genäht Kottern setzt sich neben Erika auf das halbwegs breite Bett Das Leintuch ist nicht neu, aber gewaschen und gebügelt An der Wand neben dem Bett hängt ein riesiger Spiegel Kottern küsst Erika aufs linke Ohr, dann auf die Wange, während er ihre Schulterblätter massiert Erika sitzt ganz aufrecht da Was hab ich angestellt, sagt Kottern Ich glaube, ich bin nicht gemeint, wenn du mich streichelst Das kann nur ich wissen Jetzt macht Erika auch noch einen steifen Hals Das Zimmer ist schuld, nimmt Kottern an Daher kommen normalerweise Leute, die sich kaum kennen Na, wie gut kennst denn du mich? Weißt du, eine vernünftige Maßeinheit Na, wie oft hast denn du mit mir geschlafen? Ich weiß nicht Viermal? Fünfmal Kottern kniet sich neben Erika hin Bleibt aber mit der rechten Hand auf ihren Schulterblättern Sex ist nicht die schlechteste Methode, sagt er Um sich kennenzulernen Na, haben wir uns kennengelernt? Das Zimmer war nicht mein Einfall, sagt Kottern ohne Vorwurf Ich bestehe auf das sechste Mal Hast du Geduld? Wie viel? Bis wir bei mir sind Beide ziehen sich an Kottern sperrt das Hotelzimmer von außen ab Der Araber scheint über das Tempo des nicht ganz jungen Paares doch erstaunt zu sein Neben den beiden Frauen in der Gaststube Stochert jetzt ein Braunhaariger mit Mittelscheitel in einer Gulaschsuppe Achtung Stufe, sagt Erika, weil Achtung Stufe auf einem E-Mail-Schild an der Tür steht Das ist ja flott gegangen Alle Achtung Ein grundsätzliches Lob muss ich Ihnen schon aussprechen Eindrucksvolle Schilderung Aber sie haben auch zu dick aufgetragen Bewegen sich hart an der Grenze des Erträglichen Man kriegt kaum Luft Was ich meine ist, die Szene riecht nicht Sie stinkt Was sie unbedingt brauchen ist Charme Mein Gott, kann das einem Wiener so schwer fallen? Die Frage, warum er seinerzeit zur Polizei gegangen ist Kottern aus Gewohnheit mit der Gegenfrage Wissen Sie ein anderes Gewerbe, wo der Kunde nie recht hat? Die Frage ist nicht zu beantworten oder nicht mehr zu beantworten Mitgespielt hat vielleicht Kotterns naives Interesse für Aaron Wiltons Kriminalgeschichten Die er Woche für Woche verschlungen hat Einer seiner Lieblingsgeschichten hat Kommissar Wilton auch nach Wien geführt Wo ihm ein Inspektor Lech beigestanden ist Inspektoren gibt es in Österreich allerdings nur bei Versicherungen Im Schuldienst und in Fernsehfilmern Auch der Vater war nicht unbeteiligt Der hat sehr zum Staatsdienst gedrängt Ehrgeizig ist Kottern bis heute nicht Obwohl er an sein Talent glaubt Für übertrieben gefährlich hält er seinen Dienst nicht Gefährdet sich seiner Meinung nach nur Wachpolizisten vor bedenklichen Botschaften Bestimmt hat ihn das unrealistische Bild Und dass er sich als Jugendlicher vom Ermittlungsdienst gemacht hat Zur Kripo gelockt Der Schnüfflergeruch Unglaublich, dass sein Neffe Victor wegen seiner Vorliebe für Benzingeruch Eine Stelle als Tankwart angetreten hat Kurz berichtet Weitergekommen ist die Polizei im Mord an der prostituierten Gerlinde Marisch 42 Gejagt wird ein Mann in einem grünen Ford Granada Der mutmaßliche Täter kam in der Nacht zum 9. April in den Prater Und ließ die Frau in den Ford einsteigen Der Mann fuhr mit der Frau zu einem nicht frequentierten Rendezvousplatz In den grünen Prater, wo er die Frau erwürgte Auf einem Acker in Wien-Stadt-Lau übergoss er die Leiche mit Benzin und zündete sie an Im zweiten prostituierten Mord an Verena Leskova, 34 Jahre, aus Wien-Brigitte-Nau Hat das Morddezernat Leitung Oberstleutnant Herbert Pilch Den 59-jährigen Geschäftsmann Gottfried Beniszczek verhaftet Er wird dringend verdächtigt, die Frau aus Eifersucht erstochen zu haben Beniszczek wird zu den Anschuldigungen derzeit im Sicherheitsbüro befragt Auf der Marie-Hilfer-Straße sprach in der Nacht zum Montag Der Friseurlehrling Alfred Leimat, 18 Jahre Und die Steuerberaterin Elfriede W., 38 Jahre, aus Wiener Neustadt, Niederösterreich an Und fragte sie nach der Uhrzeit Kurz darauf entriss der Täter der Frau die Handtasche In der sich rund 40 Schilling Bargeld befanden Und rannte davon Beim Westbahnhof wurde er von einer Fußstreife gestellt Still geworden ist es um den Mord an Hubert Geritzer, 65 Jahre, der, wie berichtet Am 16. April einem Messerattentat zum Opfer gefallen ist Geritzer war in den 50er Jahren unter anderen Namen in illegale Waffengeschäfte verwickelt Die Sicherheitsdirektion vermutet den Täter im bekannten Kreis des Opfers Und er sucht dringend um Hinweise aus der Bevölkerung Die Apotheke Maria und Josef, Inhaber Ferdinand Steinbitz, beim Gausplatz ist der 9. die Karl Hohnemann am Dienstag überprüft Er hat sich bisher jedes Mal für ein schwer rezeptpflichtiges Schnupfenmittel interessiert Und ausführlich in die Nebenräume gespäht Jetzt ist er richtig Der Bertige steht hinter der Registrierkasse und setzt ein Empfangslächeln auf Hohnemann kauft eine Schachtel Aspirin-Tabletten Als er die Apotheke verlässt, drängt sich eine Frau mit Maulwurfjacke an ihm vorbei ins Geschäft Grüß Gott, Herr Steinbitz, sagt sie und übergibt ein Rezept Hohnemann bekommt den Namen des Feindes noch mit Schon heute Abend wird er sich das Pelzmaul vornehmen Ende einer Besprechung Polizeitaktik betreffend Pilch, Uhrenvergleich, wie spät ist es? Schrammel, in 10 Minuten 15 Uhr Pilch, und wie spät ist es jetzt? Benischek ist doch ein Steher Der Rezennalsleiter ist beim persönlich geführten Verhör keinen Schritt weiter gekommen Obwohl er immer noch glaubt, dass Benischeks Geständnis nur eine Frage der Zeit ist Er gibt nur zu, was man ihm ohnehin beweisen kann Ergert sich Pilch mit übernächtigen Augen Die Wahlteilmethode, stellt Kottern fest Ist es schon ein Fachausdruck? Fragt Schrammel Noch nicht Schrammel berichtet lustlos von den unergiebigen Feiertagsbefragungen Weil es sich mit der Zeit ausgegangen ist, war er noch bei einer vierten Adresse in der Engertstraße, wo ihm aber auch keiner geöffnet hat Engertstraße, sagt Schremser und nimmt die Haltung eines witternden Kaninchens ein Wo in der Engertstraße? 142 im Erdgeschoss Schremser reißt Schrammel das inzwischen zerknitterte Blatt von gestern aus der Hand Gottfried Maliner, lest er aus der vierten von ihm geschriebenen Zeile ab Aha, das ist die Adresse von Benischek Und noch einmal muss der Computer helfen Ruckzuck, stellt sich heraus, dass Gottfried Maliner, der im Zuge der Waffenaffäre 1958 mit angeklagt war, und Gottfried Benischek identisch sind Die Geburtsdaten stimmen überein Kriegt jetzt jeder einen neuen Namen? Pilzmüdigkeit löst sich endgültig in Ärger und Unverständnis auf Jo, sagt Kottern Ich heiße in Wirklichkeit Inspektor Marek Inspektor ist der Vorname Hast du gestern nach der Zulassung eines Christian Strohbeck angefragt? Will Schremser von Kottern wissen? Jo Und das polizeilich beeidigte Zuhälter Kottern brummt wie der angeschossene Bär in seinem altmodischen Prater Lieblingsautomaten in der Vegas-Halle Die Nachrichten lassen sich nicht ordnen, stiften nur mehr Verwirrung Er ist hinter einem Zuhälter her, der vielleicht einer seiner Tauben hingerichtet hat Ein anderer Zuhälter hat Kottern beobachtet Dafür verdächtigt Kotterns Chef einen nicht besonders erfolgreichen Geschäftsmann, die Prostituierte umgebracht zu haben Der für Kottern kaum Verdächtige hat eine gemeinsame Vergangenheit mit einem anderen Mordopfer Vielleicht besteht zwischen den Morden doch ein Zusammenhang Redet es aus Schrammel, dem das minutenlange Büroschweigen unerträglich ist Kottern glaubt nicht daran, stellt sich aber nicht gegen diese Vermutung Vorläufig angenommene Zusammenhänge kommen ihm ja entgegen Der Dezernalsleiter kann Kottern jetzt im Leskova-Fall nicht mehr abwimmeln Was sagen Sie zu dem Chaos, sagt Pilch Schön, sagt Kottern Herwig Boran, 32 Jahre, Konzertagent Seit zwei Jahren habe ich den Kottern exklusiv im Angebot Über sein Gesangstalent verliere ich kein Wort Als Polizist ist er angeblich nicht schlecht Es liegt sicherlich am steinalten Repertoire ab, dass seine Tanzkapelle halbwegs gefragt ist Über Auftritte im Bierzelten, Rock'n'Roll, Wettbewerben und beim jährlichen Sicherheitsbüro Ball kommt er aber selten hinaus Lonely Boy hat er so lange im Programm gehabt, bis er im Fußballer damit in die Hitparade gekommen ist Den Schlagzeuger der Band würde ich austauschen Der hat zwar einen eigenen Fanklub, ist aber mehr als beschissen Die in beiden Morden befasste Polizeiärztin Dagmar Schett hat Major Kottern am Montag telefonisch nicht mehr erreicht Sie hat einen internen Notiz ins Morddezenat geschickt, die bei Schremser gelandet ist Selten ist gefühlsmäßig vermutlich, dass der Täter oder einer der Täter für beide Morde in Frage kommt Zumindest zwei Stiche gegen Geritzer sind in ihrer Richtung ähnlich wie im Leskova-Mord geführt worden Ähnliche bzw. gleiche Waffen sind auf jeden Fall verwendet worden Schremser betrachtet das Wort gefühlsmäßig, starrt es an, bis er es nicht mehr versteht Die Kollegin hat das Wort in Anführungszeichen gesetzt Wichtig ist die inoffizielle Mitteilung der Ärztin wegen des Termins Gestern konnte die Schett noch nichts von anderen denkbaren Zusammenhängern wissen Wird Benischek von jemand belastet, der auf seinen Laden beim Donnerkanal spitzt? Schremser verwirft den Gedanken gleich wieder Der Würstelstand ist bestimmt keine Goldgrube, um das Grundstück für ein spekulatives Bauvorhaben zu klein Benischek behauptet, Geritzer seit dem Prozess 1958 nur zufällig über den Weg gelaufen zu sein Geritzer hätte ihn gar nicht erkannt Der Dezernatsleiter, Ferd Benischek, der 1958 nicht einmal verurteilt wurde, schon wieder solo Auf dem Gipfel des Akten- und Zettelhaufens auf Schremsers Arbeitstisch liegen zwei Zitronenschnitten in einer aufgerissenen Packung Schremser ist sicher, dass Vergangenheit und Gegenwart in beiden Fällen unter einen Hut passen müssen Oder es taucht im Geritzer-Mord doch noch ein ganz banales Motiv auf An den polizeibekannten Adressen sind Karl Hohnemann und Christian Strohbeck nicht aufzutreiben Kottern beschließt, das Läuseln aufzusuchen Schrammelt kennt den Weg und das Lokal Er macht Kampfaugen, als er hinter Kottern das Café betritt Kottern zieht gruslos seine Kokarde Schrammelt die neue Dienstpistole, die nicht mehr entsichert werden muss Neben der Tür sitzt einer schwitzend vor einem Videospiel mit Kriegsgeräuschen An einem Fenstertisch würfeln Christian Strohbeck und Willi Jelinek Zwischen den beiden steht eine Würfelschale mit Holzrahmen Hinter der Theke bedient Erich Zugregel, die italienische Espressomaschine Wir haben geschlossen, sagt Strohbeck und rischt den Lederbecher auf das befilzte Spielfeld Glaube ich nicht, meint Kottern Der Ruhetag ist uns sogar gesetzlich vorgeschrieben, sagt Strohbeck Er notiert sich einen Damen-Drilling in seiner Tabelle Einer von den beiden Ausweisen wird euch ja bekannt vorkommen Kottern, der Schrammels Miami-Wise-Auftritt zu spät benackt hat Wedelt mit der freien Hand zwischen seiner Dienstmarke und Schrammels Waffe hin und her Schrammel versteht Kotterns abschätzigen Blick und steckt den Revolver unter die linke Achsel zurück Der Mann am Videospiel setzt sein Spiel fort Kottern schaut ihm über die Schulter Ein Flieger- und Bombenspiel Wer ist der Gegner? Vietnam! Immer noch? Fragen Sie mich, wenn Sie Fragen haben, steckt Strohbeck vor Er steckt in einem weißen Lernenanzug und riecht, als ob er zwei Längern in Chinaöl geschwommen wäre Wir suchen wen, sagt Kottern War nicht? Den Hohnemann, sagt Kottern Der ist nicht da Aber Sie kennen ihn Der Hohnemann darf sich hier mit Recht für den Geschäftsführer halten Und warum ist er nicht da? Wer ruhe da geht Hören Sie nicht gerne zu? Haben Sie ein Haftbefehl? Na Das mit dem Freund stellt Strohbeck ganz ruhig fest Vielleicht ist er morgen da und er kommt zum Begräbnis Welches Begräbnis? Blamiert sich Schrammel zum zweiten Mal Eines seiner Bekannten ist kürzlich gestorben Schrammel fängt schon wieder einen Blick des Majors auf Bis zum Verlassen des Lokals wird er den Mund nicht mehr aufmachen Sprechverbot Wir wollen nur reden mit ihm Sagt Kottern und findet den Satz selbst lächerlich Die Männer im Läusl schweigen Nur die Vietnamesen müssen geräuschvoll weitersterben Kennt jemand den Christian Strohbeck? Eh, allwegs Sagt Strohbeck Was wollen Sie von mir? Sie haben mich letzte Woche mit der verstorbenen Bekannten observiert Zufällig Grinst Strohbeck Verboten? Haben Sie dem Hohnemann berichten müssen? Was war so interessant? Ich stehe auf Liebesgeschichten Hat der Scheinheilige getrutscht? Er war noch dabei Der junge Oberkellner Meint Strohbeck gleichgültig Und zeigt zum Mann bei der Kaffeemaschine Er heißt übrigens Erich Zockerregel Ist kein Pseudonym Und nicht vorbestraft Gleskowa ist ermordet worden Sagt Kottern Euch stört das sicher nicht Da irren sie sich Wir sind sehr traurig Alle Strohbeck lässt demonstrativ die Mundwinkel sinken Aber andere Mütter haben ja auch schöne Töchter Sie und der Hohnemann haben angenommen Die Leskowa gibt Informationen an uns weiter, oder? Und dann so unüberlegt reagiert Jetzt zieht Strohbeck ein beleidigtes Gesicht vor Und überlegt ist er nur Ihr deutschen Rambo Wir kommen weiter Kottern lacht innerlich Über seine unverbindliche Verabschiedung Mit hoffentlich besseren Fragen Kottern geht zur Tür Kottern geht zur Tür Klopft dem Automaten-GI auf die Schulter Schrammel verlässt das Lokal im Rückwärtsgang Der Nebenraum hinter der Theke Mit Kopftuch ins Zimmer kommt Sie hat angeklopft Auf Schremser macht sie den verwirrten Sogar verwahrlosten Eindruck Haben Sie mit dem Mord zu tun? Fragt sie gleich Und stellt die Einkaufstasche auf dem Sessel ab Mit welchem? An der jungen Frau Am Ostersonntag Nehmen Sie Platz Schremser weist ihr den Stuhl mit Armlehnen zu Die Frau bleibt lieber stehen Das Radio sagt der Herr Benischek Soll der Mörder sein Ja, er steht im Verdacht Meint Schremser Er kann es nicht gewesen sein Sagt die Besucherin Und ich kann es bewäsen Schremser richtet sich auf Etwas Brot aus der Hand Die Frau zwinkert ihm vertraulich zu Sie müssen wissen Meine Wohnung ist direkt neben der von Benischek Die Verena Leskova ist nicht in seiner Wohnung erstochen worden Eben Sie hebt den rechten Zeigefinger in Augenhöhe Und fixiert Schremser Der Benischek hat am Sonntag Den ganzen Vormittag daheim Mit seinen Weibern gesprochen Wie er so oft Was? Und den Schaufensterpuppen? Ja, 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 ja Man hört alles nebenan Stundenlang war er wieder beschäftigt Was der zu denen alles sagt Ich würde es nicht glauben Ist Ihre Aussage verlässlich? Na, selbstverständlich, junger Mann Ich hab nur den Starr Aber ich höre glänzend Das Alibi passt Ihnen anscheinend Nicht in Ihre Vorurteile? Ja, ja, mir schon Sagt Schremser Und geht zur Schreibmaschine Der Türke Der Türke, der bei der Straßenbahnhaltestelle Die Zeitungen von morgen anbietet Geht mit seinem Geschrei Nach der Arbeit Den auf die Straßenbahnwartenden Auf die Nerven Karl Honemann winkt ihn zu sich Gibt ihm 10 Schilling für eine Zeitung Er hat das Auto gegenüber der Apotheke geparkt Und schaut über den Zeitungsrand Zum Eingang Nicht einmal der mehrseitige Bericht Über einen Kindermörder Der 44 Jahre lang unauffällig gelebt hat Interessiert ihn wirklich Honemann ist schon eine halbe Stunde Vor Geschäftsschluss gekommen Und einmal an der Apotheke vorbeigegangen Um festzustellen Ob Steinbitz überhaupt im Geschäft ist Fünf Minuten nach sechs Kommt die einzige Angestellte heraus Läuft zur Haltestelle Erwischt gerade noch eine abfahrende Straßenbahn Zehn nach sechs Kommt Steinbitz ins Freie Befestigt ein Schild Auf dem die Nachtapotheken genannt sind Und zieht den Rollbalken In einem Zug nach unten Dann überquert er die Straße Geht auf den Golf zu Der hinter dem Lincoln abgestellt ist Honemann kommt aus dem Wagen Stellt sich neben Steinbitz auf Der seine Tasche auf den Rücksitz geworfen hat Aha Haben sie noch Kopfschmerzen? Der Apotheker kann sich An seinen Vormittagskunden erinnern Ja Sagt Honemann Ich bin hier gegen starke Pulver Der springende Punkt bei Infekten Der springende Punkt ist hier Unterbricht ihn Honemann Und hält ihm die aufgeschlagene Zeitung hin In der Verena Leskova abgebildet ist Ich kenne keine Zeitungen Von dem Mord hast du doch gar nichts gehört? Beim Du ist Honemann schneller als die Polizei Doch im Fernsehen Du hast die Verena gut gekannt Gut Bei mir hat sie Claudia geheißen Und deswegen hast du am Sonntag durchgedreht? Hab ich nicht Wer sind sie überhaupt? Ihr Mann? Honemann lacht Drückt Steinbitz gegen den Golf Und stößt mit der Schuhspitze einmal zu Ich hab mit dem Mord absolut nichts zu tun Sowieso nicht Hönt Honemann Du warst ja am Sonntag noch nicht einmal in ihrer Nähe Oh ja Um elf Ich wollte deswegen schon zur Polizei gehen Aha Aber dein Vertrauen hat nicht ganz gereicht Wo bist denn du um halb zwölf gewesen? Im Kalliostro In der Praterstraße Darf ich einsteigen? Ängstlich klingt die Frage nicht Der Apotheker ist den halben Kopf größer als Honemann Der den Weg wortlos freigibt Das Protokoll Schremsers wird fertig Als Pilch sein vorläufiges Beneschick-Geständnis feiert Und schon von Schraml Redaktionen anrufen lässt Um zu einer Pressekonferenz im Sicherheitsbüro einzuladen Die kleinformatige Einheitszeitung EZ Wird meistens speziell und rascher informiert Und dafür hält sich das Blatt mit polizeikritischen Artikeln einigermaßen zurück Pilch zweifelt die Zeugin Kasparik an Wittert hinter Schremsers Meldung nur unangebrachte Bosheit Schraml spielt das Echo des Witznasleiters Und dessen Erregung in Richtung Schremser mit Sie sind ja voll Hasch! Gipfelt Das hat Pilch seit 1973 nicht mehr gesagt Nach ein paar weiteren Ausfällen, die Schremser geduldig hinnimmt Verzichtet Pilch doch auf seine Pressekonferenz Der EZ-Fotograf ist schon unterwegs, warnt Schraml Hissen Sie die Kollererflacke, sagt Pilch und zieht sich in sein Büro zurück Dort liest er die Aussage von Gertrude Kasparik zweimal durch Beißt sich an Details fest Am unwirklichsten kommt ihm der Name Gertrude vor Pilch kennt niemand mit diesem Namen, nur Hamlets Mutter und die nicht persönlich Schremser angelt sich, nachdem er Schraml in den Feierabend geschickt hat Eine Minimumflasche Marillensekt aus einem Geheimdepot Er kümmert sich telefonisch um Beneschecks Entlassung Auch für Schremser heißt der nächste Verdächtige Karl Honemann Die Frage, warum ein Zuhälter seine vielleicht nicht mehr ganz so gute Einermannquelle Einermannquelle selber zuschüttet, verfolgt den Biss in den Schlaf Dort wird sie auch nicht beantwortet Ja, der jetzt vorgelegte Abschnitt ist zügig geschrieben Die Handlung kommt gut voran Sie haben allerdings zu viele Namen, aber zu wenig Charakter ins Spiel gebracht Verlieben Sie sich auch in Ihre Nebenfiguren? Und hat die Hauptfigur außer Frauen, Alkohol und lästigen Beruf wirklich nichts im Kopf? Die Nachtszenen müssen Sie sich auf jeden Fall genauer überlegen Mein persönlicher Rat Völlige Finsternis ist unangebracht Im Dunkeln soll ja, zumindest die längste Zeit, die Polizei tappen Mit den teils unterkühlten, teils drastisch däftigen Dialogausdrücken Sind Sie bestimmt auf dem Holzweg Chandlers und Spillanes Zeiten sind endgültig over Versuchen Sie es bitte mit mehr Temperament und Dialogwitz Ist Ihnen Higgins ein Begriff? Nicht der eingebildete Opa aus My Fair Lady Der amerikanische Autor PS Bisschen schreibt man mit SS Ab 22 Uhr ist Kottern wieder im Pelikan Von der letzten Kartenrunde ist heute nur einer da Kottern beschränkt sich vorerst auf die Rolle als stummer Kibitz und gesteht sich drei Krügel Bier Christian Strohbeck hat Schremse herausgefunden Ist seit zwei Jahren polizeiauffällig, aber noch nie verurteilt worden Er vertraut dem gleichen Anwalt wie Hohnemann, dem Kottern eine schriftliche Vorladung geschickt hat Der langgewachsene Zugregel ist polizeiliches Neuland und passt gar nicht in die Zuhälterklick Zugregel hat die Matura gemacht und im letzten Herbst anglistig inskribiert Kurz vor Mitternacht beteiligt sich Kottern an einer Knobelrunde an der Theke Um ein Uhr ist er mit dem Lockenkopf hinter dem Schanktisch und zwei gewonnenen Kohlerum allein Schon um halb eins haben die beiden Männer Bruderschaft getrunken Der Mann hinter der Theke stellt sich als Eduard Ede Kubeck vor Kottern nennt sich Bogner Er steckt die Zunge in den ersten Schränker Kommt der Gerritzer nimmer mehr? Na, sagt Kubeck und ist sofort misstrauisch Kennst du ja? Nur flüchtig Ich hätt für ja vor ein paar Wochen was auftreiben sollen Und? Ich hab es aufgetrieben Pech, der Gerritzer spürt nimmer mehr mit Kubeck grinst bedauernd und schneidet mit dem rechten Zeigefinger seine Kehle entlang Mist, sagt Kottern und nimmt das zweite Glas So viel war's, war der Gerritzer nur Mittelsmann Möglicherweise war sie, wer der richtige Gesprächspartner für dich ist A Provision ist rennen, lockt Kottern Gibst du mir die Telefonnummer von dir? Kottern stockt, dann schüttelt er den Kopf Wer in einer Branche telefonisch erreichbar ist, kann nur an Nieten sein Ich komm wieder vorbei Kottern muss, bevor er gehen darf, mit Kubeck das Kufsteiner Lied und Tschernugger Tschu grönen Die Silberfrau bei der Alsastraße hat heute ein rosa Trikot an Sie raucht und hebt das rechte Bein wie ein verlassenes Revue-Gördel Als Kottern am Mittwoch kurz vor 6 Uhr zum ersten Mal aufwacht und routinemäßig die Toilette aufsucht, fällt es ihm sofort auf Die rechte Wange fühlt sich geschwollen an, wie nach einer Injektion beim Tentisten Auch nach dem folgenden Traum, der von einem Bernardiner handelt, der sich in einer Badewanne über Kotterns Gesicht breitet Und sich letztlich als Netznadel der Pilch entpuppt, ist das Gefühl unverändert Kottern überprüft im Badezimmerspiegel sein Gesicht Auf einen oberflächlichen Blick ist nichts zu entdecken Der erste Eindruck war trotzdem falsch Rechts ist alles in Ordnung Kottern kann den linken Mundwinkel nur beschränkt bewegen Auch das linke Auge scheint nicht ganz zu schließen Die ganze linke Gesichtshälfte ist gefühlloser, unbeweglicher, fast eine Maske In der Nacht, erinnert sich jetzt Kottern, hat ihm die verstopfte Nase zu schaffen gemacht Beim Frühstück lässt er eine beiläufige Bemerkung in Richtung Schlaganfall los Ilse will den Unsinn nicht hören und den praktischen Arzt anrufen, der auf der Nachbarstiege wohnt Kottern besteht darauf, damit zumindest bis morgen zu warten Es ist über Nacht gekommen, meint er Vielleicht geht es auch über Nacht wieder weg Kottern ahnt aber, dass da etwas auf ihn zukommt, das ihn eine Weile übermäßig beschäftigen wird Und der erste Satz, den Heribert Pilch heute an ihn verschwenden wird, lautet Schauen Sie mich nicht so schief an! Tut mir leid, wenn ich Sie mit einem meiner letzten Hinweise verwirrt habe Natürlich war nicht der Bestseller Schmidt Jack Higgins, sondern George Higgins gemeint Seine Bücher sind, wie ich eben höre, allerdings vergriffen Können Sie Englisch? Die bei Ihnen auftretenden Personen sind mir durchwegs zu wenig plastisch Nur Schatten, die durch Ihre kurzen, atemlosen Sätze huschen Ihre Charaktere müssen begreifbar, spürbar, lebendig werden Außerdem behandeln Sie Verdächtige nicht ständig so, dass der Leser den Braten gleich riechen muss Der befürchteten Verwechslung von Personen beugen Sie am besten vor, wenn Sie sich auf kleinen Karten kurze Steckbriefe Ihrer Figuren notieren Ein Tipp nebenbei Beschreiben Sie ruhig Filmschauspieler, die Sie kennen Das erleichtert Ihnen die Arbeit und niemand wird es merken Es ist auch bekannten Autoren schon passiert, dass der blasse Gangster aus dem ersten Kapitel später als regelmäßiger Besucher eines Sonnenstudios dasteht Aber mehr als im Fehler pro Langmanuskript ist lächerlich Ihre Aktionen fallen auffällig ab Sie sind zu unterkühlt Das Drastische kommt Ihnen dabei völlig abhanden Aktion erfordert besondere Konzentration Zeichnen Sie sich Pläne der Schauplätze Die Geografie der Aktionen muss hundertprozentig stimmen Auch die kühnsten Männer durchbrechen Mauern nur im sogenannten Lustspiel Aktion ist Tanz Tanz der Personen, Tanz der Worte Verstanden? Werden ein Steinwitz, kaum erwacht, zu langsam für die Schallmauer und durchbricht Vogelgezwitscher und Stille Hellgrüne Sträucher und Bäume treiben wie Bojen an ihm vorbei, während er über den knirschenden Weg zum Unfriedkreuz keucht Lauf nach der Cooper-Methode Der Sportplatz und letzten Häuser, die kläffenden Köter sind hinter ihm Er passiert hastige Gedanken ohne Ziel im Kopf Die Bank vom Verschönerungsverein Von Jugendlichen kürzlich zerstört Schwitzender Körper Atmen Das teigige Aufstieggefühl vergessen Vorwärts Plötzlich das unerwartete Fremde Motorengeräusch hinter Steinwitz Ein Wagen Hier, wo nur das Schieb des Jägers Berechtigung hat Weiterlaufen Ein jäher Stopp zertrümmert die Muskeln Dann doch ein Blick zurück Ein Gedankenschrei Hinter ihm der eigene Golf-GTI Am Steuer Durch den Sonneneinfall Niemand zu erkennen Was ist geschehen? Was geschieht? Das Auto will gar nicht vorbei Es entert Rammt Steinwitz fällt Will instinktiv zur Seite rollen Flüchten den Abhang zum Bach hinunterkollern Der Schmerz hält ihn zurück Und zwei behaarte Arme Die ihn hochreißen Und gegen die Motorhaube pressen Die Luft ist weg Steinwitz sieht den Feind nicht Richte nur Hört ihn Der Bauch Schon beim Laufen Der schwächste Punkt Wird getroffen Nichts gehorcht mir Die Beine versinken Keine Hoffnung Gewissheit So nicht Wie jeden Morgen Jockt Ferdinand Steinwitz Im grauen Trainingsanzug In Klosterneuburg Den Bach entlang Ein einsames Unternehmen Zu dem er sich Jeden Tag Zwingen muss Die Rückenschmerzen Letzte Woche Haben ihn fast Zur Aufgabe gezwungen Als hinter ihm Ein Auto zu hören ist Läuft er zur Seite Reagiert zu spät Es ist der ihm schon Bekannte Lincoln Merkt er im letzten Augenblick Der ihn anfährt Und zu Boden wirft Aus dem Auto Springt der Mann Der ihn gestern Zur Rede gestellt hat Mit Tritten und Schlägen Wie Steinwitz Auf den Beifahrersitz Gezwungen Die Schmerzen Lassen keine Gegenwehr zu Nicht anschnallen Befiehlt Honemann Der wieder eingestiegen ist Er fährt mit Durchdrehenden Rädern an Bremst gleich wieder Steinwitz Schlägt mit dem Kopf Gegen die Windschutzscheibe Was wird denn das werden Sagt er Dein Geständnis Sagt Honemann Unbeschleunigt erneut Um wieder plötzlich Zu bremsen Steinwitz Spürt Blut Im rechten Auge Wilde Seitentür Aufstoßen Die Zentralverriegelung Versperrt ihm Den Fluchtweg Der Film Mit Lee Marvin Fällt ihm ein Als er zum dritten Mal Gegen Armaturen Und Scheibe kracht Der Film In dem ein Mann Auf diese Weise Befragt wird Lee Marvin Hat dabei sogar Das Auto Zwischen Betonpfeilern Zertrümmert Um 6.25 Uhr Hat Honemann Sein Geständnis Zweifelt nicht Zerrt den Wimmernden Apotheker Aus dem Wagen Er wirft ihm noch Eine italienische Sitzdecke Über den Kopf Bevor er zweimal schießt Honemann fährt weiter Revasiert Auf einen Holzplatz Auf dem Weg zurück Lenkt er den Wagen An dem Toten vorbei Schremser versucht Kottern Dessen Blick Verzweifelt Wirkt Zu trösten Überraschend Auftretende Lähmungen Kämen öfter vor Meint er Buster Keaton Hätte so etwas Sein Leben lang Auf beiden Seiten Gehabt Und sein Welterfolg Geworden Auch Leonid Brezhnev Sein nicht An einer Langjährigen Gesichts Lähmung Gestorben Kottern Hört gar nicht hin Es freut er Komm auf Findet Schraml Allseins Büro kommt Diesen Satz Den er sofort Zu hassen Beginnt Wird Kottern Noch oft hören Auf jeden Fall Sagt Kottern Die abendliche Musikprobe ab Schraml Hat nichts dagegen Weil er ein Rendezvous Auf ihn wartet Schremser Hat jetzt sogar Eine Farbfotografie Von Kadel Honemann Aufgetrieben Der Anwalt Honemanns Beteuert zum Zweiten Mal Telefonisch Dass er keine Ahnung Kabe Wo sich sein Klient Derzeit Aufhalten Könnte Kottern Ist sich Dafür Ziemlich Sicher Dass er Das Gesicht Das Ihn Vom Farbfoto Angrenst Verkurzem Wirklich Gesehen Hat Bald Weiß Er Wo er Honemann Live Erlebt Hat In der Kleinen Gaststube Im Adlon Der Mittelscheitel Über Der Gulaschsuppe Herbert Pillich Droht seine Begleitung Bei der Möglichen Verhaftung Nicht Nur an Die Vorstellung Statt Beneschek Der Presse Umgehend Den Richtigen Täter Präsentieren Zu Können Wärmt Sein Herz Auf der Fahrt Zum Adlon Lässt Kottern kranken Kuh! Cotton lässt den Motor absterben, steigt aus und beeilt sich ins Hotel. Der Portier, dieses Mal in einem beige Nylonhemd mit Manschetten, empfängt den Kriminalbeamten freundlich. Er legt ihm sofort einen Schlüssel mit Holzkugel hin, dann fällt sein Blick auf die heutige Begleitung Cottons. Dafür gibt es keine Zimmer, erklärt er und nimmt den Schlüssel zurück. Cotton hält ihm das Bild Hohnemanns hin. Welches Zimmer, will Cotton wissen. Der Araber zuckt die Achseln. Bevor er zurückweichen kann, erwischt ihn Cotton beim rechten Ohr. Der Dezernatsleiter schaut lieber weg, studiert auf dem Telefonautomaten eine eingeritzte Telefonnummer, neben deren weibliche Vorname steht. Zimmer 10, sagt der Portier. Seit ein paar Tagen. Aha, wie ist er jetzt im Haus? Der Mann in der Portiersloge zuckt schon wieder die Achseln. Cotton lässt ihn trotzdem aus und beugt sich in die Kabine. Der fehlende Schlüssel auf dem Haken für Zimmer 10 bedeutet wahrscheinlich, dass Hohnemann im Hotel ist. Zimmer 10 ist auch im hinteren Trakt. Vor der Tür überlegt Cotton der Dezernatsleiter schnauft noch im Stiegenhaus. Die Tür ist nicht versperrt, als Cotton die Schnalle drückt. Kadel Hohnemann liegt auf dem Bett neben einer jugendlichen Schönheit. Sofort springt der Cotton in einem ärmellosen Unterleibchen an. Du bist frisch, brüllt er. Na, sagt Cotton und zückt die Kokarde am Messigkettchen. Hohnemann entdeckt Pilch in der Tür und will sich nicht auf einen Kampf einlassen. Er verändert den Ton, gibt sich als entrüsteter Bürger, den man unberechtigt nachspioniert. Es hat Folgen, faucht Hohnemann. Warum, bleibt Cotton gelassen. Mein Haftbefehl ist echt. Die junge Dame ist jedenfalls alt genug. Wofür, sagt Cotton. Für uns brauchst du nicht den Kommerzialrat spüren. Er wirft Hohnemann Kleidungsstücke zu. Spielen, wiederholt das Mädchen, das das Leintuch bis zum Kinn gezogen hat, auf dem Bett. Hohnemann steigt mit düsteren Blick in sein Gewand, während Cotton die Handtasche des Mädchen öffnet und einen Ausweis herausfischt. Ines Wittmann, geboren am 13.03.1970. Der Znazleiter betrachteten Ausweis auch noch ausgiebig. Ein schöner Ausweis, meint Pilch aufgeregt. Jo, meint Cotton. Er schiebt den halb angezogenen Hohnemann zur Tür. Sie kommen auch mit, sagt Pilch und will nach der Hand des Mädchens greifen. Na, bestimmt Cotton. Ohne Haftbefehl? Braucht doch niemand, findet Pilch. Die ist zu jung. Wofür, sagt Cotton noch einmal. Er mit einem Zuhälter im Bett liegt, ist nicht automatisch ein Kohlgewand. Pilch zögert. Dann wirft er den Ausweis aufs Bett. Cotton sonnt sich im vernichteten Blick Kronemanns. Ines Wittmann bleibt stumm. Na ja, sicher ist das überzeugender, als ihr eitler Literaturversuch. Ich gebe es zu. Aber damit sind sie ja schon wieder im gewohnten Fahrwasser, im alten Trott, wenn sie verstehen, was ich meine. Sie hätten als Kind und Jugendlicher weniger Schundhefte, dafür mehr Karl May lesen sollen. Verlocken sie nicht zu früh. Auch Hefte werden von Profis verfasst. Ein Anrufer, dem es dringend ist, erreicht Schremser, bezieht sich aber nicht auf die Kreideaufforderung im Pelikan. Ein noch anonymer Mann, dessen Stimme Schremser das Alter 18 zuordnet, berichtet, dass er den ermordeten Platzwart und Tennislehrer im Mr. Robinson bei einer Geburtstagsfeier kennengelernt hat und regelmäßig getroffen hat. Mr. Robinson ist eine Neonbar, die fast nur von Homosexuellen besucht wird, die nicht zur Lederszene gehören. Schremser stimmt einem sofortigen Treffen außerhalb des Sicherheitsbüros zu. Eine Viertelstunde später sitzt Schremser in einem Pratergarten einem biergelben, bartlosen Gesicht gegenüber. Seine bildhafte Vorstellung findet er bestätigt. Gerald Korenyak, noch keine 17, ist ein unsicherer Fixer, der seine Sucht als Stricher finanziert. Er redet erst, als ihm Schremser verspricht, ihn nicht beim Gift oder der Sitte anzuschwärzen. Schremser, dessen homophile Erfahrung sich auf längst vergangene Skikursabenteuer während der Unterstufenzeit am Gymnasium beschränken, überrascht im Zusammenhang mit Strelzke-Geritzer gar nichts mehr. Geritzer ist mit Gerald Korenyak in den letzten acht Monaten, zumindest einmal in der Woche, zusammen gewesen. Auch Bekannte von Korenyak haben mit Geritzer was angefangen. An eine Ermordung durch Strichungen, wie sie im Milieu mehrmals im Jahr vorkommt, glaubt Schremser nicht. Dagegen spricht, dass in solchen Fällen die Opfer immer auch beraubt werden. Korenyak hat sich auf allen einschlägigen Plätzen mit Geritzer getroffen. Im Dianabad, im Hotel Südbahnhof, beim Lusthaus, im Auto. Er nennt auch die Namen allerer Bekanntschaften des Ermordeten, weil er hofft, dass seine Aussage etwas wert ist. Zuletzt berichtet Korenyak von einer Szene, die sich im Mr. Robinson abgespielt hat. Geritzer ist dort vor drei Wochen von zwei Jugoslawen angegangen worden. Geritzer, sagt Korenyak, hat immer wieder Jugoslawen zur illegalen Einwanderung in die Vereinigten Staaten verholfen. Die meisten Jugoslawen seien aber, durch die illegale Einwanderung erpresst, in amerikanischen Homo-Bordellen gelandet. Geritzer soll saftige Provisionen kassiert haben. Eine tödliche Attacke aus dieser Richtung scheint Schremser möglich. Hinsichtlich der Identität der Jugoslawen, die Geritzer dann vor dem Mr. Robinson verprügelt haben, kann Korenyak keine Angaben machen. Schremsers Zeuge, nach einem halben Bier aufgetaut, erzählt dann doch, dass sein erstes Treffen mit Geritzer nicht im Lokal, sondern in der Einserloge, auch Rathausloge genannt, stattgefunden hat. Der Kriminalbeamte erfährt staunend, dass das Ringstraßen-Pissoir vor dem Wiener Rathaus eine der beliebtesten Anbahnungsstellen ist. Er glaubt sich jetzt auch daran erinnern zu können, dort vor Jahren aus vielen Augen angestarrt und gemustert worden zu sein. Sehen Sie, sagt Korenyak, schon wieder was gelernt. Schremser will Hilfe anbieten, weiß aber, dass er keine Hilfe anzubieten hat. Den 100 Schilling-Schein Schremsers betrachtet Korenyak verächtlich, bevor er ihn doch an sich nimmt. Mit Hohnemann muss Pillich merken, wird er so schnell nicht bei einer Pressekonferenz glänzen können. Der Zuhälter schweigt beharrlich. Außer seinem Namen gibt er nichts zu. Die Fragen des Viznazleiters beantwortet er mit Schimpftiraden. Kotter will sich Hohnemann erst morgen ohne Pillich widmen. Pillich, der sich im Stich gelassen fühlt, will Major Dusani anfordern, der steht aber nicht zur Verfügung. Laut Schraml ist Dusani in Klosterneuburg, nördlich von Wien, wo in der Früh ein Apotheker erschossen worden ist. Dusani unterstützt die niederösterreichische Mordkommission, weil der Fall möglicherweise auch nach Wien hereinspielt. Schraml muss am Nachmittag wieder einmal Adressen abklappen. Heute ist er mit der Korenyak-Liste unterwegs. Er ist wütend, denn Schremser hat ihm einen delikaten Auftrag angekündigt. Kottern erwartet sich vor der warmen Spur nichts, Schremser will aber am Abend ihn Mr. Robinson nach den beiden Jugoslawen fragen. Kottern hält einen Abstecher in Spillikan für verfrüht. Im Karton, in dem der persönliche Kleinkram Honemanns untergebracht ist, sind außerdem Autoschlüssel, noch vier Kaugummis, ein Parker-Kugelschreiber, ein frischer Personalausweis, Kleingeld, gelbe Tabletten und eine Schachtel Reno. Der raucht dasselbe Grat wie du, sagt Kottern. Aha, willst du am Diebstahl aufrufen? Schremser reißt gleich eine neue Packung aus seinem Schreibtisch auf. Kottern betrachtet die Tabletten, die eingeschweißt und nicht beschriftet sind. Ich trotel, schreit er plötzlich, lässt Tabletten in den Karton fallen und greift nach dem Autoschlüssel. Zwar vom Erkennungsdienst, komm er mit. Ja, wohin? Das Auto vom Honemann packt irgendwo beim Adlon, glaubt Kottern und wedelt erwartungsvoll mit dem Schlüssel. Schremser geht zum Computer, um nach Honemanns Autonummer zu forschen. Nicht notwendig, sagt Kottern. Lincoln stehen da bestimmt nicht sehr viel herum. Richtigstellung 3 Unwahr ist, dass das Demonstrationsrecht in Österreich eingeschränkt ist. Wahr ist, dass sich die Polizei bei Demonstrationen vermummern darf. Karl Imhof, 45 Jahre, und Sonja Kripperwetz, 34 Jahre, vom Erkennungsdienst, haben mit Lincoln in der Theodor-Körner-Gasse komplett geöffnet. Alle Türen, sogar die Motorhaube und der Kofferraumdeckel stehen offen. Ein paar schorlustige Passanten werden von Kottern vom Gehsteig verwiesen, warten aber in sicherer Entfernung ab. Im Hof sucht den Kofferraum ab, die Beamte nimmt sich den Innenraum vor. Im, wegen eines defekten Lämpchens, unbeleuchteten Handschuhfach, findet sie unter dem Serviceheft und einer Straßenkarte ein dolchartiges, zweistanniges Messer. Die Klinge ist fleckig, Blut hat keinen Geruch, aber Sonja Kripperwetz, die das Messer mit Zellstofftüchlein anfasst, ist überzeugt, dass es sich um ein eingetrocknetes Blut handelt. Kottern verliert die Geduld, nimmt das Messer in einem der vorbereiteten Säckchen mit und fährt zurück ins Sicherheitsbüro. Dass es sich um Blut handelt, kann man ihm im Labor schnell bestätigen. Ob es sich um das Blut der ermordeten Lehrer Leskova handeln kann, wird erst morgen im Laufe des Vormittags feststehen. Als Alfred Schrammel kurz vor 17 Uhr auf der Rolltreppe zum vorgeschlagenen Treffpunkt schwebt, fühlt er sich in günstigem Wind. Vergessen sind die peinlichen Befragungen der letzten Stunden. Zweimal ist er für einen Interessenten gehalten worden. Herausgefunden hat er nichts, was zu erwarten war. Um 16 Uhr hat er seine Interviews abgebrochen, ist heimgefahren, um sich nach 10-minütigem Duschen mit Bodylotion, Franz Brandwein und Afterchef für das Treffen zu rüsten. Er ist wie immer zu früh dran, geht vor dem Eingang zur Kaffee-Konditorei hin und her und schaut durch die Glastür in das Lokal. Zwei purpurfüßige Tauben treiben sich gleichzeitig mit ihm auf dem Trottoir herum. Punkt 17 Uhr ist Margit Winter da. Sie macht sich mit einem Hüsteln bemerkbar, die versprochene Zeitung hat sie vergessen. Schrammel drückt ihr fest die Hand, Margit Winter zieht eine Augenbraue hoch wie Mr. Spock. Für ein paar Minuten gehen die beiden in das Café, trinken, weil kein Platz frei ist, zwei große Braune im Stehen. Was haben sie sich vorgestellt? fragt Margit Winter. Ihre Wangen sind violett wie ihr Faltenrock. Ich weiß es nicht, gibt Schrammel zu. Es war ja ihr Inserat. Sie mochen es sich leicht, sagt sie und zieht die andere Braue hoch. Schrammel gefällt von Anfang an ihre tiefe, kultivierte Stimme. Ich suche einen Mann mit vielen Interessen. Daran wird's nicht scheitern. Ich gehe gerne ins Kino und ins Theater. Und zum Fußball? Nein, lügt Schrammel, weil er sicher ist, dass Interesse für Fußball jetzt nicht gefragt ist. Aber ich bin aktiver Sportler. Karate im Polizeisportverein. Wieso Polizei? Schrammel fühlt sich schon wieder genötigt, an seiner Person Korrekturen vorzunehmen. Ein Freund hat mir die Polizei empfohlen. Die Bedingungen dort sind günstig. Sind sie Beamter? Ja. Und wo? Im Verteidigungsministerium, sagt Schrammel, weil es das einzige Ministerium ist, von dem er weiß, wo er sich befindet. Interessant. Mein Mann war jahrelang die rechte Hand des letzten Ministers. Ihr Mann? Damit sind wir bei mir, sagt Margit Winter. Mein Mann ist 20 Jahre älter als ich und längst in Pension. Er litt im Burgenland und hat keine Interessen. Für mich schon gar nicht. Das tut mir leid, behauptet Schrammel. Seit Weihnachten habe ich ihn nicht gesehen. In der Annonce habe ich ihn verschwiegen. Macht Ihnen das was aus? Ich hoffe, ich glaube nicht. Oder wollten Sie unbedingt heiraten? Nein. Nein. Magit Winter trinkt ihre Schale leer. Der letzte Kaffeetropfen ist von ihrem Mund zur Kinnspitze unterwegs. Bevorzugen Sie einen anderen Typ? Schrammel rührten der Zunge in seinem trockenen Mund um. Er will entschlossen vorgehen. Sie gefallen mir. Sofort schaut er sich um, ob ihn jemand im Lokal gehört haben könnte. Dann streicht er über ihre Hand, die neben der leeren Kaffeeschale auf dem Kasserbohn ruht. Auch ihre Fingernägel sind violett. Gehen Sie gern zum Heurigen? fragt Magit Winter jetzt und zieht ihre Hand vorsichtig weg. Jo, schwindelt Schrammel, der Pepsi und Kehle bevorzugt. Ich kenne einen am Rand von Grinzing, wo man ungestört ist, erklärt sie. Der hat seit vier offen. Schrammel zahlt die Rechnung auf den Schilling genau, nachdem Magit Winter versichert hat, dass sie sich auf Schrammels Fahrkünste verlassen kann. Als sie aus dem Café treten, flattern die zwei Tauben hoch. Ein uniformierter Polizist, der eben die Operngasse überquert hat, salutiert Schrammel an. So bekannt sind sie, flüstert Magit Winter. Schrammel antwortet nicht und besteigt die Rolltreppe in den Untergrund. Vor dem Heurigen Lokal weigert sich Schrammel, das Auto und den Rädern auf dem Gehsteig zu parken. Er besichtigt mit seiner Begleitung 20 Minuten lang im Auto die Gegend, um dann doch mit zwei Rädern auf dem Gehsteig zu parken. Durch das laute, dicht besetzte Lokal steuert Magit Winter auf eine Treppe zu. Schrammel folgt ihr nach oben. Im ersten Stock sind abgeschlossene Holznischen aneinandergereiht. Schrammel muss aber zuerst den Lichtschalter finden. Magit Winter entscheidet sich für die zweite Nische und setzt sich dicht neben Schrammel hin, denn das Tempo irritiert. Die hölzerne Umgebung veranlasst sie zur nächsten Frage. Gehen Sie gern in die Sauna? Schrammel nickt und legt seine rechte Hand auf ihren linken Oberschenkel. Das kann keinesfalls schaden, hat er in How to Sucked with Women gelesen. Das Buch hat er sich für 15 Dollar bei einem Postfach in North Carolina bestellt. Ich weiß eine kleine Sauna in der Nähe, wo man sich für zwei, drei Stunden einmieten kann. Schön, meint Schrammel und zieht Kreise auf dem Oberschenkel der Frau. Schrammel versucht in den nächsten Minuten geistreich zu sein, die vorbereiteten, eingelernten Sprüche fallen ihm aber nicht ein. Magit Winter will davon ohnehin nichts wissen. Sie erobert mit der rechten Hand Schrammels flaumige Hühnerbrust. Nach 20 Minuten hat sich noch immer kein Angestellter des Lokals den ersten Stock verirrt. Schrammel und Magit Winter kehren in umgekehrter Reihenfolge ins Erdgeschoss zurück. Oben ist geschlossen, sagt ein Dürer-Kellner ausdruckslos. Er hängt mit einem Ohr an einem kleinen Radio. Die Berührungen wollen Schrammel und Frau Winter vor Zuschauern nicht fortsetzen. Sie will den Kriminalbeamten zur Sicht nach Hause einladen. Schrammel kann sich nicht gleich entschließen. Magit Winter hat vorhin auch ihre zwei Rottweiler erwähnt, mit denen sie zusammenlebt. Europa Cup, sagt Schrammel, um Zeit zu gewinnen zum Kellner, der nicht vom Radio weicht. Die türkische Botschaft ist überfroren worden, berichtet er eifrig. Die Polizei hat der Radio sogar Reserve-Einheiten einberufen. Schrammel streckt sich und spitzt die Lippen. Dienst ist Krieg, verkündet er und eilt zum Ausgang. Er weiß auch nicht, ob dieser Satz von ihm selber oder von Mickies Belähen ist. »Kommen Sie zurück!« verlangt Magit Winter. Schrammel hört sie gar nicht mehr, stürmt durch die Träte ins Freie und ist gleich darauf mit dem Auto zur Botschaft unterwegs. »Eine Frau ist etwas mit Geruch«, hat Schrammel einmal in einem der auf Schremsers schreibtisch aufliegenden Gedichtbände gelesen. An den Heublummerngeruch von Magit Winter wird er noch lange denken können. Und lieber als echte Umarmungen sind ihm noch Gedanken an Abenteuer, Fantasien mit wirklichen Personen. Jetzt wird der ganze Polizeibeamte gebraucht. Schon auf dem Schwarzenbergplatz wird Schrammel schwunggebremst, weil er auf eine Polizeisperre trifft und keine Legitimation vorweisen kann. »Ich bin Polizist«, sagt Schrammel ärgerlich. »Na, bei mir nicht«, meint der Polizist, der Schrammel angehalten hat. Er zeigt mit ausgestrecktem Arm in die Richtung, in die sich Schrammel aus dem Staub machen soll. Um 18 Uhr ist Ablöse für der türkischen Botschaft in der Prinz-Eugen-Straße. Das polizeiliche Zwei-Mann-Team für die nächsten Stunden trifft im VW-Bus pünktlich ein. Walter Weberer, 56 Jahre, und Robert Jelinek, 28 Jahre, eine frühere Funkstreifen-Gemeinschaft. Der ältere Polizist bleibt im Auto, liest in der EZ von morgen, die er bei der Oper gekauft hat. Die Deutschen wollen, weil einer ihrer Spieler gesperrt werden soll, aus der Wiener Eishockey-Meisterschaft aussteigen. Robert Jelinek geht seine 24 Schritte vom Portal zur Straßenecke, wartet ein paar Sekunden, blickt in die Seitengasse, kehrt zum Tor zurück. Er winkt der Trafikantin zu, die ihr Geschäft abgesperrt hat und mit einem kleinen Auto statt einwärts fährt. Die rechte Hand Jelineks bleibt vorschriftsmäßig auf der Maschinenpistole. Der von der Dienstanweisung verlangte andauernde, aufmerksame Rundblick bleibt aus. Jelinek lässt sich von jeder Kleinigkeit ablenken, ist froh, wenn ihn ein zufälliges, banales Ereignis beschäftigt. Schon eine halbe Stunde nach Dienstantritt will Jelinek eine Zigarette rauchen und für ein paar Minuten mit dem Kollegen im Bus Platz tauschen. »Muss Brauchmann mehr zum Leben«, sagt Weberer ohne Vorwarnung. »Geld«, vermutet Jelinek. »Geduld«, vermutet Weberer und kurbelt das Fenster nach oben. Jelinek lässt die angebrochene Schachtel Maverick in der Uniformtasche und beginnt seine letzten 24 Schritte zur Theresianumgasse. Er kehrt um, geht an einer Frau mit Rauhardackel vorbei zum Tor der Botschaft. Das Gebäude wird eben vom stellvertretenden Botschafter Orhan Kadri verlassen. Jelinek salutiert, blickt dem Diplomaten nicht nach, der seinen Privatwagen nie direkt vor der Botschaft abstellt. MP-Schüsse fallen. Jelinek will sich zu Kadri umdrehen, ist aber selber getroffen, schlägt gegen die Mauer, verliert seine Waffe und stürzt auf den Gehsteig. Die zweite Salve gilt Kadri, der keine Deckung findet. Dann explodiert der VW-Bus. Walter Weberer kommt nicht einmal dazu, die Zeitung auszulassen. Ein paar Autos stoppen, andere fahren davon. Nach ein paar stillen Sekunden ist Geschrei zu hören. Im zweiten Stock der Botschaft wird ein Fenster geöffnet, dessen Scheiben ohnehin zerstört sind. Nach drei Minuten sind die Funkstreifenwagen Paula 2 und Roland da. Die Polizisten laufen gehetzt und planlos zwischen den beiden Männern auf dem Trottoir hin und her, bellen in die Sprechfunkgeräte. Der Türke ist tot. Jelinek gibt noch Lebenszeichen von sich. Ein Mann aus der Botschaft hat schon vor Eintreffen der Polizei die Ledertasche des toten Diplomaten ins Haus getragen. Die Straßensperren und Kontrollen der Polizei kommen auf jeden Fall zu spät. Robert Jelinek stirbt im Rettungswagen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Leichenteile und Teile des Polizeifahrzeugs sind über 50 Meter in alle Richtungen verstreut. Sogar im gegenüberliegenden Schwarzenbergpark liegen Blechstücke. Eine Botschaftsangestellte behauptet Stunden später, sie habe das Auto an ihrem Fenster im ersten Stock vorbeifliegen sehen. Verlässliche oder wirklich brauchbare Aussagen kann die Polizei nicht einsammeln. Verdächtige Automarken werden von Passanten genannt. Bei den Farben der möglichen Fluchtautos ist man sich erst recht nicht einig. Ein Mechaniker will einen Ausländer mit riesiger Waffe auf dem Gehsteig vis-à-vis der Botschaft gesehen haben. Der Verdächtige sei nach dem Attentat mit der schweren Waffe zu Fuß geflüchtet. Einigermaßen sicher ist nur, dass die Sprengung des Autos unmittelbar nach den Schüssen erfolgt ist. Wann und wie der Sprengstoff unbemerkt am oder unter dem Auto angebracht werden konnte, lässt sich nicht beantworten. Die Journalisten sind schnell zur Stelle und liefern schon in den Morgenausgaben die tragischen Details nach. Der ermordete Botschafter wäre in fünf Tagen endgültig auf einen Post nach Ankara gegangen. Seine Frau ist schon vor Tagen heimgeflogen, um die Rückkehr vorzubereiten. Walter Weberer wollte am Samstag mit einer wesentlich jüngeren Frau einen dreiwöchigen Urlaub nach Jugoslawien und Griechenland antreten. Noch am Mordtag hat er an seinem selbst eingerichteten Campingbus gebastelt. Jevenek hinterlässt eine im fünften Monat schwangere Gattin und eine noch nicht zweijährige Tochter. Nach einer Bemerkung der Witwe ist der junge Polizist vor ein paar Wochen auf den ungeliebten Wachtposten vor der Botschaft strafversetzt worden. Das Attentat auf Orhan Kadri ist der dritte Überfall auf die türkische Botschaft in den letzten Jahren. Die unbekannten Täter werden von den Zeitungen wie immer in den Kreisen von armenischen Extremisten, Regimegegnern, Regimeopfern oder Terroristen europäischen Zuschnitts vermutet. Die letzten Neugierigen, die durch Radiomeldungen angelockt wurden, verschwinden gegen zwei Uhr morgens aus Tatortnähe. Ein anderes Polizeiduo bewachte jetzt leere Botschaft um das fast 40 cm tiefe Loch im Asphalt. Im Paternoster Schraml Der Hohnemann lügt, wer den Mund aufmacht. Schremser Wer sagt es? Schraml Seine Antworten kommen viel zu geschmiert. Schremser Soll er wegen dir stottern lernen? Ein dicklicher Inder mit rotem Turban und ein Transvestit in einem Carmenkleid versorgen das Publikum im Mr. Robinson mit Getränken. Paul Schremser erfährt keine Silbe über den Zwischenfall mit den Jugoslawen. Der Transvestit interessiert sich, sagt er, nicht für Eifersuchtsgeschichten. Der Inder, der einen glitzernden Stein in der Nase hat, ist erst den dritten Tag her. Eine Belästigung der Gäste durch Schremsers Fragen wollen aber beide nicht zulassen. Da ein Glas Bier 42 Schilling kostet, zieht sich Schremser nach fünf Minuten ins Freie zurück. Schremsers Leben, wenn er sich nicht gerade konsequent mit einem Mord befasst, besteht meistens nur aus Erinnerungen. An Erinnerungen? Auf dem Weg nach Hause fällt ihm die jahre zurückliegende Verhaftung eines Bankräubers im Cabaret Renz ein. Ein blasser, grauer Film. Hat es geregnet damals? Über Nacht ist nichts besser geworden. Cotterns Gesicht ist am Donnerstag noch maskenhafter, der Mundwinkel lässt sich kaum mehr bewegen. Beim Frühstück hat Cottern unerwartete Schwierigkeiten. Er beißt sich immer wieder von innen in schlaffe Lippenfleisch und der Kaffee landet zum großen Teil auf dem frischen Hemd. Als er vor dem Weggehen Ilse auf die Wange küssen will, kommt ihm ein schmatzendes Geräusch aus. Der Polizeimajor entscheidet sich doch für einen sofortigen Abstecher zum Arzt im Nebenhaus. Die Ordination hat noch nicht begonnen. Cottern lässt sich trotzdem nicht abwimmeln. Der Doktor, ein noch junger Tunesier, beschäftigt sich nur kurz mit ihm. Er lässt ihn die Zähne fletschen, was Cottern nur recht einseitig zustande bringt. Und die Stirn runzeln, was auch nur beschränkt möglich ist. Voll erwischt, meint der Doktor dann, macht ein trauriges Gesicht und füllt ein Überweisungsformular für eine neurologische Abteilung aus. Er empfiehlt das allgemeine Krankenhaus. »Wir werden auch nicht viel machen können«, kündigte er an. »Sie bekommen sicher viel Vitamin B. Wenn Sie Glück haben, ist es eine Nervensache. Viel Geduld brauchen Sie auf jeden Fall. Ins Allgemeine können Sie jetzt gleich fahren.« Cottern kommt der Aufforderung nicht nach. Er fährt in sein Büro in der Bergkasse 41. Die Laborergebnisse muss er unbedingt vorher wissen. Gleichzeitig mit Schrammel trifft er im Büro ein. Schremser hat den Bericht vom EKF auf seinen Tisch schon gelesen und brennt darauf, die Neuigkeiten weitergeben zu können. »Jetzt haben wir den Zusammenhang«, strahlt er. »Was?« »Das Messer aus dem Handschuhfach ist zweifellos die Waffe, mit der die Leskova erstochen worden ist.« Cottern reibt sich innerlich die Hände. »Die Meldung ist die richtige Basis für ein gedeihliches Verhör mit Hohnemann.« »Moment«, sagt Schrammel, »das Beste kommt erst. Die Waffe ist vor der Tat anscheinend schlecht gereinigt worden. Wir haben außer Blutspuren der Toten noch andere gefunden. Blutgruppe B1.« »Na und?« »Der Geritzer hatte B1.« Cottern schnappt nach Luft. »Zwei Morde«, sagt Schrammel. »Zweimal derselbe Mörder.« »Falsch«, belehrt Schremser den schon wieder voreiligen Kollegen. »Ziemlich sicher ist es dieselbe Tatwaffe. Der Mörder muss gar nicht derselbe sein.« »Es ist aber anzunehmen«, beharrt Schrammel. »Im Haus ist übrigens die Hölle los«, berichtet Schremser. »Der Bilch ist im Nahkampf mit der Staatspolizei.« »Warum?« »Wegen der Schießerei vor der Botschaft. Die Stapo reklamiert die Geschichte ausschließlich für sich.« »Kannn Sie recht sein«, findet Cottern. »Dem Bilch ist es nicht recht. Zwei Kollegen sind erschossen worden. Der Bilch will sich gerade deswegen besonders hervortun und das Dezernat nicht austrocknen lassen.« »Wo ist er?« »Ein Innenminister. Der hat einen Krisenstab gebildet, der ihm die Verantwortung abnimmt. Der Bilch kämpft um seine Kompetenz.« »Und unsere Überstunden«, fürchtet Cottern. »Die einigen sich offiziell auf Zusammenarbeit. Und an Zusammenarbeit hat weder die Stapo noch die Grepo Interesse.« »Wir reden wir jetzt mit dem Hanne?«, will Schraml wissen. »Na sowieso«, sagt Cottern. »Du darfst einem obholen.« Cottern schaut auf seine Armbanduhr. Um elf will er im Krankenhaus sein. »Kürzen und Redigieren«, Übung 1. »Die architektonische Revolution ist am vielen der zahlreichen Polizeigebäude spurlos vorbeigegangen.« »Allein schon der bloße Anblick des Sicherheitsbüros in der Dämmerung machte den Verdächtigen H bereits übertrieben und ausgesprochen misstrauisch.« Die Fassade war ganz und gar grau, wie seine persönlichen Aussichten, und die eher schlecht als richtig beleuchteten Räume im Inneren des Gebäudes waren hoch. Die Aussprache, die von der Versicherung für morgen angesetzt war, konnte er keinesfalls wirklich einhalten. H. fasste absolut spontan eine erhebliche Abneigung zu den stark oberflächlich geschweißten Räumern. Die Verhörbeamten gaben sich flott, verständnisvoll, reizend. Nur die blasierten Augen des Oberinspektors klebten an den Innernseiten seiner unverkennbaren Krankenkassenbrillen. »Ihre gute Laune«, äußerte der zynische Inspektor, »muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden.« Einer der vorhin schon angeführten Beamten sprach mit einem anderen von ihnen über eine mehr als entgangene Gelegenheit, weil die gesetzliche Anmeldefrist um fast vier Tage versäumt wurde. Das Misstrauen erhöhte sich um einige Grade, da niemand die ungeborenen Fragen endlich stellen wollte. Telex, der Austria-Presseagentur In Zusammenhang mit dem Attentat auf den stellvertretenden Botschafter der Türkei, Orhan Kadri, sind bei der APA und der Wiener Polizeidirektion identische Bekennerbriefe eingelangt. Die Briefe sind mit Schreibmaschine geschrieben und drei Stunden vor dem Anschlag auf einem Postamt in Wien 3 abgestempelt worden. Die textliche Abfassung spricht, nach ersten Informationen aus der kriminalpolizeilichen Abteilung, nicht für armenische oder türkische Täterkreise. Die grammatikalisch richtigen Formulierungen verstärken die Annahme, dass es sich um deutsche Terroristen oder ihre österreichischen Mittelsleute handeln könnte. Textvergleiche mit einschlägigen Bekennertexten aus der deutschen Szene werden derzeit durchgeführt. Der originale Brieftext Mit angebrachtem Stolz geben wir das Ableben von Orhan Kadri bekannt. Das Volksgericht hat den vielfachen Mörder am eigenen Volk einstimmig zum Tode verurteilt. Polizeiliche Vertreter der sogenannten regionalen Demokratie haben Kadri auf seinem letzten Weg begleitet. Die Vollstreckung, verlassen Sie sich darauf, ist nur ein Anfang. Wir machen weiter. Bewaffnen Sie sich. Greifen Sie ruhig zu Sondergesetzen, Sondereinheiten und militärischen Waffen. Die Hysterie der Herrschenden gefährdet uns nicht. Action Sceptor am 22. April 1987 Wie hat die Aufgabenstellung gelautet? Sie sollten den von uns absichtsvoll wortreich gestalteten Text von seinem Ballast befreien. Daran haben Sie sich nicht gehalten. Sie haben Thema und Tatsachen verändert. Ihre Vorgangsweise ist originell, radikal und unbrauchbar. Was nützt Ihnen das beste Epigramm, wenn Sie zur Prosa und zur Roman drängen? Kürzen ist Hauptbestandteil populären Schreibens. Aber Sie kürzen nicht, Sie getonieren. Versuchen Sie es bitte noch einmal. PS Zum richtigen Redigieren und Kürzen gehört auch die fachmännische Kenntnis der richtigen Korrekturzeichen. Wenn Sie darüber ganz genau Bescheid wissen wollen, empfehlen wir Ihnen den Duden, den Sie gegen Vorausscheck über uns verbilligt beziehen können. Kottan, Schremser und Schrammü umkreisen auf dem ächzenden Parkettboden Karl Honemann, der auf einem Drehsessel sitzt und einen Becher Automatenkaffee leert. Karl Honemann hat, mit vier anderen in der Zelle, nicht viel geschlafen, ist sich aber völlig sicher, dass ihn die Polizei noch nicht im Zusammenhang mit dem toten Apotheker sieht. Schramml darf keine Fragen stellen, in seine Verantwortlichkeit fällt nur die problemlose Aufnahme des Gesprächs. Der billige Kassettenrekorder hat die Inventarnummer B605. Schremser nimmt einen neuen Anlauf, erdrückt mit der rechten Krücke gegen Honemanns Brustkorb. Wir haben Ihr Auto sichergestellt. Hätte ich auch getan, sagt Honemann gelassen. Als Dienstfahrzeug stelle ich es nicht zur Verfügung. Wir haben es gründlich untersucht. Meinetwegen, auch das Haarenschuhfach. Honemann lächelt und wirft den Becher Richtung Papierkorb. Und das Stehmeißen gefunden. Gratuliere. Auch das stelle ich nicht zur Verfügung. Wir haben gar was anderes gefunden, sagt Kottern mit höflichem Gesicht. Er hält Honemann eine Fotografie der zweischneidigen Waffe hin. Honemann reagiert nicht. Was ist das? Die Tatwaffe wird Schremser laut und verstärkt den Druck mit der Krücke. Mit der ist die Vera Leskova erstochen worden. Und der Hubert Geritzer. Honemann funkelt Schremser an. Daher ist mir unbekannt. Aha. Und das Messer auch? Ich weiß nicht, redet sich Honemann heraus. Das Foto ist nicht besonders. Sie haben also so ein Messer? Ja, im Läusl. In einem Schreibtischfach. Als Brieföffner. Vielleicht hat es mir wer gestohlen. Sowieso. Unterbricht in Kottern. Zwei Leute damit abgestochen. Und nachher ihnen ins Handschuhfach gelegt. Märchenstunde ist am Sonntag im Radio. Ich hab mit dem Wort an der Verena nichts zu tun. Geht das in ihr weiches Gehirn nicht hinein? Schramml will Honemann sofort zurechtweisen. Wird aber von einem Blick Kotterns gestoppt. Lass ihn doch. Wenn es ihm gut tut. Glauben Sie im Ernst, schreit Honemann. Ich behalte das Messer im Auto. Das Messer wird mir unterschoben. Von wem? Von euch. Kottern geht gar nicht darauf ein. Setzt sich auf seinem Schreibtisch und lässt die Stiefelbeine baumeln. Wo ist es denn mit dem Stehmessen? Das hätte im Handschuhfach sein müssen. Als Führerscheinersatz? Wir haben nichts gefunden. Warum fahren Sie in Stemmeisen im Auto spazieren? Ich sag Ihnen was. Kündigt Honemann an. Unter seinem Mittelscheitel haben sich drei Schweißperlen gebildet. Bitte. Ich habe am Sonntag die Leiche in der Wohnung entdeckt. Während ich drinnen war, hat jemand die Tür von außen versperrt. Mit dem Stemmeisen habe ich mich befreit. Die Kriminalbeamten schweigen den Zuhälter an. Ich habe die Wohnungstür von innen aufgebrochen. Haben Sie es nicht gesehen? Nein, sagt Kottern. Aber meine Mutter. Honemann starrt verständnislos Kottern an. Dann ein Fahndungsplakat an der Wand. Wann sind Sie in die Wohnung gekommen? fragt Schremser. Kurz vor halb zwei. Die Tür war offen. Der Mord ist ja schon um halb zwölf passiert. Das weiß nur der Mörder. Fert Schrammelt dazwischen, der wieder einmal seine Worte nicht zügeln kann. Und 800.000 EZ-Leser, sagt Honemann. Kriegt nur einen Kaffee? Bestimmt nicht. Haben Sie auch eine Schusswaffe? Diese Frage trifft Honemann sichtlich aus heiterem Himmel, obwohl sie nur eine Routinefrage Schremsers ist. Nein. Aber es ist eine auf Sie zugelassen. Die habe ich verloren. Meint Honemann schnell. Er ahnt nicht, dass auch Schremser wieder nur eine Vermutung redet. Haben Sie eine Verlustanzeige gemacht? Nein. Ja, wieso nicht? Ihr warst so Autorität. Bei den Frauen? Bei allen. Und das Läuten des Telefons unterbricht das Gespräch für den ganzen Tag. Der Dizenzleiter will die komplette Mannschaft in zwei Minuten in seinem Büro haben. Auf Kottern wird er verzichten müssen. Er macht sich auf den Weg ins allgemeine Krankenhaus. Der Major begleitet Karl Honemann bis zum Paternoster, wo er ihn an einem Uniformierten übergibt, dessen Pistolentasche offen ist. Im Skoda weiß Kottern, dass Honemann die einzig wichtige Frage nicht gestellt worden ist. Wenn Honemann tatsächlich ein Alibi hat, glaubt Kottern den Namen des Alibis zu kennen. Im Warteraum der neurologischen Ambulanz sind zwei Rollstuhlfahrer, die von Kottern drankommen und sich über Lottozahlen unterhalten. Der Ältere der beiden ist anscheinend nur als Begleitung da. Er hat eine Silbermedaille von einem internationalen versehrten Wettkampf an der Tränensjacke befestigt. Kottern zählt die Blätter der abgestaubten Gummibäume und die Wedel der Zimmerpalmen, weil er ihn ein Bild verfolgt. Die kriminalpolizeiliche Abteilung, speziell das Morddezernat, als auf dem Rücken liegender Käfer, der mit den Beinen hilflos in alle Richtungen strampelt. Kottern sieht keinen Weg durch die kleinen und halben Wahrheiten. Der Neurologe, der laut Chromschild am Kittel auf den Namen Dr. Watzinger hört, macht von Anfang an ein lauerndes, besorgtes Gesicht. Kottern soll demonstrieren, was er schon beim praktischen Arzt nicht demonstrieren konnte. Dr. Watzinger schaut ihm in den Mund und leuchtet ihm mit einer kleinen Taschenlampe in die Augen. Dann will er wissen, wie lang die Beeinträchtigung schon andauert. Kottern gibt bereitwillig Auskunft und meint, dass er keinesfalls ins Krankenhaus aufgenommen werden möchte, wenn das irgendwie möglich ist. Wir werden sehen, meint Dr. Watzinger unverbindlich, der einen dünnen Oberlippenbart trägt, wie er eigentlich von frischen Streifenpolizisten bevorzugt wird. Was sind Sie vom Beruf? Detektiv. Beim Staat? Kottern nickt und legt seine schwitzenden Handflächen an die Hosennähte. Sind Sie beruflich überfordert? Nein, protestiert Kottern sofort. Waren Sie in letzter Zeit krank? Mir ist nichts aufgefallen. Sind Sie gegen Zecken geimpft? Nein, ich holte mich kaum unter Bäumen auf. Kopfschmerzen, Kieferschmerzen, Nackenschmerzen haben Sie auch nicht gehabt? Ohrenschmerzen, fallen Kottern ein. Wann? Vor ungefähr zehn Tagen, ich hoffe, das Ohr eingetropft. Noch zwei Tagen waren die Schmerzen schon wieder weg. Das kann ein wichtiger Hinweis sein, sagt Dr. Watzinger. Sie haben ziemlich sicher eine harmlose Infektion der Facialis. Wenn der Gesichtsnerv nicht funktioniert, ist das halbe Gesicht mehr oder weniger gelähmt. Bei Ihnen scheint eine oberflächliche Lähmung vorzulegen. Ihr Glück, sonst müsste ich Ihnen einen Uhlenglasverband anlegen, damit Ihnen das Auge nicht austrocknet. Wie komme ich zu dem Schlamassel? Eine Verkühlung. Vielleicht sind Sie bei offenem Autofenster gefahren oder Sie haben sich in einem Raum mit extremer Klimaanlage aufgehalten. Haben Sie eine Klimaanlage im Büro? Nur nie vor sind flutliche Deckenbeheizung, die seit März obbescheutet. Wir machen morgen auf jeden Fall ein Röntgen, bestimmt Dr. Watzinger. Das entzündete Ohr vor ein paar Tagen ist aber ein Indiz, dass meine Vermutung stimmt und es sich nur um eine periphere Sache handelt. Kein Grund zur Beunruhigung, auch wenn es lästig ist. Auf stationäre Behandlung können wir wahrscheinlich verzichten. Und ein paar Neurobion-Pforte lasse ich Ihnen aufschreiben. Vitamin B? Ja, ja, ja. Am besten bleiben Sie in geschlossenen Räumen. Wenn es schlechter wird, rufen Sie mich an. Der Arzt überreicht eine schwarze, quadratische Karte mit weißer Schrift und wendet sich der Angestellten hinter dem Ambulanzschalter zu, die den nächsten Patienten über Lautsprecher aufrufen soll. Cotton ist noch nicht zufrieden. Der Schluck hat mich nicht getroffen? Nein, nein, meint der Arzt geduldig und schaut Cotton direkt in die Augen. In ein paar Wochen haben sie wieder ihr normales Gesicht. Heribert Pilks rotes Paradeiser-Antlitz scheint den Raum zu beleuchten. Die Gruppe Dusane ist komplett die Gruppe Cotton ohne ihren Chef angetreten. Der Diznazleiter weist die Plätze zu und zupft an seine Mascherl. Für Schrammel bleibt nur ein Stehplatz über. Es wird wieder auf unsere Teamarbeit ankommen, sagt Pilch, der hinter seinem Schreibtisch aufsteht und jedes Wort mit der rechten Hand illustriert. Die Kollegen von der Stapo wollen es nicht anders. Am liebsten würde er sogenannte Kollegen sagen. Wir haben genug am Häus, meint Dusane. Die prostituierten Morde, den Gerritzer Mord und vom letzten Jahr hängen uns noch zwölf Fälle noch. Statistisch bedauerlich, gebe ich zu, aber heute nicht von Interesse. Ich halte es für meine persönliche Pflicht, den Angebern von der Stapo zu zeigen, wo Gott wohnt. Wir glauben, weil sie die Abteilung 1 sind, dass sie wirklich die Ersten sind. Wenn wir in unseren aktuellen Fällen ein paar Tage kürzer treten, wird doch kein Malheur sein. Im Foliesko war es in der Unmittelbar vor dem Durchbruch, waren Schremser pathetisch. Auch egal, verkündet Pilch mit geblähtem Hals. Ich lasse mir von den Stapo-Figuren nicht in die Suppe spucken. Schremser findet den Dezernalsleiter, wenn er sich aufregt, fast unerträglich. Jeder hier im Büro kennt den familiären Hintergrund, weshalb der ständig schwillende Konflikt zwischen Kriminalpolizei und Staatspolizei in letzter Zeit eskaliert ist. Die politische Polizei wird seit zwei Jahren vom Stiefbruder des Dezernalsleiters Herbert Pilch von Heinz Bauer geleitet, den Pilch polizeiliche Qualifikation abspricht. Wer bei der Kripo nichts wird, geht halt zur Stapo, lautet ein oft wiederholter Satz des Bezernalsleiters. Einer der Gründe, warum Herbert Pilch unbedingt auf den Posten als Polizeipräsident spitzt, ist die Tatsache, dass er dann direkter Vorgesetzter des Stapo-Chefs wäre. Pilch referiert die bisherigen mageren Ergebnisse und lässt dünne Schnellhefter verteilen. Der Laborbericht über die Geschosse liegt vor, um die sich widersprechenden, kaum verwertbaren Zeugenaussagen. Das briefliche Bekenntnis wurde auf einer Schreibmaschine Olympia aus den 40er Jahren getippt. Der Dezernalsleiter entlässt die Beamten mit »Auf die Fährten, fertig, los«, eine Formulierung, die zumindest ihm selber gefällt. Pilch, der allein im Büro zurückbleibt, ist im Kampf gegen die Staatspolizei in den letzten Jahren nicht untätig gewesen. Er hat zahlreiche Dossiers über Dienstvergehen gesammelt, zugespielt von Informanten innerhalb der Stapo. Er hat ausreichend Unterlagen, die führende Köpfe der Stapo als Säufer im täglichen Dienst ausweisen. Sogar die Adressen der geheimen Treffpunkte, wo regelmäßig gesungen, gefeiert und getrunken wird, sind pilchbekannt. Er hat auf jeden Fall genug in der Hand, um eine sofortige aufsichtsbehördliche Überprüfung beim Minister erreichen zu können. Die Pleiten der Stapo bei praktisch allen spektakulären Fällen sind Legende. Der Minister, hat Pilch erfahren, will demnächst ohnehin die Konsequenzen ziehen. Er wird das Einsatzreferat der Staatspolizei bei der Polizeidirektion auflösen und eine neue Einheit im Innerministerium einrichten, wo er sie unter direkter Kontrolle hätte. Pilch weiß, dass an seiner Ernennung zum Polizeipräsidenten nichts zu rütteln ist, wenn die entscheidenden Schritte bei der Aufklärung des Anschlags vor der türkischen Botschaft von seinem Letznat kommen. Elvira Marki, 34 Jahre, derzeit Bardame. Mit dem Däuferl war ich vor ein paar Jahren näher befreundet. Eine kurze Schwäche von mir und eine anstrengende Zeit. Auf den ersten Blick ist er ja, obwohl er bei der Polizei ist, umgänglich und nett. Aber er gehört zur ganz stillen Sorte. Nur ja, kann er in Gedanken aussprechen, kein Gefühl herzeigen. Verstehen Sie? Im Bett war er genauso. Andere zwicken einen wenigstens, wenn er es soweit ist. Mir hat er außerdem zu viel Bier getrunken. Und inzwischen sind mir amerikanische Polizisten im Fernsehen lieber. Der Skoda Kotterns ist nicht einmal ein kleiner Barracuda, der durch sein Jagdrevier streift. Die Vitamindrachés hat sich Kottern in der Apotheke zur heiligen Brigitta besorgt. Die Vitamine B1, B6 und B12 sind angeblich für einen geordneten Ablauf des Nervenstoffwechsels unentbehrlich. Der Beipacktext droht beim Mangel an Vitamin B an, was Kottern schon hat. Bei Gottfried Benesheks Imbisswagen entscheidet sich der Major für eine simple Burenwurst mit süßem Senf und ein keninfreies Tonic. Beneshek macht für das seltsame Gesicht Kotterns nur schlechte Laune verantwortlich. Er will sich bedanken, weil er annimmt, dass Kottern seine Enthaftung beschleunigt hat. Der Kriminalbeamte lässt sich zwar die Hand schütteln, weicht aber mit dem Blick zur Brücke aus, wo türkische Kinder lachen und Möwen kreischen. Oder umgekehrt. Können Sie sich darum kümmern, dass meine Fingerabdrücke und Daten von Erkennungsamt gelöscht werden? Sagt Beneshek. Wirst in 20 Jahren nur eine auffohlen? Na, verspricht Beneshek. Ich werde meinen Frauen nicht mehr untreu. Wenigstens nimmt er sich selbst nicht ganz ernst. Auch Beneshek will mit Hubert Geritzer seit der Verhandlung 1958, bei der er für Hehlerei bedingt verurteilt wurde, keinen Kontakt mehr gehabt haben. Wie war denn dein Besuch im Spädeu? Fragt Schremser eine Viertelstunde später im gemeinsamen Büro. Informativ? Schremser waren die zwei getöteten Polizeibeamten persönlich bekannt. Mit Robert Jelleneck hat er die Vorliebe fürs Selberkochen geteilt. Der junge Polizist hat ihm sogar mehrmals ausgefallene Gewürze besorgt. Von den ermordeten Polizisten führt aber sicherlich kein Weg zu den Tätern. Holen wir uns den Honigmann wieder? Streckt Cotton vor und der zwei Trachés mit Leitungswasser hinunterspült. Der Bilch ist dagegen. Ist er verrückt geworden? Geblieben. Der Kadri hat absolute Präferenz. Cotton lächelt schräg, nimmt sich den fotokopierten Bekennerbrief, liest ihn durch. Ein Schatten hinter der Milchglas-Scheibe der Tür kündigt den Dezenalsleiter an, und er sich nicht vorstellen kann, warum zwei Beamte tatenlos herumlungern. Wir besprechen den Fall, behauptet Schremser. Was sagen Sie zu dem Brief? Pillig schaut den Major an, als habe der ihm eben ein desolates Auto ohne Prüfplakette angedreht. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gelesen. Bekenner gibt es genug, meint Pillig. Die Zentrale hat drei dementsprechende Anrufe registriert. Der Brief kann ja auch gefälscht sein. Ein Bekennerbrief ist nie falsch, sagt Cotton belehrend, höchstens das Bekenntnis. Ich hasse Ihre Spitzfindigkeit von Herzen. Die Telefonanrufe können Sie wirklich vergessen, meint Cotton. Unser Brief ist inklusive Bekenntnis echt. Ja, immerhin ist er vor dem Einschlag aufgegeben worden. Vor der Tat weiß normalerweise nur der Täter, was er vorhat. Bravo Cotton! Sind die Kuverts untersucht worden? Jo, ob sind da worden jedenfalls nicht drauf, sagt Schremser. Im nächsten Moment steckt Sonja Kripperwitz ihren Parschenkopf zur Tür herein. Ich komme später, sagt sie, als sie den Staatsleiter erspäht. Ich gehe schon, sagt Pillig pikiert und eiltern der Erkennungsdienstlerin vorbei. Sonja Kripperwitz, groß, mit modischen Brillen, aber etwas übergewichtig, schiebt die Tür langsam zu. Sie bleibt bei der Tür stehen und lässt Cotton nicht aus den Augen. Ich kann nicht schöner schauen, sagt Cotton. Das ist es nicht. Soll ich auch noch verschwinden? Bittet Schremser an, der einen Liebes- oder Eifersuchtsdialog erwartet. Na, na, du kannst ruhig bleiben, sagt Cotton und fixiert die Kriminalbeamtin. Wir haben keine Geheimnisse, oder? Sonja Kripperwitz schüttelt energisch den Kopf, verliert dabei fast die Brille. Worum geht's, will Cotton endlich wissen. Um eine Fleißaufgabe, sagt Sonja Kripperwitz leise. Dafür habe ich nichts übrig, erklärt Cotton. Er lässt sich seufzend auf seinen Sessel nieder. Sie verstehen mich falsch. Es handelt sich um eine Fleißaufgabe von mir. Bewilligt. Ich habe den Brief von gestern mit anderen einschlägigen Texten verglichen. Nach der verwendeten Schreibmaschine, nicht nach Formulierungen. Die Beamtin kommt jetzt zu Cotton's Schreibtisch und legt zwei Blätter auf die graue Kunststoffunterlage. Cotton spürt einen Stich in der Brust und bekommt einen jenen Schweißersbruch. Er erkennt die Texte sofort. Sonja Kripperwitz bleibt sachlich. Der eine ist im Original eine hektografierte Aufforderung gegen beabsichtigte Waffenlieferungen zu unterschreiben. Der andere Text ist ein Flugblatt gegen den Steierkonzern mit Aufruf zu der Demonstration. In Ordnung, mein Schremser, der noch nicht begreift. Was soll denn ihr Verschwörerisches verhalten? Ich habe auch gegen die Waffenexporte unterschrieben, sagt Cotton. Aha, sei privates Bier. Und im Impressum des Demonstrationsaufrufs scheint mein Sohn als für den Inhalt verantwortlich auf. Wahnsinn, stellt Schremser und reibt sich heftig an der Nase. Die Übereinstimmungsmerkmale sind leider nicht zu bezweifeln, meint Sonja Kripperwitz. Wer ist die Staatspolizei schon davon? Fragt Cotton. Nein. Muss sie es heute noch erfahren? Nein, nein. Was wollen sie unternehmen? Den Trautl zur Rede stellen. Cotton versucht Gerhard daheim zu erreichen, muss sich aber von Schremser bei Telefonnummer helfen lassen, die nicht einmal auswendig kann. Er ruft selten zu Hause an. Wieder erwarten ist Gerhard Cotton daheim und hebt ab. Kirchenbeitragsstö für den fünften Bezirk, sagt er. Damit meldet sich sonst Cotton selber ganz gern. Bleib, wo du bist, schreibt Cotton und wirft den Hörer zurück. Im Auto ein ohnmächtiges, wütendes Gefühl. Cotton hat keine Ahnung, was die Nachricht wirklich bedeuten kann. Der Motor heult gequält, während Cotton auf dem Keh immer wieder die Fahrspur wechselt und andere Fahrzeuge schneidet. Ein verärgerter Mann in einem Alpha nimmt für ein paar Minuten hupend Cotton's Verfolgung auf. Im Stiegenhaus rennt Cotton wortlos an seiner Frau vorbei, die mit zwei Müllsäcken unterwegs ist. An der Wohnungstür ist er zumindest so hektisch, dass er den Wohnungsschlüssel fallen lässt. In der Küche reißt er eine kalte Bierdose auf und dringt sie in Rekordtempo leer, bevor er an Gerhards Tür trommelt. Gerhard liegt auf der Stoffcouch und liest in einer Ständenzeitschrift, um die erste Umfragen für die bevorstehenden Universitätswahlen veröffentlicht. Der Major schleudert das Blatt, in dessen Impressum Gerhard Cotton genannt wird, seinem Sohn entgegen. Das Blatt flattert hoch und landet vor Cotton's Füßen. Du musst es nicht zurückgeben, sagt Gerhard freundlich, der die Stimmung Cotton's nicht kennt. Dann sieht er, dass das Flugblatt eine Kopie ist. Bevor er Cotton für die zusätzliche Vervielfältigung bewundern kann, poltert Cotton los. Werden den Schmoren verfasst? Ein paar von uns. Der Wortlaut ist beschlossen worden. Aha, organisiert wie ein Zentralkomitee, höhnt der Vater. Was ist denn? Der hat die Matrizen dazu getippt. Ich? Typisch. Du spürst denen auch noch die Sekretärin. Willst du dem Rumpelstilzchen Konkurrenz machen? Wo hast denn das getippt? In der Hochschülerschaft. Im Pressereferat. Aha, für die Schreibmaschine. Wir haben da ein paar ältere Exemplare. Aha, wer kann außer dir noch dazu? Auf Auftrag jeder, der inskribiert ist. Das wird locker gehandhabt. Die Schreibmaschinen sind ja zur allgemeinen Verwendung. Aha, wer passt auf, damit keine wegkommt? Niemand. Die sind zum Stehlen zu schwer. Kottan lässt sich neben Gerhard plumpsen. Er ist für den Augenblick erleichtert, macht einen tiefen, langsamen Atemzug. Die Wände in Gerhards Zimmer sind mit Plakaten französischer Problemfilme beklebt. Kottan kann sich mit französischen Filmen nicht anfreunden. Kommt noch eine Erklärung? Fragt Gerhard. Zu dem Attentat auf die türkische Botschaft sind Bekennerbriefe eingetroffen. Es sind einwandfrei, dass selben Maschinen wie deine Botschaften geschrieben wurden. Interessant. Gerhard trägt die Tatsache anscheinend kein bisschen auf. Und du hast angenommen, ich bin der Chef einer Terrorgruppe? Na, nix hab ich angenommen, sagt Kottan. Er wird noch einmal laut. Du hast bestimmt nix damit zu tun. Ehrenwort. Glaubst du einem Verdächtigen? Sagt Kottan im Tonfall seines Sohnes und grinst verzerrt. Mir schon. In Kottans Gedanken rasselt es noch immer. Er holt sich ein zweites Bier aus dem Eiskasten, gibt Ilse Kottan auf der Kücheneckbank einen Überblick der Tagesereignisse, dann ruft der Schremser im Sicherheitsbüro an. Das Pressereferat, beschließen sie, wird ab sofort überwacht. Dass noch andere Bekenntnisse dort gedippt werden, hält Kottan allerdings für reichlich unwahrscheinlich. Seiner Meinung nach sind die nächsten Briefe schon fix und fertig. Kottan hat sich bisher nie für Terrororganisationen interessiert. Beruflich war es auch nicht notwendig und verlangt. Alle politischen Attentate im Wiener Raum, bei denen die Täter nicht gleichgestellt werden konnten, hat sich die Stapo vorgenommen und kein einziges davon aufkehren können. Als Laie scheint Kottan die Universität als erste Adresse für Terroranwerber denkbar. Gerhard kommt mit dem kopierten Blatt in die Küche. Was bedeutet Action Scraptor? Wir wissen es nicht, sagt Kottan und flüchtet in einen Scherzer. Vielleicht monarchistische Terroristen mit mangelhaften Grammatikkenntnissen. In den James-Bond-Romanen hat das organisierte Böse meistens ein Namen. »Spectre«, entschlüpft es Kottan. »Die gleichen sieben Buchstaben.« »Zufall.« Kottan hält den Hinweis allerdings für gar nicht so abwegig. Was soll »Skeptor« denn sonst heißen? »Respect«? »Waschraumgespräch«, »Pilch«, »haben Sie sich als Dezernatsleiter beworben?« »Schremser«, »braucht Kottan einen Alibi-Konkurrenten?« »Pilch«, »manchen Leuten kann man nicht raten.« »Schremser«, »außerdem bin ich nicht bei der Partei.« »Pilch«, »treten Sie eben bei!« Im Autoradio wird ein Interview mit dem Innenminister angekündigt. »Schremser« lenkt seinen Wagen unverzüglich zum rechten Fahrrand. Der Minister, der direkt aus der Sitzung des Ministerrats kommt, wird von den Reportern des Abendjournals zum Attentat befragt. »Wir können uns noch kein gültiges Bild machen«, sagt er, »sonst gab nichts.« Der Kriminalbeamte dreht das Radio leiser und fährt weiter. Was soll das sein? Ein endgültiges Bild? Einen sinnloseren Satz glaubt Schremser noch nie gehört zu haben. Nicht einmal bei Schrammel, den er, bevor er das Sicherheitsbüro verlassen hat, wegen seines letzten Protokolls abgekanzelt hat. Die Befragungen in der Homo-Szene hat Schrammel in einem ungenauen, umständlichen Bericht zusammengefasst. »Ich wollte ja nur tolerant sein«, lautet seine Rechtfertigung. »Tolerant«, »sah nur ohmleichter«, hat Schremser gekontert. »Er ist ganz und gar nicht tolerant«, will es auch gar nicht sein. »Tolerante«, argumentiert Schremser, »halten sich selber für höchst normal und brauchen, von der Gemeinschaft der Normalen erkannt, andersartige Außenseiter, um sich stolz ihre Großzügigkeit oder Toleranz beweisen zu können.« Schrammel war vor den Kopf gestoßen und bratlos, weil er sich gerade zu einer toleranten Haltung in allen Fragen durchrängern wollte. »Toleranz ist aller Laster Anfang«, hat ihm Schremser noch auf dem Heimweg mitgegeben. Schremser fährt kreuz und quer durch die Stadt. Am Donnerstag ist das Fernsehprogramm wie immer zu vergessen. In einer Pizzerie im 4. Bezirk bestellt er sich eine Portion Tortellini und lässt die Hälfte stehen, weil die Teigwaren zwar bunt, aber nicht gewürzt sind. Auch er hat sich mit terroristischen Verbrechen bis heute nicht beschäftigt. Seine Unkenntnis hinsichtlich politischer Attentate kann er mit Recht »profund« nennen. Was kennt er schon? Die Kennedy-Morde, den Mord an Martin Luther King? Auf den ersten Blick klare Geschichten, die trotzdem jeden Zweifel zulassen. Schremser betrachtet das Attentat auf Kadri nicht als Herausforderung, nur als Appell an den Zufall, der die Polizei noch einmal zu Hilfe kommen müsste. Sollte man tausende Studierende überprüfen? Mit welchen Fragen? Die Straßen sind jetzt kurz nach 21 Uhr schon menschenleer. Der stärker gewordene Wind macht dem Citroën des Kriminalbeamten nichts aus. Wieder fällt Schremser auf, wie viel Papiermist ununterbrochen durch die Stadt segelt. Und Staub von den Winterstreuungen. Nur die Fußgängerzone und Hauptstraßen werden halbwegs regelmäßig gereinigt. Auf der Windschutzscheibe klebt hartnäckig Taubendreck, und der sich auch von den Wischern im Schnellgang nicht beseitigen lässt. Flugratten, würde Schrammel der gelehrigste Schüler Mike Hammers verächtlich sagen. Kann man politischen Tätern vorausdenken? Was ist der nächste Schritt? Ein Angriff auf chilenische Diplomaten? Die Entführung eines Abgeordneten oder des Bundespräsidenten? Um 23.15 Uhr landet Schremser doch vor dem heimatlichen Fernsehapparat. Vor uns die Hölle. Ein Kriegsfilm mit Jack Palance im Kabel-TV. Schon nach wenigen TV-Szenen greift Schremser zu seiner persönlichen Einschlafmethode. Buttermilch statt Schlaftabletten. Mautz, maunzt. Für die in immer kürzeren Abständen geschickte, noch nicht fertiggestellte Prosa bin ich auf Dauer die falsche Anlaufstelle. Beachten Sie bitte § 3, Punkt 2 unserer Vertragsbedingungen. Ich will Ihren Erzähleifer nicht bremsen, aber Sie haben seit der Redigierungsübung keine der vorgesehenen Aufgaben in die Fotobeschreibung, die Satzverbesserung geschickt. Haben Sie wenigstens die Kontrollaufgaben gemacht? Ein zufälliger Blick in Ihr wucherndes Manuskript verrät mir, dass Sie das Kapitel Symbiose zwischen sachlicher Argumentation und erzählender Fantasie nicht durchgearbeitet haben. Muss ich Ihnen mit schlechten Zensuren drohen? Glauben Sie mir, Sie verschenken nur eigene Zeit. Auch der Blick auf Ihre Dialoge beweist mir, dass Sie Grundlegendes noch nicht verstanden haben. Ihre Unterhaltungen sind flüssig zu lesen, aber Sie charakterisieren damit keine Personen. Die Handlung bringen Sie eher zum Stillstand. Lektion 8 dürften Sie also auch vernachlässigt haben. Sie zielen mutwillig ins Chaos. Sagen Sie jetzt nicht leichtfertig, ich rede hier nur ums eigene Überleben als Studienberater, wenn ich Ihnen ins Gewissen sage, Die Reihenfolge der Lektionen hat vielfach erprobten Sinn. Am Aufbau etwas zu ändern, Lektionen absichtlich auszulassen, macht es Ihnen nur schwerer. Angst müssen Sie nicht haben, dass Ihnen inzwischen die Lust am Schreiben vergeht. Noch sind Sie ein talentierter Dilettant. Wollen Sie das wirklich bleiben? Nicht nur die Götter setzten vor dem praktischen Erfolg den theoretischen Schweiß. Gerhard Kottan hat sich von ehemaligen Mitschülern überreden lassen, gemeinsam das Kongo, eine Diskothek beim Stadtpark, zu besuchen. Vor dem Eingang sitzt ein fetter 30-Jähriger auf einem Tonnetzstuhl. Er entscheidet, und dass Gerhard mit seiner ausgeborgenen Lederjacke als Gast nicht in Frage kommt. Ich werde mich beim Besitzer beschweren, erklärt Gerhard ernst. Gehenst du den? Ich bin es, sagt Gerhard und streckt die rechte Hand aus. Auf seine Begleiter wirkt die Meldung. Der Türsteher reagiert beleidigt und untersagt den anderen jetzt auch noch den Eintritt. Er will sie vom Eingang wegscheuchen. Der Hahn ist weiß, dass wir kommen, sagt Karl Wasservogel, ein Rothaariger, der im Gymnasium vier Jahre lang neben Gerhard verbracht hat. Wasservogel war ein talentierter Grafiker. Sein Lebensmotiv war Yassir Arafat, den er stets mit glühenden Teufelshörnern gezeichnet hat. Und Gerhard weiß jetzt noch nicht, ob der Teufel im jüdischen Glauben überhaupt vorkommt. Warum nicht gleich? brummt der Zerberus, der sich selber in einem abgewohnten Lederanzug gezwängt hat. Beim Vorbeigehen zittert Gerhard an den Nackenhaaren. Die Diskothek ist nicht einmal halbvoll. Goofy Stracka, ewiger Streber und langjähriger Klassensprecher, wählt den Tisch aus. Die meisten Gesichter wirken gelangweilt oder zumindest gleichgültig. Wie Frühaufsteher fällt Gerhard ein. Jede tägliche Tretmülle kommt ihm im Moment erträglicher vor als das eingeschlafene Tanzfieber. Nur dieses Schocke plappert aufgeregt. Gerhard redet mit Wasservogeln, der Geschichte studiert und angeblich überlegt, dem Militärdienst in Israel anzutreten. Gerhard wartet noch auf den Einberufungsbefehl vom Bundesheer, dann will er einen Antrag auf Zivildienst stellen. Bei den anderen aus der Klasse wird er das Gefühl nicht los, dass sie in einem halben Jahr zehn Jahre älter geworden sind. Aufschneiderei über Geschäftsideen, Bankzinsen und Weiber wechseln einander ab. Stracka zieht eine zierliche Brünette, die ganz schwarz kostümiert ist, auf einer der Tanzflächen. Als sie allein zum Tisch zurückkehrt, sagt er »Warst du, was die hat?« Er beantwortet die Frage gleich selber. »Ka Brust?« Nach dem zweiten Bier tappt Gerhard auf die Toilette, wo er sich zwei Minuten in der Kabine einschließt. Auch hier wohnt der weit herumgekommene Geist, der jeden, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Gerhard nimmt dann den Weg über die Treppe ins Freie. Er geht ein paar Schritte Richtung Ringstraße. Das Losungswort, um im Kongo sicher Einlass zu finden, wird er sich nicht merken müssen. Mit rauchenden Reifen bremst ein grauer Sierra neben Gerhard. Zwei Männer im Windjacken springen zu dem Auto. Einer stößt Gerhard von hinten nieder, beide ziehen ihn an den Armen hoch und schleifen ihn bis zur nächsten Ecke. Gerhard schreit nicht einmal. Ein dritter Mann, der an der Ecke in einem zerknitterten Mantel und unter einem breitkrempigen Hut wartet, verpasst ihm Handschellen und stößt ihn in einen dunklen Kleinbus. Im Auto, das sofort losruckt, zeigt die Nachgeburt Humphrey Bogarts kurz einen Ausweis. Gerhard erkennt nur einen roten Klecks. »Polizä«, sagt der Mann, »Staatspolizä.« Herbert Pilch lässt in den Tauch an der mittleren Schreibtischkante rasten. Zogar den Knopf am Hosenbund hat er geöffnet. Als Kottern die Tür öffnet, zappeln die Fliegenstreifen im Zug. Schrammel folgt dem Major auf dem Fuß. Kottern schließt automatisch das Fenster, sein linke Gesichtshälfte ist jetzt endgültig tot. Auf den ersten Blick erkennt Kottern die Staatsanwaltshaltung des Deznazleiters. Schrammel ahnt nichts, er räumt mit dem Plastikzahnstocher unter seinen Fingernägeln auf. »Warum sabotieren Sie mich?«, sagt Pilch düster. Er fächert sich mit einem halben Bierdeckeljuf zu. »Tue das. Sie tun nichts anderes.« Der Deznazleiter schlägt mit der rechten Faust auf die Schreibtischkante und zieht sich leicht verletzt zurück. Kottern weiß nicht, was er sagen soll. »Die Stapo hat die halbe Nacht ihren Sohn vernommen.« »Warum?« »Eventuelle Zugehörigkeit zum Kreis politischer Gewalttäter.« »Wo saß der Schwachsinn auf Deutsch?« »Er hat die Briefe an die Appa und an uns geschrieben.« »Woß der Gerhard?« »Wo hat er es zugegeben?« »Keine Ahnung. Ihnen ist er bis jetzt ja nicht einmal abgegangen.« »Er kommt öfter nicht harm. Und die Briefe wurde garantiert nicht geschrieben.« »Halten Sie den Mund!« »Ich habe mir ausgerechnet von meinem Bruder anhören müssen, dass Sie mit Ihrem Sohn unter einer Decke stecken.« »Zumindest, was den theoretischen Hintergrund betrifft.« »Unsinn!« »Schreit Kottern.« »Der Gerhard sitzt nur in einem Komitee, das gegen Waffenproduktion, Waffenexport und Waffenpolitik auftritt.« »Mit Anschlägen?« »Pillig dupft mit einem Papiertaschentuch in sein Gesicht.« »Die Briefe können es hundert andere geschrieben haben.« »Es ist die Hauptaufgabe von Studenten, sich um politische Angelegenheiten zu kümmern.« »Es ist unsere Aufgabe, Strichlisten über unpatriotisches Verhalten anzufertigen.« »Das sollte es da bemerken.« »Hat sie ja gemacht.« »Stellen Pillig, der das Papiertuch in die Stecktuchtasche seiner Jacke stopft.« »Sie sind auf jeden Fall aus den Ermittlungen schon wieder draußen.« »Danke. Ich habe mich nicht aufgetränkt.« »Weil die eigene Brut nicht im Griff hat, kann ich zuverlässig sein. Ihre Suspendierung kriege ich in Minuten durch, wenn ich will.« »Okay«, sagt Kottern gleichgültig. »Dann habe ich endlich Zeit für mein Bewerbungsschreiben.« »Sie sind maßlos, Kottern. Maßlos und verrückt.« Kottern geht zur Tür, bei der er sich noch einmal umdreht. »Bin ich ob sofort außer Betrieb oder nicht.« »Ich warte den Verhörbericht der Staatspolizei ab.« »Ich gehe sowieso«, sagt Kottern in der Tür. »Nach Hause?« »In den Krankenstand.« Kottern zieht die Tür hinter sich zu. Pillig hat eine brummende Fleischfliege im Visier, schießt ihr mit einem Einmachgummi eine Büroklammer nach, die ihr Ziel verfehlt. Schraml, das ewige Echo des Dezernatsleiters, verlässt, weil Pilch keine Notiz von ihm nimmt, auf leisen Sohlen ebenfalls das Büro. Vor dem Getränkeautomaten schnauzt Kottern Sonja Kripperwetz an, die seine Meinung nach getratscht haben muss. Die Beamtin läuft davon, Kottern holt sie ein, entschuldigt sich. Bei das Tabu ist man anscheinend selbst auf die identischen Schriften gestoßen. War ja auch gar nicht so schwer. Eine einzige richtig gestellte Frage an den Computer. Kottern lässt sich nicht direkt mit das Tabu ein. Er fürchtet, nicht die notwendige Zurückhaltung zu haben. Schremser will sich um die Enthaftung Gerhard Kotterns kümmern. Kottern lehnt an der Bürowand, zieht und lutscht an einer Schremser-Reno-Zigarette. In etwa zwei Stunden wird die Staatspolizei Gerhard Kottern zum Besten aller Alibis verhelfen. Zur Tatzeit am Mittwoch hat im Hörsaal 3 des neuen Institutsgebäudes eine vorbereitete Versammlung für Demonstrationen am kommenden Montag stattgefunden. Gerhard Kottern war vom 16 bis 21 Uhr dabei. Die Stapo, die er auch fotografiert hat, wird selbst das Alibi abgeben. Solange sich der Billig durch mich kompromittiert fühlt, meint Kottern, kann ich mir die Normalfälle vornehmen. Der Hohnemann signalisiert Gesprächsbereitschaft, sagt Schremser. Ihr habt keine Zeit. Kottern nimmt einen Zettel von seinem Tisch, hat es plötzlich eilig. Wo gegessen he? In die Schule. Schremser bleibt zurück, ohne sich über das unverstandene Ziel Kotterns Gedanken zu machen. Am Morgen hat er im Milchgeschäft aus Versehen einen Gabelbissen mit dem Joghurt erstanden. Essen wird er ihn trotzdem, zumal er in den Tiefen der letzten Nacht in einer heißbedeuchtenden Korkwüste ohne Verpflegung unterwegs war. Zum Messen der Zeit ist die Firmungsuhr, die Schrammüll vor 37 Jahren am linken Handgelenk trägt, völlig ungeeignet. Sie zeigt eigentlich nur an, dass sie nicht stehen bleibt. Die Quarzuhr rechts im Safari- oder Militärlook arbeitet dafür ziemlich genau. Schrammüll fühlt sich todmüde. Gestern und heute hat er im Gymnastikraum ein paar Übungen aus dem Bewegungstraining für Raumfahrer versucht. In der Kantine jammert er den fetten Jerabeck, der letzten Sommer vom Giftdezernat ins Raubdezernat gewechselt hat, über seine stets unaufgeräumte Wohnung an. »Nimm da zehnmal im Imperial«, sagt Hermann Jerabeck. Er ist sauer, weil auch das Raubdezernat derzeit keinen Fuß auf sicherem Boden bekommt. Am Mittwoch ein bewaffneter Überfall auf eine Filiale der Zentralsparkasse, gestern ein Überfall auf einen Geldtransporter einer Großmarktkette. Insgesamt sind fast fünf Millionen erbeutet worden. »Hätt kommt da noch was«, ist Jerabeck überzeugt. Die Überwachungskameras in der Sparkasse haben gestreikt. Die Zeugenaussage lassen aber in beiden Fällen auf dieselben Täter schließen. Die Tatorte liegen allerdings an verschiedenen Enden der Stadt. Angeblich waren bei beiden Überfällen die drei Täter mit Revolfern und einer Maschinenpistole bewaffnet. Die Fluchtautos konnten sichergestellt werden. Die erkennungsamtlichen Untersuchungen sind ohne Resultat geblieben. Jerabeck schmeckt nicht einmal das Essen, obwohl es panierten Fisch- und Erdäpfelsalat mit Mayonnaise gibt. Schraml, der ständig Polizist ist, stellt naheliegende Fragen, die Jerabeck lustlos und halb beantwortet. Im Winter hat Schraml mehrere Wochen beim Raub ausgeholfen und ist schließlich ohne Dank retourniert worden. Jerabeck stellt plötzlich auf, verabschiedet sich mit einer verhaltenen Handbewegung. Und das Gefühl des Nicht-Dazugehörens macht Schraml, der sogar beim Mittagessen amtiert, besonders zu schaffen. »Mein Fall kommt noch«, redet er sich ein und schreitet mit zum Duell entschlossenem Gesicht in die zweite Tageshälfte. Kein Gedanke an Margit Winter, die erste Frau, die ihn hungrig angeschaut hat. Presse Ein eifriger Fernsehzuschauer im Hauptberuf Redakteur der Tageszeitung hat bemerkt, dass Sonny Crockett alias Don Johnson in Miami Vice mit einem Steier-Sturmgewehr 77 in der Hand gegen die Rausch-Stift-Gefahr kämpft. In einem kleinen Artikel auf der Wirtschaftsseite findet der Entdecker die kostenlose weltweite Werbung für österreichische Wertarbeit sehr erfreulich. Am Steier-Sturmgewehr soll das Außenhandelsdefizit genesen. Werner Streibl, 36 Jahre, Lokalredakteur. Der Kottern ist immer nur kurz angebunden. Ein sturer Patron, der findet, dass wir unsere Knochen selber ausgraben müssen. Ich mag ihn nicht. Aber er ist noch lieber als Polizeiintervenierer, die ewig bei mir und beim Chef anrufen, weil sie unbedingt berücksichtigt, gelobt und richtig geschrieben sein wollen. Schremse kann vorläufig für Gerhard Kottern nichts unternehmen. Der Dezernatsleiter hat den verhafteten Studenten mit Billigung des Polizeipräsidenten der Stabu abspenstig machen können. Er will Gerhard Kottern, der schon unterwegs im Pilzbüro ist, selber befragen. Auf die von der Stabu geschürten Vorhaltungen in den Reihen des Morddezernats gäbe es nicht nur ein Sicherheitsrisiko in der Person Major Kotterns, hat sich Billig gar nicht eingelassen. Machen Sie aus einer Mücke keine Pflege, hat er zum Präsidenten am Telefon gesagt. Schremse kann wenigstens seine Anwesenheit bei der Befragung durchsetzen. Der Bericht hat Eselsohren, ärgert sich Billig, der das professorische Protokoll des Stabu studiert hat. Weil es für Billig bestimmt ist, denkt Schremse, lässt den Einfall aber lieber unausgesprochen. Ein Polizist liefert Gerhard Kottern in Handschellen ab und stellt sich vor der Bürotür auf. Die Handschellen können wir weglassen, findet Schremse. Den Zeitpunkt werde ich bestimmen, sagt Billig, der selber mit blockierten Händen keinen Satz zusammenbringen würde. Gerhard Kottern weigert sich, auf einem der Bürostühle Platz zu nehmen. Der Dezernatsleiter steht deswegen vor seiner ersten Frage auf, bleibt aber hinter dem Schreibtisch. Er trägt gleich dick auf. Was haben Sie gegen den Staat? An sich nichts. Die Overtüre amüsiert Gerhard Kottern. Steier ist ein staatlicher Konzern. Ja, wie auch was gegen den Föstkonzern, der ist noch größer und auch staatlich. Wieso? Weil der auch Waffen liefert und weiter liefern will, zur Abwechslung in den Nahen Osten. Das mit dem Waffen ist eine jugendliche, fixe Idee bei Ihnen. Besser ist keine Idee, sagt Gerhard Kottern unbeeindruckt. Schremse schmunzelt. Der Dezernatsleiter fühlt sich nicht betroffen. Er wird wegen des Majors bestimmt keine Rücksicht auf Gerhard Kottern nehmen. Der ganze Staat ist korrupt, behauptet Gerhard, bevor Billig zu Wort kommt. Typen wie Sie könnten sonst nie was werden. Wer sagt das? Ihr Vater? Ich. Was verstehen Sie schon von Waffengeschäften? Machen wir sie nicht. Machen Sie eben andere. Deswegen wird ja der ganze Standpunkt nicht moralischer. Ihre Reden halten Sie lieber woanders. Damit verkürzen Sie Ihren Aufenthalt bei uns bestimmt nicht. Hauptsache, ich bin bis Montag wieder draußen. Weil Sie bei der Demonstration dabei sein müssen, kommt wahrscheinlich auf jeden Einzelnen an. Ich hoffe nicht. Wenn Sie kommen wollen, betreffen wir uns um 18 Uhr beim Kaufhaus Staffer. Mich können Sie nicht missionieren. Für wen haben Sie diese Briefe geschrieben? Oder sind Sie auf Ihrem eigenen Mist gewachsen? Die sind nicht von mir. Die betreffende Schreibmaschine steht auf der Uni und ist für viele erreichbar. Das hab ich meinem Vater eh schon erzählt. Billig wird sofort hellhörig. Wo und wann? Na gestern. Daheim. Schremsers Gesicht ist schon wieder ein einziges Grinsen, das dem Beznatsleiter nicht entgegen kann. Sie haben davon auch schon gewusst. Billig ist wütend, nimmt die Klammermaschine vom Tisch und knallt sie auf die Tischplatte zurück. Warum bin ich nicht informiert worden? Sie waren schon außer Haus, meint Schremser. Seine Augen sind nass, obwohl er den Vorgesetzten jetzt wieder unschuldig anblickt. Gerhard Kotter nähert sich dem Schreibtisch. Er dreht die Szene von einer Sekunde zum nächsten um. Gut, sagt er. Ich hab Flugblätter gegen Waffendieferungen geschrieben. Was hab ich deswegen mit Ihrem Attentat zu tun? Die Mörder des Botschafters müssen wir der Linken zurechnen. Einfach und einleuchtend, spottet Gerhard Kotter. Na, sag mir denn, dass sie nur theoretisch gegen Steyr und Co. arbeiten. Vielleicht waren sie vor ein paar Wochen dabei, als das Hauptgebäude von Steyr bei der Oper in Brand gesteckt wurde. Und Gerhard Kotter hat für diese Bemerkung nur mehr den geringschätzigen Blick zur Verfügung. Didaktik der Zurückhaltung hat er nie trainiert. Na, das Lagerfeuer haben wir doch selber veranstaltet. Wer? Billig dreppelt erwartungsvoll auf der Stelle. Na, irgendwer vom Konzern, nur in kleinem Betrieb, macht es der Chef persönlich. Das Gebäude sollte ja sowieso verkauft werden, an die Versicherung, bei der es auch versichert war. Gibt man das nicht zu denken? Schon. Mein Pilch und täuscht ein nachdenkliches Gesicht vor. Aber mir fällt kein Motiv ein. Na, Spekulation. Betrug. Na, reicht das nicht? Bei jedem kleinen Bauernhof würde die Versicherung mehr Schwierigkeiten machen, wenn er warm abgetragen wird. Sie haben nur einen flinken Mund. Jedenfalls hat die Polizei keinen Brandstifter zur Hand und die Versicherung zahlt. Eben. Es hat doch geschädigt. Na, vielleicht nicht. Da wissen Sie, was mit Verlusten alles möglich ist? Schluss damit. Zur Brandstiftung haben sich autonome Chaoten bekannt. Die haben doch sogar noch Interviews gegeben. Und sich nur wichtig gemacht. Wenn eine Waffenschmiede brennt, bin ich auch gern des Zündholz. Kennen Sie die türkische Botschaft im vierten Bezirk? Ja, wer auch dort schon demonstriert. Am Mittwoch allein und bewaffnet? Wo ich am Mittwoch gewesen bin, steht im Liebesbrief, den ihn an die Stapo geschickt hat. Schremser, der bis jetzt Zuhörer geblieben ist, hat das Protokoll bereits durchgesehen. Auf der Universität? Sagt er. Ein fleißiger junger Mann! Versucht sich auch der Netzleiter in Zynismus. Ich habe schon im neuen Institut übernachtet, berichtet Gerhard Kottern. Im Oktober, als wir gestreikt haben. Schremser zieht den Studenten mit einer Krücke an sich. Dir ist keiner aufgefallen, der sich bei den Schreibmaschinen verdächtig benommen hat? Dafür habe ich keinen Blick. Tut mir leid. Schremser ist schon wieder still. Pillich setzt mehrmals zum Sprechen an, aber kein Wort verlässt seinen ausgetrockneten Mund. Er spürt, dass das nicht zustande gekommene Verhör zu Ende ist. Geht zum Fenster, schaut in den Hof hinunter und kontrolliert, ob sein Wagen im markierten Rechteck steht. Was gibt's an den anderen Fronten? Sagt er zu Schremser. Wir warten ob. Was macht Kottern? Bearbeitet der wenigstens den Zuhälter. Ja, soll er ihm so oft give me some truth vorspülen, bis er die Wahrheit sagt? Die Direktorin der Handelsakademie muss dort Kottern in den Jeans dann seinen Ausweis und gibt schließlich die Zustimmung, dass Ines Wittmann aus dem Unterricht geholt werden darf. Sie schickt die Sekretärin mit, die dem Religionslehrer, der hilflos in der Klasse steht, von der Erlaubnis der Direktion berichtet. Schon weder älterer Herr, gibt eine Schülerin in der ersten Bank bekannt, die den Kriminalbeamten auf dem Gang entdeckt hat. Sind sie das? Sagt Ines Wittmann gleichgültig und streckt Kottern die Hand hin. Sie ist nicht überrascht. Die Sekretärin, Anfang 40, im türkisen Kostüm, will zuerst dableiben, zieht sich aber nach längerem Schweigen in ein anderes Stockwerk zurück. Was will ich sagen? Die Schülerin setzt auf Konfrontation. Du bist mit dem Karl Honemann bekannt? Befreundet. Verboten? Na, wollen Sie es meinen Eltern erzählen? Wir haben ihn an unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Wie erzählen Sie das? Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Wann haben Sie es vergessen? Sie waren ja dabei und haben ihn beschimpft. Ines Wittmann setzt sich auf eine lange Bank neben der vergitterten Garderobe, lehnt sich an die gelb gestrichene Wand. Und der Bundespräsident blickt in Farbe und gerahmt auf sie herab. Na, davor, sagt Cotton und holt eine Schremser Zigarette aus seiner Tasche. Am Sonntag. Er hat mich auf einem Spaziergang Gebrater begleitet. Vormittags? Puh, ab halb elf. Kurz vor eins hat er mich in der Nähe von daheim abgesetzt. Gibt's andere Zeugen? Und der Blitz war mit. Der Optiker aus der Wollzeile? Mein Bodel. Cotton geht die Suche in seinen Taschen auf. Er hat kein Feuerzeug mit. Du rauchst nicht zufällig? Ich trinke, sagt sie. Das genügt. Cotton zertritt die Zigarette. Vor den Klassentüren stehen einheitliche Schirmständer, aber nirgends Papierkörbe. Wie gibt's denn der Honemann privat? Am Sonntag war er ziemlich gesprächig. Gemeinsame Zukunft und so. Ach, ein etwas verfrühter Zeitpunkt für meinen Geschmack. Es geht sich zum Glück nix an. Ihre lichtgrünen Augen signalisieren Wut. Er ist wenigstens charmant. Na ja, es hat sich schnell geändert, sagt der Major und glaubt, was er sagt. Weißt du, was dein Freund beruflich macht? Ja, nicht ganz. Ines Wittmann schaut an Cotton vorbei zur Lehrertoilette. Das Muttermal auf der linken Wange des Mädchens ist nur aufgemalt. Wollen Sie mir einen Vortrag halten? Nein, möchte mich nur auf deine Aussage wegen Sonntag verlassen können. Dein Armand lasse ich in der Angelegenheit weg. Puh, welche Angelegenheit? Sie reden nur herum. Was ist denn deiner Meinung nach der Honemann beruflich? Ihm gehören zwei Fabriken für Verpackungsmaterial. Cotton lacht gackernd auf. Die Schülerin starrt ihn betroffen an. Erst jetzt ist dir sein völlig unsymmetrisches Gesicht aufgefallen. Stimmt's nicht? Der Honemann lebt davon, dass ein paar Frauen für ihn arbeiten, nicht als Verpackerinnen. Sie mochen ihn absichtlich schlecht. Ines Wittmann steht auf, zieht ihren Rock, der nach Cotton's Einschätzung zwei Nummern zu klein ist, zu den Knien. Warum? Weil sie sich eine jüngere Freundin nicht leisten könnten. Mädchen deines Alters lade ich im besten Fall auf Eisen. Aha. Ich falle ihnen nicht? Doch, aber als alter Onkel bin ich mir zu lächerlich. Neid der Besitzlosen, beharrt die Schülerin. Ich hab eine Freundin. Cotton hebt kurz die Stimme, dämpft sie aber gleich wieder, weil er aus den Klassen niemand anlocken will. Die Freundin ist sogar jünger als ich, obwohl dich das gar nichts angeht. Wie alt bist denn du? Siebzehn. Eben. Und ich bin einundvierzig. Wenn ich fünfundfünfzig bin, wirst du immerhin auch schon einunddreißig sein. Und? Ist doch ein Schäden zu alt für eine Freundin. Ines Wittmann lächelt matt. Sie bemerkt diese Kriterien, die sich bis zum Halbstock angeschlichen hat. Sie kommt und hoacht, meint das Mädchen und zeigt auf den Stiegenaufgang. Wer? Cotton dreht sich nicht um. Ihre bevorzugte Altersgruppe. Ein paar Tage, glaubt Cotton, schon wieder im Skoda, wird er in der Schule als Inspektor mit dem schiefen Mund im Gespräch bleiben. Karl Honemann hat also von seinem gesicherten Alibi nicht Gebrauch gemacht. Sehr rücksichtsvoll, sagt Cotton laut und drückt eine Kassette in den Schlitz des Autos. King of the whole wild world. Cotton grunst mit. Bei der Einfahrt zum Krankenhaus lässt er sich nicht aufhalten und fährt einem Ambulanzwagen mit Blaulicht nach. Cotton will sich bei ihm bekannten Schalter melden, trifft aber vor dem Lift auf Dr. Watzinger, der gerade von der Visite auf seiner Station kommt. Fürs Röntgen ist es zu spät, bedauert der Neurologe. Wie geht es uns? Danke schlecht, sagt Cotton. Runzeln Sie die Stirn, verlangt der Doktor. Geht nur mehr rechts, sagt Cotton, versucht es allerdings trotzdem. Dr. Watzinger reinigt einen Augenwinkel unter seiner Brille und schaut den Major durchdringend an. Ist Lähmung doch nicht so harmlos? Ich muss meine Diagnose zurücknehmen, beruhigt Dr. Watzinger. Aber Sie sollten schon ein paar Tage zu uns übersiedeln, dann wissen wir schnell, was mit Ihnen wirklich los ist. Wann? Ja, morgen am besten. Ich bin das ganze Wochenende da. Ich habe ja auch Wochenenddienst. Können Sie in der Früh um sechs herkommen? Dr. Watzinger hört dem Major gar nicht zu. Cotton nickt Zustimmung. Sie kriegen unser bestes Zimmer, verspricht Dr. Watzinger und schüttelt Cotton die Hand. Er eilt von einer Krankenschwester mit Block verfolgt in sein Dienstzimmer. Cotton adapt sich gleich darauf wieder beim Schnüffeln an seinen Fingern. Wann hat er damit angefangen? Als er die Steppdecke seiner Jugendfreundin so lange berührt hat, bis seine Hand ihren Geruch angenommen hat? Der halbe Tag, der noch bleibt, scheint dem Major zu kurz zu sein, um alles erledigen zu können. Was hat er überhaupt zu erledigen? Ins Büro muss er auf jeden Fall wegen Gerhard nachfragen und Hohnemann entlassen. Einen Bademantel für das Krankenhaus sollte er sich besorgen. Erika muss angerufen werden. Und ein Besuch im Pelikan ist in der Nacht noch fällig. Noch immer habe ich kein Lebenszeichen von Ihnen. Hoffentlich haben Sie meinen letzten Brief nicht in die falsche Kehle bekommen. Aber aus der Luft gegriffen waren meine Sorgen gewiss nicht. Melden Sie sich bitte umgehend bei mir. Ohne Nachsendeantrag zu verreisen, liegt doch unter jedem Stil. Cotton legt seine Dienstwaffe in die unterste Schreitischlade und sperrt doppelt ab. Ein paar Formulierungen im Starper-Protokoll kann ich jetzt schon kurzweilig finden, weil Gerhard enthaftet und auf dem Weg nach Hause ist. Schremser hat auf seinem Tisch ein kariertes Tuch ausgebreitet. Auf dem Tuch hat er auf einem Brett und zwei Tellern vorbereitet, was er in der nächsten Viertelstunde verzehren wird. Eine geschälte Knackwurst, zehn Scheiben Pfefferkarré, zwei Semmeln und eine Portion Knoblauchkäse. Karl Honemann sitzt ohne Handschellen auf dem Drehhocker. Er fühlt sich vernachlässigt. Die Art, wie Sie mich verhören, gefällt mir gar nicht, sagt Honemann. Tut mir leid, beteuert Schremser, der sich beim Picknick nicht stören lässt. Die Art, wie Sie mich bisher verhört haben, gefällt mir auch nicht. Schremser zeigt mit der Gabel auf Honemanns Kopf. Haben Sie keine anderen Nachrichten für uns? Wird Zeit, dass ich aus der Untersuchung oft komme. Das Publikum ist ganz mies. Einer hat letzte Nacht sogar auf die Polizei geschimpft. Furchtbar, meint Schremser und bringt sich mit der Knackwurst zum Schweigen. Du wirst uns heute sowieso verlassen, sagt Kottern. Erfreulich. Dein Schulmädchen gibt dir ein Alibi. Aha, ist es sich bei euch gemeldet? Ich habe ihr aufgelauert. Ist es möglich, dass du die Finger von ihr losst? Ich will nicht. Wollen Sie das Mädchen adoptieren? Was ganz anderes, sagt Schremser. Sie haben zwei Tage zum Nachdenken gehabt und werden inzwischen wissen, wer Ihnen den Mord an der Leskova anhängen will. Ich habe keine Ahnung. Ich sage, Sie lügen. Gratulation. Sie sind der erste lebendige Lügendetektor. Wer hat noch Interesse daran, dass Sie ihren Lebensobend einigermaßen zurückgezogen verbringen? Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Die Gedanken sind frei, verkündet Schrammel, der aus dem Nebenzimmer kommt. Na, bei dir sicher, sagt Kottern und widmet sich gleich wieder dem Zuhälter. Wir wollen nur deine Freien dem Loislein. Es sagt nix, sagt Kronemann. Der Zuhälter gröbelt über den Bekennertext seine Gedanken und kreisen das Wort Volksgericht, das er in einem linken Brief für deplatziert hält. Die Staatspolizei behauptet allerdings, dass die Worte Volksgericht und Volksgefängnis bei der deutschen RAF schon Mitte der 70er Jahre gebräuchlich waren. Kottern taucht auf, ohne anzuklopfen, berichtet von der Entlassung Kronemanns. Pilch registriert die andauernden Enthaftungen und den Stillstand der Ermittlungen mit Resignation. Wenigstens bewegt sich auch die Stapo auf der Stelle. Und das zweite Wort, das Pilch beschäftigt, ist Skrepta. Der Gerhard glaubt, dass ein Spaßvogel Spektry variiert hat. Spaßvogel? Mehr Spektry. Ein Syndikat der Weltverschwörung. Mit Sitz in Wien? Jedenfalls ist das Wort nur ein Ablegungsmanöver. Bisher ist es noch nie verwendet worden, sagte Kripperwetz. Was halten Sie von der? fragt Pilch plötzlich. Im Planspielen scheint Sonja Kripperwetz als mögliche direkte Mitarbeiterin der Gewaltdezernate auf. Wenn ich pfäffen könnte, würde ich ja noch pfäffen. Mit den spärlichen, niedergeschriebenen Ergebnissen der Messermorde kann der Dezernatsleiter bestenfalls den Staub vom Tisch fegen. Dass die Morde zusammengehören müssen, will Pilch noch immer nicht in den Kopf. Der Zusammenhang heißt 489-Römisch 4-87. Das sind die EKF-Registrierungsnummern des Tatmessers. Brauchen Sie Futter für Ihre Lieblingsjournalisten? Haben Sie was anzubieten? Für ein paar Sekunden macht Pilch hoffnungsvolle Augen. Leider nein. Soll ich der Presse erzählen, dass der tote Waffenhändler vor 30 Jahren eine Lehrerin erschossen hat? Würde ich nicht machen, warnt Kottern. Weil der Mord verjährt ist? Na, weil der Gerritz als Mörder keinesvors gesichert ist. Pilch seufzt, als der Major das Büro verlässt. Nicht einmal der alte Mordfall ist aufgeklärt. Dass Kottern für ein paar Tage in einem Spital untertaugen wird, findet Pilch durchaus zufriedenstellend. Die Verdachtsmomente gegen Gerhard Kottern konnten zwar nicht erhärtet werden, aber die Zeitungen könnten trotzdem an dem Polizisten, der in seiner Freizeit als Waffengegner unterwegs ist, ihre Fantasien und Kommentare festhaken. Der angebissene Apfel auf dem Schreibtisch wird in einer Drosophila funebris mit Interesse umkreist. Noch ist der Dezernalsleiter kein Hund, der geräuschvoll nach vorbeischwährenden Insekten schnappt. Die Schüsse um Punkt 15 Uhr zerstören Fensterglas, erschüttern Trommelfälle, unterbrechen Sätze und Gedanken. Ein Kindermund öffnet sich zu einem großen Loch, bleibt aber stumm. Das Echo der Schüsse, die dem libyschen Diplomaten Ahmad Kirame auf der Stelle getötet haben, hallt bis zur Staatspolizei und den Sicherheitsbüro nach, wo sie die bisherigen Vermutungen auf den Kopf stellen. Für das Attentat auf den Diplomaten, der allein und zu Fuß zum libyschen Volksbüro in der Dornbacher Straße unterwegs war, trifft ein Expressbekenntnis bei der Presseagentur ein. Am Tatort kann der gleichlautende Text sichergestellt werden. Drei Zeilen, die auf das Wortspiel Wert legen, das man nach kurzem Prozess mit Kirame, kurzen Prozess gemacht habe. Die Schrift ist, wie erwartet, identisch mit der im ersten Brief. Die befassten Beamten der Staatspolizei verstehen die Welt nicht mehr. Linksterroristen gegen die offizielle libysche Vertretung in Wien? Jahrelang hat die Staatspolizei ihre anhalteten Misserfolge in Spionageaffären mit dem gesetzlichen Zwang zum Nichtstun gegründet. Tatsächlich dürften nur Aktivitäten verfolgt werden, die sich zum Nachteil Österreichs auswirken. Die Ausrede zieht diesmal wegen der getöteten Wachbeamten vor der türkischen Botschaft nicht. Pillig, der sich im Fonds seines Dienstwagens mit Schrems und Dusani berät, ist ähnlich ratlos. Das zweite, noch kürzere Manifest kann er nicht begreifen. Was sind die jetzt, links oder rechts? Wo ist es in der Leber, sagt Schremser. Das wissen Sie doch. Pillig lässt Denkfalten aus seinen Stirn aufziehen. Vielleicht sind die Attentäter beides, national und revolutionär. Journalisten, Fotografen, Sicherheitsbeamte umdrängeln den Wagen Pilligs. Die Zeitungsleute wittern Blut und griffige Titelseiten. Der Chauffeur hat alle Türen verriegelt und bahnt sich hupend einen Weg durch die Leute. Die Staatspolizei hat die gleiche Vermutung, berichtet Dusani. Wichtigmacher, knurrt Pilch und nimmt damit seinen Satz schon wieder zurück. Auf die Zusammenarbeiten der Staatspolizei geben auch Schremser und Dusani nicht viel. Die wichtigeren Informationen holten Sie doch zurück, ist Dusani sicher. Und das zweite Attentat scheint nach der ersten Zeugenaussage von zwei Männern aus einem roten BKW, Marke Audi oder Volkswagen, verübt worden zu sein. Die Männer könnten Ausländer gewesen sein, heißt es übereinstimmend. Brauchbare Beschreibungen wird es aber wieder nicht geben. Bestimmt ist nur mit einer Waffe, einer MP, geschossen worden. Über den Sicherheitsbüro hängen niedrige, dunkle Regenwolken. Schremser duckt sich, um einen Blick durch das Seitenfenster auf die Wolken machen zu können. Der Ditznasleiter sagt, kreisen die Geier schon über dem Sicherheitsbüro? Das Läusel ist auch heute offiziell geschlossen. Als Strohbeck und Zugregel den Rollbalken öffnen und das Lokal betreten, merken sie gleich, dass sie nicht allein sind. Strohbeck schaltet die Neonlampen ein, die nacheinander aufzucken. An der Theke wartet Karl Hohnemann, der sich einen Schivas mit Eis bereitet hat. Prost, sagt er zu den beiden Männern, die betroffen wirken. Ist meine Entlassung, kein Grund zum Feiern. Zugregel und Strohbeck verständigen sich mit Blicken und gehen ein paar Schritte auseinander. Wir haben schon gestern gefeiert, sagt Strohbeck schließlich. Allerdings, deine Verhaftung. Hohnemann stellt das Glas ab und geht zum Telefon hinter der pompösen Espressomaschine. Ihr ruft die Frauen selber an, meint er und hielt den Hörer ab. Zwecklos, sagt Strohbeck. Die werden nicht da sein, wir sind sozusagen auf Urlaub. Und von mir ein paar Nomen, ergänzt Zugregel. Hohnemann legt den Hörer zurück, kommt rasch auf Zugregel zu, fast in an seiner Jacke. Zugregel weicht nicht aus. Wo spürst du denn da oben, Herr Reich? Nichts Besonderes, sagt Zugregel. Du bist nur schwer vom Begriff. Aha, was müsste ich wissen? Du bist draußen. Er klärt dem Strohbeck ruhig und öffnet einen Knopf seiner Jacke. Damit der kürzeste Weg zu seiner Pistole gesichert ist. Verstanden? Ja, ich war draußen. Zwei Tage. Hohnemann lässt den jungen Kollegen los. Ein Irrtum. Du bist draußen. Hohnemann hält sich zurück, obwohl es in seinen Armen vibriert. Er nimmt zwei Stucke aus seinem Glas. Was sollte das überhaupt werden? Kollektive Führung ohne mich? Schnödenker. Strohbeck nickt. Aha, wer denn jetzt was sagen? Ich. Mein Strohbeck freundlich. Lachhaft, sagt Hohnemann. Mit zwei Schritten ist er bei Strohbeck, verletzt ihm eine ansatzlose, schallende Ohrfeige. Strohbeck schlägt sofort mit der rechten Faust wuchtig zurück. Hohnemann kracht mit dem Kopf gegen die Verkleidung der Theke, landet auf dem Rücken, bleibt wie ein Käfer liegen. Strohbeck hat schon seine Pistole, die wie den neuen Polizeiwaffen nicht mehr entsichert werden braucht, in der Hand. Wir haben mit einem längeren schwedischen Aufenthalt deinerseits gerechnet, erzählt Strohbeck. Er lässt Hohnemann, der aus seiner Platzwunde blutet, aufstehen. Wenn du in Schwierigkeiten machst, montieren wir den Alibeob. Das Mädchen rührt dir nicht an. Würr niemand, beteuert Strohbeck, aber du bockst ein und subtrahierst dich. Der Major hat sich einen grauen Frotteemantel angeschafft. Auf dem Weg nach Hause und zu Hause hört er nicht Radio, damit auch keine Meldungen vom zweiten Attentat. Daheim trifft Kotter niemand, dem er von seinem bevorstehenden Krankenhausaufenthalt berichten könnte. Die Mutter und Ilse sind bei einem gemeinsamen Fototermin. Gerhard wird wahrscheinlich bei Freunden seine Schilderungen über die Polizeihaft los. Kotter nimmt im Wohnzimmer die Wandergitarre von der Wand, stimmt sie und begleitet sich selbst. I want you the last time long gone, lonesome blues. Beim dritten Lied ist der Wohnung nebenan gegen die Wand getrommelt. Kotter bricht ab, lässt sich ein heißes Bad ein und vertieft sich in einen Kriminalroman von Skrebanenko, um nicht an Lähmungen oder erstochene Prostituierte denken zu müssen. Nach dem Bad föhnt er die längst nicht mehr blonden Haare, die schon kräftigere Zeiten erlebt haben. Er rasiert sich mit dem stumpfen Klingernautomat. Vermutlich hat Ilse den Rasierer wieder für ihre Beine missbraucht. Es gelingt Kottern trotzdem, sich zweimal zu schneiden. In der Küche tupft er mit kalten Wodka auf die Schnittstelle, dann blättert er in der gestrigen Zeitung. Nach einem Artikel über den Zusammenstoß zweier Postbusse saugt sich Kottern an einem Bericht fest, dessen Überschrift Jokermord lautet. Am Mittwoch ist in einem Klost Neuburger Wald der Apotheker Ferdinand Steinbitz während seines üblichen Lauftrainings erschossen worden. Das veröffentlichte Gesicht von einem nicht ganz neuen Foto aus irgendeinem Ausweis kennt Kottern gleich. Der letzte vollbärtige Besucher der Verena Leskova. Ziemlich sicher ist das Mord, bei dem die niederösterreichische Chodamari Nusani zugezogen hat. Im Zeitungsbericht ist von breiten Reifenspuren am Tatort die Rede. Der Lincoln Hohnemanns fällt Kottern ein, war an den Rädern und überhaupt im unteren Bereich in einer Weise verdreckt, wie das nach gewöhnlichen Stadtfahrten nicht möglich gewesen wäre. Die Tatsache hat niemand wichtig genommen. Hohnemann ist deswegen nicht einmal befragt worden. Der Zuhälter, daran zweifelt der Major nicht mehr, hat den letzten Kunden Verenas aufgestöbert und ihm einen tödlichen Denkzettel verpasst. Dass Hohnemann mit Sicherheit den Falschen hingerichtet hat, stellt für Kottern genauso fest. Er will Schreimser erreichen, bekommt aber nur Schrammel ans Telefon, der ihm vom Attentat auf den Libyör vorstottert. Um 18.20 Uhr veranlasst Schrammel die bundesweite Fahndung nach Karl Hohnemann. Wilma Beranek entlässt einen noch jugendlichen Verehrer, der im Laufschritt das Weite sucht. Auf der geflochtenen Fußmatte steht Karl Hohnemann. Willst du hereinkommen? Hohnemann steigt ins Zimmer, peilt die Foteus an und stolpert über Wilmas Pantoffeln. Der hüflosen Zuschuss ist das sicher. Bist betrunken? Wilma Beranek zieht Hohnemann hoch und befördert ihn auf dem nächsten Foteu. Bevor sie sich zu ihm setzt, schlüpft sie in einen schwarzen Pullover. Muss ich einspringen, weil alle abgesprungen sind? Fragt sie. Ich will zwei, drei Tage da übernachten. Und ich hab nur das eine Bett. Zwei Tage Pause, ich wirst überleben. Wohin willst du was siedeln? Italien? Vorarlberg? St. Böten? Mich kriegt aus Wien niemand weg. Brauchst du Geld? Ich. Du spinnst ja. Alles Zeugen. Immer was einfallen lassen. Wegen der Verena? Na, willst du nicht, dass der Richtige erwischt wird? Na schon, sagt sie nachdenklich. Nur wer stellt ihn schon gern in der Schusslinie? Lieber OKS-Teilnehmer, Herr Mautz hat mir ihr erstes Romanmanuskript zur Beurteilung und eventuellen Weiterleitung übermittelt. Ich gebe Ihnen in Kürze verlässlich Bescheid. Herr Mautz wird zwar mit Ihnen noch energisch brummern, und auch ich meine, dass Sie bestimmt noch an sich, Ihrer Einstellung und Entwicklung arbeiten müssen. Trotzdem verspreche ich Ihnen, dass wir Ihr Manuskript, wenn es gelungen ist, auch jetzt schon richtig platzieren werden. Ich unterhalte, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, Kontakte zu zahlreichen Verlagen und Redaktionen, habe auch langjährige Erfahrung als literarischer Agent. Es wäre gelacht, wenn durch meine Einschaltung Ihre Druckchance nicht gewahrt würde. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Ewald Peschke Um 19.30 Uhr war Spielbeginn. Als Karl Honemann in der Stadthalle eintrifft, steht es bereits 1 zu 1. Kamensky hat die UdSSR in der zehnten Minute in Führung gebracht. Ciccarelli hat aber nach wenigen Sekunden schon den Ausgleich geschossen. Felix Borsos, der Einzige, der Honemann noch zurück in sein Spiel bringen kann, sitzt, wie angekündigt, in der sechsten Reihe, trinkt Bier aus einem großen Becher und stopft sich mit Chips voll. In der lokalen Unterwelt hat Borsos den Ruf, am besten informiert zu sein und alles auf die Beine stellen zu können. Seine Tarife sind dementsprechend. Als fressender und trinkender Eishockey-Fan, der sogar eine Ahornfahne mit hat, fällt er nicht auf. Wilma Beranek, die Honemann zu einer falschen Aussage gegen Strohbeck überreden wollte, hat nach dem zweiten Glas Weinbrand der Mut verlassen. Letzte Hoffnungsschimmer ist Borsos, der ihm die raschelnde Chipsbackung hinhält. Honemann nimmt drei Stück. Man hört in letzter Zeit oft von dir, sagt Borsos, der einen gestrickten Schal und den Hals gewickelt hat. Ich brauch dringend ein paar Leid. Von mir? Du wirst nicht so leicht jemand kreien. Borsos springt empört hoch, weil Krutow ein Stock faul begangen hat und der Schützrichter weiterspielen lässt. Dafür wird leicht darauf Foligno wegen Ellbogenchecks auf die Strafbank verbannt. Zebraschwein, brüllt Borsos. In der nächsten Sekunde ist er schon wieder gefasst. Zeitlosen, kein Vorschlag. Zeit ist gerade das, was ich wirklich nicht habe, sagt Honemann, und seine Stimme wird bettelnd. Ein paar Figuren, die nicht in die Hosen machen. Wo ist es, Korte, für deinen Rachefeldzug? Da spielt niemand mit. Was ist jeder, dass du fertig bist? Du hast genug Kontakte. Habe ich nicht immer alle Feinbarungen angehalten? Als König ohne Land vielleicht nicht mehr. Das erste Drittel ist vorbei. Borsos ist mit dem Zwischenstand durchaus zufrieden. Also, sagt Honemann, ich kann da niemanden besorgen, ehrlich. Im besten Fall kriegst du am Süpernhof ein paar Jugoslawen oder Pakistane. Wenn die kapieren, was das für ein Kommando sei soll, springen sie gleich wieder hoch. Dein letztes Wort? Die ersten werden die letzten sein, sagt Borsos und steht ächzend auf. Soll ich da ein Bier mitbringen? Hohnemann lehnt nicht ab. Er streift mit dem rechten Daumernagel seinen Scheitel entlang. Nach fünf Minuten ist Borsos mit zwei Bechern zurück. Wo wirst denn hier gehen? fragt er teilnahmslos. Sankt Böten? Na, finanziell wirst du bestimmt nicht drauf zahlen. Hohnemann hat noch nicht aufgegeben. Dies ist nicht der Punkt. Dir kann ja keiner helfen. Zu spät zieht Honemann die zwei uniformierten Polizeibeamten, die von links und rechts kommen und ihm die Arme auf den Rücken drehen. Einer der beiden spricht die Festnahme aus. Borsos bleibt sitzen, schaut unbeteiligt in seinen Bierbecher. Keine Quizfrage für Hohnemann, wer ihn angezeigt hat. Es kostet dich dann in den Ruf, verspricht Honemann wütend. Es wird sich nicht herum sprechen, sagt Borsos. Graffiti U-Bahn Karlsplatz Wer nichts weiß und wer nichts kann, geht zur Post und Eisenbahn. Wer außerdem ein Arschloch ist, der meldet sich als Polizist. Karl Imhoff kommt mit der erwarteten Nachricht an. Nicht nur die Briefe sichern, dass die Attentate beim libyschen Volksbüro und von der türkischen Botschaft von den selben Tätern vorbereitet und durchgeführt wurden. Die verwendete MP-Munition ist zweifellos auch identisch. Die Herkunft der 9mm-Patronen ist eigentlich geklärt. Sie stammen aus einer Produktion in Hirtenberg. Diese Patronen wurden 1985 ausschließlich nach Italien direkt an Polizeistellen und nach Frankreich ans Innerministerium verkauft. Allerdings sind Teile der Lieferung auf ungeklärte Weise verschwunden und könnten auf dem illegalen Markt gelandet sein. Das PKA Wiesbaden meldet per Fax, dass Patronen mit den Merkmalen dieser Produktion in der Bundesrepublik bis jetzt nicht aufgefallen sind. Es ist längst dunkel, als der Major das Pelikan betritt. Der Lockenkopf winkt ihn gleich zu sich. »Er ist nebenan«, sagt Kubek und überreicht Kottern einen Seidel Bier. Im Nebenraum ist nur ein unbedeutendes Spiel im Gang. An einem Fensterbrett sitzt Robert Zeuchter, ein 40-jähriger kleiner Mann, in einem beigen Lannenanzug. Er hat die Beine übereinander geschlagen und weiß, dass Kottern von Kubek geschickt ist. »Haben Sie einen Namen?«, fragt Zeuchter. »Wir wollen keinen Namen sagen, wenn Sie Wert darauf legen. Der ist aber nicht in Ordnung.« Zeuchter lächelt und bietet Kottern in einem Silber-Etui ägyptische Zigaretten an. Kottern lehnt ab. »Ich habe für den Geritzer gearbeitet,« sagt Kottern, »lässt sein Bierglas nicht aus.« »Weiß ich, der Geritzer hat dran und wann für mich Besorgen gemacht.« »Waren seine Lieferungen nicht komplett?« »Ich bin ich komplett.« »Und was verlangt Ihr Herz?« »Nicht so schnell.« »Ich habe die Ware bisher aus einem Grund beim Geritzer bestellt.« »Sicher, die Herkunft sollte nicht geklärt sein. Damit haben Sie bei mir keine Probleme.« »Ich weiß ja nicht, wem Sie noch was verkaufen oder verkauft haben.« »Ihr Risiko. Außerdem bin ich teuer.« »Wenn ich mit den Gewehren nur mehr davon rennen kann, waren Sie auf jeden Fall zu teuer.« »Was für Gewehre?«, nimmt Kottern den Hinweis, Zeuchters auf. »Na, Schnellfeuergewehre. Mindestens zehn Stück.« »Wollen Sie den Safaripark ausrouten? Zielen kann man damit nicht.« »Ein paar Achtunddreißiger sind auch noch gefragt.« »Und alles ohne Seriennummern?« »Na klar. Und wenn ich sage ohne Seriennummern, dann meine ich keine Gewehre, an denen gefeilt oder geätzt worden ist.« »Meine Waffen haben nie Nummern gehabt.« »Ja, verstanden.« In der Tür taucht für Sekunden der Kopf Strobecks auf. Er hat ein gelbes Leibchen wie ein Rundfahrtsieger an. Zeuchter zuckt zusammen. Kottern auch. »Kennen Sie den?«, sagt Zeuchter. Seine Stimme klingt auf einmal erschöpft. »Na«, lügt Kottern. »Kackhunde von mir.« Er überlegt, ob Strobeck und Zeuchter zum selben Verein gehören könnten. Wenn das so wäre, hat Strobeck den Mann in Leinern eben bei einer Extratour erwischt. »Reten wir über Preise«, schlägt Zeuchter vor. »Ja, der erste Vorschlag kommt nie von mir.« Die Lippen des Majors schmatzen beim Sprechen. Er streut einen Satz über seine Erkrankung ein, bevor er, um Zeuchter Zeit zum Überlegen zu geben, auf die Toilette geht. Im ersten Gastraum ist Strobeck nicht zu sehen. Auf dem Klo hängen zwei amerikanische Dufttannen, die eigentlich für Autos bestimmt sind. Der elektrische Handtrockner ist eine Attrappe. Sein Gesprächspartner hat sich zum lächelnden Fisch verändert, als Kottern zum Tisch zurückkehrt. Zeuchter wird auch sofort philosophisch. »Es gibt gut und schlecht gemischte Karten. Ihre sind überhaupt nicht gut gemischt.« Kottern schweigt. Zeuchter wirft die Polizeimarke des Majors auf die Tischplatte. Er hat Kotterns Ausflug dazu benutzt, die Taschen der zurückgelassenen Lederjacke zu kontrollieren. Den Ausweis überhaupt in der Jacke zu haben, ist ein Fehler, den sogar Schraml vermieden hätte. »Sie haben Talent fürs Theater«, lobt Zeuchter. »Hat Ihre Gratisvorstellung einen tieferen Sinn? Sich in Organisationen einzuschleichen, passt zu amerikanischen Schnüfflern.« »Die neue Lage ist für mich gar nicht so schlecht«, findet Kottern. »Sie sind eine Gauner? Ich Polizist?« »Sie haben recht. Das trifft sich nicht besonders. Wollen Sie mich verhaften?« »Na, Ihr Köpfchen haben wir sicher schon von allen Seiten fotografiert. Soll ich Ihren Namen sagen?« »Der wird nicht stimmen. Aber vielleicht bist du genauso blöd wie ich und hast einen ordentlichen Ausweis mit. Wenn du mich hier anrührst, bekommst du Schwierigkeiten.« »Kann ich mal vorstellen.« Zeuchter steht auf, wandert in die vordere Gaststube und zum Ausgang ab. Kottern will bei der Theke sein Bier bezahlen. Er kommt nicht einmal dazu, in die Innentasche der Jacke zu greifen. Von draußen sind zwei Schussserien zu hören. Kottern stürmt zur Tür, stolpert ins Frei. Wie ein Wäschebündel liegt Zeuchter auf dem Trottoir. Sein Blut färbt den Leinenanzug langsam um. Ein Quattro sprintet davon. Den lächerlichen Gedanken, im Skoda die Verfolgung aufzunehmen, vergisst Kottern gleich wieder. Er weiß noch nicht, dass man ihm sicherheitshalber die Luft aus drei Reifen seines Autos gelassen hat. Ein Passant, der hinter dem Lieferwagen einer Bäckerei in Deckung gegangen ist, macht sich bemerkbar. »Von da drüben! Hier! Hol da g'schussen!«, sagt er und zeigt zu der Hauseinfahrt. »Es ist nur ein Mann gewesen!« In Amerika würde der Detektiv jetzt fragen, war es ein Weißer oder ein Schwarzer. Drei Stunden später kann Kottern nach einem kurzen Traum nicht weiterschlafen. Der Traum lässt sich nicht fortsetzen. Kottern hat in einem dicht bewachsenen Garten, umgeben von Friedhofsmauern, seine Großmutter getroffen. Sie ist seit zwölf Jahren tot. Aber es ist ihm ganz natürlich gewesen, dass sie in dem fremden Garten mit wuchernden Pflanzen kämpft. Als Kottern bemerkt hat, dass er als unpassendes Geschenk einen kleinen Tontopf mit Fuchsien übergeben will, ist er aufgewacht, von Ilse geschüttelt. »Du schnackst!«, hat sie gesagt und sich von ihm weggedreht. Zum Tadort sind vom Morddezernat nur Schraml und Schremser gekommen. Der Krückenpolizist hat Kottern »Todesengel« genannt. Schraml ist nur »Totenvogel« eingefallen. Viel zu selten bleibt ihm ein Wort im Hals stecken. Der Passant, ein Straßenbahnkontroller, hat im Sicherheitsbüro Christian Strohbeck unter zahlreichen Bildern auf Anhieb herausgefunden. Kotterns erste Vermutung scheint sich zu bestätigen. Zeuchter, der tatsächlich einen Originalausweis in der Hose hatte, dürfte mit Strohbeck, Zugregel und vielleicht Honemann zu einer Organisation gehört haben. Strohbeck muss angenommen haben, dass Zeuchter bei der Polizei tratschen will. Die gleiche Situation wie bei Vera Leskova? Kottern glaubt nicht, dem Alibaba einen Hinweis Verenas überhört zu haben. Warum hat sich eine Vereinigung von Zuhältern über Geritzer in größerem Umfang Waffen besorgen lassen? Der Major schwirft in die Küche, weil er noch eine Zigarette rauchen will. Seine letzte Schachtel ist leer, wahrscheinlich von Gerhard geplündert. Kottern fällt ein Kriminalroman ein, in dem ein Typ ständig Honigzigaretten geraucht hat. An die Handlungen des verjahend gewesenen Romans kann er sich nicht mehr erinnern. Kottern summt unter der Dusche, singing in the rain. Bevor er sich bürstet, muss er den beschlagenen Schrankspiegel mit der Unterhose von gestern abwischen. Das Taxi hat er für halb sechs bestellt. Der Taxifahrer, ein Weißhaariger in einem klappernden Diesel, hat ein Schild wie ein Bankbeamter über dem Armaturenbrett angebracht. Sie sprechen mit Gottfried Gilley. Er will Kottern vom gestrigen Nachtfilm mit Randolph Scott und Lee Van Cleef erzählen. Auch über den schwächer werdenden Hochdruckeinfluss und die 24 Grad, die es heute haben wird, lässt sich der Chauffeur aus. Eine gleichgültige Welt, denkt Kottern, die sich nur für Fernsehen und Wetteraussichten im Fernsehen begeistert. Im Spital fährt der Major mit dem breiten Lift, der zwei Betten auf einmal befördern kann, zur Etage der Neurologie. Die älteren Patienten, die gefüttert werden müssen, sitzen schon an den Tischen im Aufenthaltsraum. Beim Empfang fängt ihn eine thailändische Krankenschwester ab, die ihm sein Zimmer zeigt. Eine Einzelkabine mit Bad, Wandschrank, Nachtkästchen, Tisch und Sessel. Das Bett bekommen Sie gleich, verspricht sie und geht auf den Gang. Kottern stellt seine Reisetasche auf den glatten Boden und öffnet eine der beiden Schranktüren. Auf einem Kleiderhaken hängt ein vollständiger Anzug, auf einem zweiten ein blaues Hemd und eine Streckkrawatte. In den Fächern sind Unterwäsche und Socken und ganz unten schwarze Belmondo-Schuhe. Kottern fällt nur ein möglicher Grund für die Wäscheversammlung im Schrank ein. Die Schwester schiebt ein Bett auf quietschenden Rollen ins Zimmer, Kottern lüfte dabei. »Ist das Zimmer wirklich frei?«, fragte er und deutet mit dem Kopf zu den Kleiderhaken. »Die Sachen werden gleich geholt.« »Braucht mein Vorgänger das Gewand nicht mehr?« »Hihihi, keine Angst«, kichert die Schwester. »Auf Neurologie stirbt man nicht so schnell.« Der Major steckt nach wenigen Minuten im Schlafanzug und setzt sich auf das gemachte Bett. Bis sich was tut, widmet er sich dem abgeschlossenen Jerry-Kottern-Heftchen 223 mit dem Titel »Sie würfelt um unser Leben«. Kurz nach halb sieben steckt ihm die Schwester ein Fieberthermometer zu, misst den Puls und den Blutdruck. Am Fußende des Bettes hängt schon Kotterns Behandlungsblatt, in das sein Name noch nicht eingetragen ist. Das Thermometer zeigt auf 37,6. Ein Mann in weißen Kittel und Holzpantoffeln kommt mit einem Handwagen und Routinegesten zum Bett. Ein Pfleger. »Haben Sie schöne Venen?«, sagt er und mustert Kotterns Kopf. Und der Pfleger schaut aus wie Captain Kirk, bevor er an Cellulitis erkrankt ist. »Keine Ahnung.« »Sie haben anscheinend gar keine«, meint der Pfleger, nach einer Minute resigniert. Beim dritten Anlauf hat er doch noch Erfolg und füllt drei Proberöhrchen. Einen schon beschrifteten Becher für die Urinprobe lässt er auf dem Nachtkästchen zurück. Um zehn erscheint ein Pfarrer mit »Ich weiß alles« Blick, liefert ein Bildchen von der Jungfrau Maria ab und nennt die Beginnzeit der Sonntagsmesse. Gleich darauf bringt eine Türkin auf einer Untertasse ein Stück Kugelhupf mit Rosinen. Der Kuchen zerfällt, als Kottern nach ihm greift. Dem Malzkaffee lässt er kalt werden. Als die Krankenschwester das baldige Erscheinen der Vormittagsvisite ankündigt, eilt Pilch mit langen Schritten ins Zimmer, Schremser im Schlepptau. »Sie sind sensationell, Kottern«, erklärt Pilch, der schon wie eine Kröte auf einem einzigen Stuhl kauert. »Ich weiß«, sagt Kottern, der Cherry Cotton auf Seite 25 verlassen muss. Der G-Man lässt gerade das Signalhorn seines Jaguars heulen und hetzt dem Fahrer eines Chevroletes in einen Unfall, der den gesamten Verkehr auf der 4th Avenue gerinnen lässt. »Auf ihren Freund ist gestern Abend mit der Maschinenpistole geschossen worden.« »Röho bekehrt? Stimmt ein Waffentyp fest?« »Nur die Munition«, sagt Pilch mit leuchtenden Augen. »Haar genau dieselbe wie bei den Diplomaten.« »Haarstreubend«, sagt Kottern, nachdem er sich am Malzkaffee verschluckt hat. Schremser bestätigt die Aussage des Pizinalsleiters, der aufgeregt auf seinem Stuhl wippt. »Wissen Sie, was das bedeutet, Kottern?« »Das werden wir es mir nicht verheimlichen. Der Mord an den Waffenhändler, der Mord an der Hostess und die Anschläge gehören zusammen.« »Aber wir haben nicht einen der Täter.« »Doch, der Hohemann hat den Apotheker beim Joggen in Glosten-Neuburg erschossen.« »Den haben wir auch nicht.« »Irrtum.« »Allerdings schmücken sich die Niederösterreicher mit seinem Geständnis. Und mit dem Mord an seiner Taube hatte er nichts zu tun.« »Die Spöner spü ohne Regeln«, glaubt Schremser. »Mit uns«, pilft Ritz in den Kopf wie ein Raubvogel. »Mit wem sonst?« »Wir?« »Die schwarze Hand«, sagt Schremser teilnahmslos und zuckt mit den Achseln. »Die in Zusammenhänge liegen auf der Hand«, jammert der Letztenalsleiter und klatscht sich mit der rechten Hand auf die gerüttete Stirn. »Aber das ergibt alles keinen Sinn für mich.« »Nicht einmal für mich«, drößt den Kottern im Türkensitz. »Sich mit ihnen auf eine Unterhaltung einzulassen, ist anscheinend lebensgefährlich.« »Näht, dass sie noch mit mir reden.« Pillich springt erschrocken auf, weil die Gangtür hinter ihm geöffnet wird. Jetzt ist es die von Dr. Watzinger angeführte Visite. Schremser und Pillich flüchten aus dem Zimmer. Schremser legt vorher noch eine Zeitung für Kottern auf das Nachtkästchen. Die Visite ist gleich wieder vorbei. Dr. Watzinger kündigt das längst fällige Röntgen für den frühen Nachmittag an und einen elektrischen Test, den er selbst vornehmen wird. Der Oberarzt hat einen neuen Namen für Kotterns mutmaßliche Krankheit. Belsche Lähmung. Adolf Kottern, 41 Jahre, Polizeimajor. Der Dezernalsleiter landet mit schöner Regelmäßigkeit beim immer gleichen Punkt. Ich soll mir meine wüsten Spekulationen schenken und mich endlich an der Realität orientieren. An was könnte ich mich da halten? An Leitlinien, Börseprognosen, das Wort zum Sonntag, Hinweise für Bergwanderer. In der Zeitung findet sich unter den Stellungnahmen zum Attentat auf den libyschen Diplomaten auch eine des Bürgermeisters. Der glaubt schon wieder an eingeschleuste internationale Terroristen. Ein sofort ausgebesserter Versprecher ist ihm dabei auch gelungen, indem er zunächst von eingeschleusten Touristen gesprochen hat. Kottern begleitet Jerry Kottern und Phil Decker durch Manhattan und eine simple Geschichte. Die Täter haben sich schon auf Seite 17 verraten. Das letzte Wort im Explosiv-mit-Dynamit-Roman heißt Todesstrafe. Die Lösung, nimmt Kottern an, ist auch in seinen akuten Fällen einfach und naheliegend. Da er Strohbeck oder Zugregel für den Mord an Verena Leskova verantwortlich macht, die da mit dem Partner Hohnemann aus dem Geschäft drängen wollten, glaubt Kottern inzwischen an zwei verschiedene Organisationen mit zum Teil identischer Besetzung. Da gibt es einerseits die Zuhälterpartie, die ihr Geschäft noch lukrativer machen will und eines ihrer Mitglieder elegant abserviert. Kotterns Annahme, Zugregel und Strohbeck waren gleichzeitig mit dem Zeuchter in einer zweiten Gruppe organisiert. Sie haben Waffen und Sprengstoffe bei Geritzer für ihre Anschläge besorgt und den Waffenhändler nach geleisteten Diensten beseitigt. Karl Hohnemann sollten gleich beide Morde angehängt werden. Wieso gewöhnliche Kriminelle auf politische Anschläge verfallen, ist Kottern allerdings schleierhaft. Im Auftrag? Den Gedanken verwirft er schnell wieder. Dass Zeuchter vor dem Pelikan sterben musste, weil er Kottern vom Zusammenhang des Gewöhnlichen mit dem politischen Verbrechen erzählt haben könnte, will der Major erst recht nicht einleuchten. Durch die MP-Schüsse auf Zeuchter ist dieser Zusammenhang ja erst demonstriert worden. Was soll überhaupt hinter den Einschlägen auf völlig unterschiedliche Politiker stecken? Eine neue Kraft? Sind die Einschläge nur Manöver oder Ablenkung? Sogar auf dem harten, schmerzenden Röntgenbett, auf dem Kotterns Schädelinhalt mehrmals abgenichtet wird, kann sich Kottern den durchgehenden Gedankenketten nicht entziehen. Erst Dr. Watzinger im Elektrokabinett bringt ihn auf andere, existenzielle Gedanken. Kottern liegt auf einem schmalen Untersuchungsbett mit Gummibespannung. Der Arzt hat elektrische Kontakte an den Wangen und Lippen des Majors befestigt. Zuerst will er elektrische Impulse durch den gesunden Gesichtsnerv schicken und die Geschwindigkeit messen, mit denen der Nerv die Impulse weitergibt. Die Leitungsgeschwindigkeiten werden nachher mit den reduzierten Werten des gelähmten Nervs verglichen. Es tut gar nicht weh, verspricht auch der Watzinger mit Hundeblick vor dem ersten Stromstoß. Die Bemerkung ist Kottern von den Disten vertraut. Die Intensität ist vergleichbar mit dem Schlag an einem elektrischen Rinderzaun. Kottern hat sich nur gestern im Pelikan für einen ausgewachsenen Ochsen gehalten. Die elektrischen Schläge werden in verschiedenen Abstufungen verabreicht und die Stärkeren schütteln den Major doch ordentlich durch. Frankenstein lebt. Dr. Watzinger ist zufrieden. Nur 20% Unterschied. Die Lähmung ist also wirklich sehr oberflächlich und voraussichtlich schnell wieder weg. Auch die ersten Meldungen aus der Röntgenabteilung stimmen den Neurologen zuversichtlich. Ziemlich sicher keine zentrale Lähmung. Bis zum Einbruch der Dunkelheit hat Kottern jedes kleinen Inserat in der Zeitung zweimal gelesen. Den Abend verbringt er im Gemeinschaftsraum mit schweren Fällen, die vor dem Fernsehapparat und Katharina Valente schlummern. Am Sonntag zählt Paul Schremser zu dem Frühaufstehen. Der wartungsvolle Neffe hat gleich auf einem Campingbett im Wohnzimmer übernachtet. Bevor Schremser die Wohnung verlässt, präpariert er das Fleisch fürs Abendessen. Schon kurz vor sieben sind die Hobbyangler im Citroën unterwegs. Valentin hält die Gurkendose mit den Köderfischen. Schremsers bevorzugter, nicht ganz legaler Fischplatz, wartet in der Lobau. Beim Bahnübergang auf dem Handelskeh sind die Bahnschranken geschlossen. Schremser stoppt das Auto hinter einem silbernen neuen Mercedes 230 und stellt den Motor ab. Im Rückfenster des Mercedes bewacht ein künstlicher Dackel eine gelb umstreckte Klopapierrolle. »Tü, der ist nervös«, meint Valentin, der auf dem Beifahrersitz geschnallt ist. »Die Bremslichter des Mercedes leuchten anscheinend unregelmäßigen Abständen auf.« »Das sind Moase-Zeichen«, behauptet Valentin nach einer Weile. »Ja, ja«, sagt Schremser. »Was heißt es denn?« »S.O.S.« »Der Detektiv bin ich«, meint Schremser. Er nimmt die Beobachtung noch nicht ganz ernst. Während ein kurzer Güterzug die Straße überquert, flackern die Bremslichter wieder auf. Und der Kriminalbeamte zählt erst mit. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. »Du kannst recht haben«, gibt Schremser zu und beginnt zu schnaufen. »Die Schranken gehen hoch, der Citroën springt nicht gleich an. Die Verfolgung, die deswegen nur mit Verspätung beginnen kann, endet nach wenigen Metern mit einem aufgerissenen Reifen an einer Gehsteigkante. Schremser presst ein paar Schimpfwörter heraus. In einer nahen Telefonzelle, ruft Schremser im Erkennungsamt an, erreicht Sonja Kripperwetz, die sich keuchelt, meldet. Sie ist zum Dienstapparat gelaufen. »Stellen Sie fest, wenn der Mercedes mit dem Kennzeichen W 367 996 gehört. Die Adresse möchte ich auch haben.« »Bleiben Sie dran.« »Nein, Sie setzen sich mit der Adresse und dem Namen in einem Wogentulln einen Autostopper auf dem Handelscheop.« »Nein, erkenne ich den.« »Er sieht aus wie ich.« Zehn Minuten nach sieben bremst sich Sonja Kripperwetz in einem weißen Polizeigolf neben Schremser ein. Er hat inzwischen den heftig protestierenden Neffen zu Fuß nach Hause geschickt, mit einem Budget für mindestens vier Portionen Eis mit Schlagobers. Schremser steigt zu. Der Mercedes gehört dem Direktor einer Supermarktkette, Werner Conano. Die Adresse ist laut Zulassung in Döbling in der Grottenbachstraße. »Was ist mit dem Wagen? Fahrerflucht?« »Sie werden es mir nicht glauben,« meint Schremser und berichtet dann trotzdem von der Entdeckung Valentins. An der Adresse 19. Bezirk befindet sich ein kleines, exklusives Mietshaus mit nur wenigen Wohnungen. Sonja Kripperwetz bleibt neben der Hausordnung im Flur. Schremser klingelt an der Tür im ersten Stock. Erst nach dem zweiten, energischen Läuten, öffnet eine etwa 30-jährige, rundliche Frau. Sie hat einen bunten Morgenmantel an und ist von Schremser offenbar beim Frühstück gestört worden. »Polizei!«, sagt Schremser. »Können Sie sich ausweisen?«, sagt die Frau, die den Weg in die Wohnung nicht freigeben will. Schremser holt seinen verwelkten Führerschein aus der Tasche, den die Frau misstrauisch betrachtet. »Eine Polizeimarke haben Sie nicht?« »Nur während der Wochen. Kann ich hineinkommen?« »Ja.« Schremser betritt das Vorzimmer und schließt selbst die Tür. Die Frau geht in den Salon vor, der mit Jugendstilmöbeln vollgestopft ist. Auf einem Glastisch zwischen Lederstühlen liegt eine schlecht abgedämpfte Zigarette, der Marke kennt, im Aschenbecher. »Am Wochenende schlafe ich gerne länger,« sagt die Frau, die ihre Aufmachung rechtfertigen will. »Sehen Sie Frau Conano?« »Ja.« »Ihr Mann ist nicht daheim?« Schremser rechnet jeden Augenblick damit, dass die harmlose Szene zu zweit ins Abenteuerliche umschlägt. »Der ist weggefahren.« »Mit dem Auto?« »Naja, er hat einen Unfall gehabt.« Sie greift sich an die Kehle, dann ans Kinn. Ihre Finger sind mit langen, goldenen Fingernägeln beklebt. »Ich wollte eigentlich ihm ein paar Fragen stellen, wegen des Einbruchs.« »Einbruch?« Und davon war sie nix. Sie zeigt eine vollständige Zahnreihe mit Jacket-Kronen. Schremsers nachdrücklich, sturer Blick, veranlass die künstliche Frau mitzuspielen. »Sie meinen den Einbruch im Wochenendhaus?« »Richtig.« »Am Sonntag interessiert sie das?« »Ich hab mehrmals vergeblich angerufen«, behauptet Schremser. »Jetzt hat er den Esstisch entdeckt, auf dem Frühstück für zwei Personen vorbereitet ist.« »Wann kommt er wieder?« fragt Schremser, bevor er sich in Gedanken verliert. »Er hat plötzlich weg müssen. Ich weiß nicht einmal, wohin er gefahren ist.« »Ist er das?« Schremser zeigt mit der Kröcke auf ein gerahmtes Colorbild auf einer Kommode. Er spürt wieder sein längst vergrabenes Bein. »Ja, Sie können gern auf ihm worten, ich mach Ihnen einen Mocker.« »Na, Leber nicht«, sagt er. »Danke.« Ein kurzes Schweigen entsteht. Schremser wird das Gefühl nicht los, vor einem Revolverlauf zu stehen. »Meine Zigaretten hab ich vergessen. Können Sie mir auswerfen?« »Ich bin Nichtraucherin. Mein Mann auch.« Schremser reicht Frau Gonano einen Zettel mit Telefonnummer. Sie reagiert enttäuscht, glaubt er, weil er nicht bleiben will. »Er soll mich im Büro anrufen,« sagt Schremser, bereits auf dem Rückzug ins Vorzimmer. Werner Gonano, 36 Jahre, braun aus der Tube, steuert seine Mercedes selbst. Der Mann hinter ihm hatte die Pistole mit kurzem Lauf, der hinter dem Sitz auf seinen Rücken gerichtet ist. Das Gesicht seines Entführers hat Gonano im Rückspiegel studiert. Er glaubt aber nicht, dass ihm seine Beobachtungen nützen werden. Den Oberlippen und Kinnbart hält er für Tarnung, die Nickelbrille genauso. Gonano irrt nicht. Christian Strobek kommt sonst ohne Requisiten aus. Der Wagen rollt auf dem Parkplatz hinter dem Verkaufsgebäude. Strobek weiß, dass zehn vor acht das Kaufhaus vorne von zwei Männern einer Wach- und Schließgesellschaft verlassen wird, die sich in der nächsten halben Stunde vorschriftsmäßig das Ikea-Kaufhaus und den Baumarkt vornehmen. Bevor du jetzt aussteigst, mein Strobek freundlich, denk daran, dass du hier nicht unüberlegt den Hürden spielst. Niemand wird dir was tun. Niemand wird deiner Frau was tun. Ich möchte nur das Geld. Akzeptiert. Ist nicht dein Geld und ohnehin versichert. Sie haben was übersehen. Nichts haben wir übersehen. Steig aus. Wenn wir nicht rechtzeitig zurück sind, kann ich für meinen Freund nicht garantieren. Was meinen Sie damit? Gonano hat das Auto schon verlassen und geht vor Strobek, der die Pistole in der rechten Jackentasche hält, auf den hinteren Eingang zu. Er hält sich, was Hausfrauen betrifft, für das Beste, seit es Brotschnitten in Zellofan gibt. Gonano sperrt auf. Rettet den Stephansdom, steht auf einem roten Plakat neben der schweren Tür. Du nimmst den kürzeren Weg, befiehlt Strobek. Ihr warst, wo der Schrank steht. Gonano ist überzeugt davon, dass der bewaffnete Mann bestens informiert ist. An alles hat er aber möglicherweise doch nicht gedacht. Ein paar Steinstufen führen zum Gang, auf dem sich Gonanos Büro und der Raum mit dem Panzerschrank befindet. Gonano öffnet auch hier mit seinem Zentralschlüssel. Da alle, meint Strobek, der den riesigen Schrank bewundernd betrachtet. Allein? Wo ist der Schlüssel vergessen? Nein. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen 5000 Schilling von mir gebe? Wenn ich Kleingart sagen will, holt ich mich an eine Klofrau. Wo ist es mit den 5000 Schilling? Mein letztes und bestes Angebot. Mehr ist nicht drinnen. Der Schrank ist leer? Nein. Das ist circa der Betrag, den ich eingesteckt hab. Nehme. Mein Strobek großzügig. Zum Drewerstrahl. Nein, nein, Sie verstehen mich nicht. Wir kommen nicht rein in den Schrank. Na, wo ist denn der Schlüssel? Nein, er ist da. Erklärt Gonano gelassen. Aber wenn ich aufsperre, muss binnen einer Minute auch der passende Gegenschlüssel her. Sonst lässt sich ein Alarm nicht vermeiden. Du blöfst. Probieren Sie es ruhig aus. Der hat denn den zweiten Schlüssel? Mein Prokurist, Herr Bangerl. Was treibt der am Sonntag? Weiß ich nicht. Er ist nicht verheiratet. Er kam bei der Freundin, übernachtet haben. Vielleicht ist er daheim. Vielleicht ist er zu einem Fußballmatch gegangen. Strobek versetzt Gonano mit der Pistole einen Schlag gegen den Brustkorb, dann einen Tritt gegen die linke Kniescheibe. Du forscher Hund! Der Geschichte folter geht's denn? Ich wollte es Ihnen draußen eh schon sagen. Wirklich! Als Schremser wiederkehrt, kann Sonja Kripperwetz im grauen Flur die Hausordnung fast auswendig. Auch die zusätzliche handschriftlichen Befehle, die die Hausbesorgerin an das schwarze Brett geheftet hat. Was ist los da oben? Der Gonano ist bestimmt nicht freiwillig weggeformt. Meiner Meinung nach ist er entführt worden. Gekinippt? Bravo! Seine Frau hat es gesagt. Die Kahn kann nichts sagen, weil sie nicht allein in der Wohnung ist. Mit Verstärkung ist es gleich erledigt. Schremser lehnt ihren Vorschlag kopfschüttelt ab. Ich bin mit, sagt er. Wozu? Weil es mein Lieblingsspül ist. Räuber und Schandarm. Schremser will die Schlüssel des Polizeiwagens haben. Ist kein Automatikfahrzeug, bedauert Kripperwetz grinsend, die sich damit unentbehrlich macht. Scheiße, sagt Schremser. Ich telefoniere unterwegs. Sie setzen mich ab und vorn. Daher zurück. Was machen? Abwarten. Manfred Bangerl bewohnt ein mittleres Haus mit großem Garten im Weringer Villenviertel. Gonano verirrt sich zweimal im Einbahnzirkus, landet schließlich doch vor Bangerls grünem Gittertor. Ein angeschlagenes Emaileschild warnt von dem bissigen und treuen Schäferhund, dessen Kopf auch abgebildet ist. Strohbeck steigt gleichzeitig mit Gonano aus und läutet selbst an. Ein Mann kommt nach ein paar Sekunden aus dem Haus, das etwa 20 Meter von der Straße entfernt ist. Er nähert sich winkend und mit freundlichem Gesicht der Gartentür. Nur Gonano kann wissen, dass der Mann nicht Bangerl ist. Der Prokurist hat noch nie Krücken benötigt. Wir müssen mit den Herren da in die Firma, berichtet Gonano und dreht sich zu Mercedes um. Haben Sie den Geldschlüssel? Immer, sagt Schremser. Noch vor dem Einsteigen nützt er die angenommene Unaufmerksamkeit Strohbecks und schlägt ihm die rechte Krücke gegen den Hals. Strohbeck stürzt auf den Gehsteig. Gonano ist schon über ihm und holt sich die Pistole. Bleibling, schreit er. Jetzt traut sich auch der echte Prokurist aus dem Haus. Er wendet sich aufgeregt an Gonano, während er fuchtelnd in Richtung Schremser zeigt. Der Herr ist von der Polizei. Muss ehrlich? Ja, sagt Schremser. Gonano ist überrascht. Waren Sie nicht im Zitronen hinter mir? Doch. Ich bin trotzdem bei der Polizei. Strohbeck, der keinen Gedanken mehr an einem Befreiungsversuch verschwindet, hat überhaupt keine Ahnung, was die Männer, die er eben noch sicher im Griff gehabt hat, da zusammenreden. Wo ist meine Frau? Will Gonano wissen. Noch in der Wohnung, muss Schremser zugeben, macht aber gleich ein zuversichtliches Gesicht. Das lösen wir auch noch. Schremser muss gar nicht mehr eingreifen. Zuerst haben zwei Hausparteien der Grottenbachstraße, denen Sonja Kripperwetz im Hausflur bedrohlich und verdächtig vorgekommen ist, eine Funkstreife angefordert. Die Polizeibeamtin ist ihre Kollegen aber schnell wieder losgeworden und hat auf eigene Faust gehandelt. Vielleicht hat sie auch den Nachtfilm mit Randolph Scott gesehen. Sie hat jedenfalls bei der Familie Gonano geläutet und sich in der Wohnung als Hausbewohnerin ausgegeben, die der Frau des Hauses unbedingt ein Stück Torte einer versäumten Geburtstagsfeier überreichen muss. Das Tortenstück, von der Hausbesorgerin ungern zur Verfügung gestellt, ist im Gesicht Zugregels gelandet, den Sonja Kripperwetz hinter dem Vorhang bemerkt hat. Die telefonischen Neuigkeiten treiben Cotton aus dem Sonntagsbett. Er kleidet sich rasch an, weil er sich bei den unvermeidlichen Verhören für unentbehrlich hält. Dann geht er zum Aufzug. Die heutige Krankenschwester, die ein Strickmuster beäugt, trifft im Empfang fast der Schlag. »Was haben Sie vor?«, sagt sie. »Ich kündige«, erklärt die der Schwester zugewandte, steinernde Gesichtshälfte des Majors. »Das können Sie nicht machen!«, schreit die Schwester zur bereits geschlossenen Lifttür. Im Aufzug schiebt sich Cotton zwei Vitamintabletten weit in den Mund. Sie sind lange im Hals unterwegs. »Ich habe Ihr Manuskript, wie versprochen, in einem Zug gelesen. Leider bin ich doch nicht in der Lage, es an einem Verlag oder eine vielversprechende Agentur zu vermitteln. Der Versuch könnte meine guten Kontakte in der Branche über Gebühr belasten. Eine Veröffentlichung käme nach meiner Meinung sicherlich viel zu früh. Viel zu viel Sturm und Drang, ein zwanghafter Zug zum Banalen und Ordinären, kein ersichtliches Konzept, einfach drauf losgeschrieben, reichlich Ballast. Sie schaffen skurrile Monster, keine Menschen. Das ist alles noch nicht einmal mein Haupteinwand. In der Wirklichkeit macht der Zufall man entwegen ständiger und treuester Helfer der Kriminalpolizei sein. Im Roman ist er für mich fast blasfemisch. Für den Fall, dass Sie Ihr Manuskript jetzt selbst anbieten wollen, übersende ich Ihnen eine vollständige Liste aller deutschsprachigen Verlage. Mit Berücksichtigung der DDR. Bestenfalls interessiert sich der PIPA-Verlag in München 4 Konvolut. Der hat erst kürzlich mit einer neuen Spannungsserie angefangen. Der Dezernalsleiter, der auch ins Sicherheitsbüro geeilt ist, will Zugriegel und den unter dem Kinn verletzten Strohbeck getrennt verhören. Der Major und Schremse halten das für Zeitverschwendung. Sie rechnen eigentlich mit raschen Geständnissen, weil beide Verhaftete die Aussichtslosigkeit ihrer Situation einsehen müssten. Im schlimmsten Fall werden die zwei sich die Hauptschuld gegenseitig zuweisen. In einem betagten roten Audi 50 vor der Wohnhausanlage 19. Bezirk hat das Erkennungsamt Sprengstoff, Faustwaffen und die gesuchte Maschinenpistole gefunden. Zur PILGs Enttäuschung keine Kalaschnikow. Noch bemerkenswerter ist eine Filzstiftskizze aus dem Auto. Das Blatt zeigt einen Plan der Zentralsparkasse in der Alsabachstraße, die am Mittwoch ausgiebig beraubt worden ist. »Bald können wir dem Duo jedes Verbrechen in Wien anhängen!« verlockt PILG den Überfall auf die Sparkasse und auch den Überfall auf den Geldtransporter am Donnerstag als anarchistische Geldbeschaffung einstuft. »Forsch!«, meint Kottern. »Die Anschläge waren nur Ablenkung.« »Vier Tote als Ablenkung?«, grunzt PILG, der seinen Hut wie einen Japaner unter seinen Sessel gelegt hat. »Ja, Ihre bizarre Fantasie geht mit Ihnen durch!« Der Major lässt sich nicht irritieren. Er zweifelt, seit er beim Dezernat ist und Zeitungen liest, auch an den unglaublichsten Geschichten nicht. »Wem was politisch ist, setzt bei uns was aus. Auf das haben die Typen gesetzt, mit Erfolg. Wir rotieren wie die Anfänger, die Stapo auch. Und im Hintergrund, ergänzt Schremser, der die Glut seiner Reh nur fast schon zwischen den Lippen hat, gehen die Überfälle in aller Ruhe über die Bühne. »Keine terroristischen Beschaffungsüberfälle?« Der schwitzende Dezernatsleiter macht ein leidendes Gesicht. Als Aufklärer terroristischer Taten würde er lieber im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. »Einfache Bereicherung,« sagt Kottern, »mehr ist es nicht. Und die Aufklärung war nur ein Zufall?« Pillig schlägt die Hände vors Gesicht. Bevor er im eigenen Büro zu schluchzen beginnt, legte ihm Schremser einen Arm um die ausgepolsterten Schultern. »Das müssen wir ja niemanden sagen.« Das gefällt Pillig schon besser. Vor allem, wenn sein Bruder und die Stapo noch eine lange Zeit vergeblich in der Anarchoszene stöbern und herumstolpern. Zugregel und Strohbeck sind zunächst fast kooperativ. Der Gerritzer hat die Waffe angeliefert, die für die Anschläge und Überfälle gebraucht wurden. Die Tötung Verena Leskowas war Strohbecks plötzliche und einsame Idee. Er hat auf Hohnemanns Position in der Zuhälterklicke gespitzt. »Warum hat denn der Gerritzer sterben müssen?« »Aus privaten Gründen«, sagt Zugregel. Er hat, gibt er aus freien Stücken zu, die Briefe im Pressereferat der Hochschülerschaft auf Vorrat getippt. Kotterns Annahme, dass die Aktion Bereicherung über eine zweite Organisation geplant und durchgeführt worden ist, wird auch rasch bestätigt. Nach dem fünften Überfall wollte man Mitte nächster Woche Österreich verlassen. »Zeuchter, der vor der türkischen Botschaft und bei der Sparkasse dabei gewesen ist, hat nach Strohbecks Ansicht nicht teilen wollen. Deswegen hat Strohbeck vor dem Pelikan nicht lange überlegt.« »Wo ist das Geld?« »Die naheliegendste Frage fällt Schraml ein, der dafür sogar seinen zuckerfreien Kaugummi in den Papierkorb spuckt.« Zugregel und Strohbeck geben keine Antwort. »Das Schweigen wird nur vom Summern einer Stubenpflege begleitet, das im Moment nicht einmal pillig verwirrt.« »Es gibt am vierten Mann«, vermutet Schremser und setzt Zugregel entschlossen den Krückengummi über dem Hosenbund gegen den Magen. »Der wird auch das Geld haben. Auf eure Mist sind so aufwendige Pläne nie im Leben gewachsen.« »Ist euch nicht klar«, mischt sich Cotton ein, »dass sich euer Chef in den nächsten Stunden mit dem Geld absitzt?« »Für einen alleine wird sie jetzt schon reichen.« »Ihr marschiert in die Haft. Er fliegt auf die Bermudas.« »An was appellieren Sie?«, bricht Strohbeck sein Schweigen. »An deinen schlechten Charakter.« »In Ordnung«, gränt Strohbeck. »Wie waren zu viert?« »Idiot«, knurrt Zugregel, den Pilch sofort abführen lässt. »Herr mit Namen«, flangt Schremser. »Richard Febig.« »Ist uns der bekannt?«, fragt Pilch. »Für Mörder ex machina hat er nichts übrig.« »Der hat beim Tänisklub den Geritzer aufgerissen«, riedt Strohbeck weiter. »Er muss ihn von früher gekannt haben.« »Das heißt, die privaten Gründe waren seine privaten Gründe«, sagt Schremser. »Wo loschiert denn der Herr Febig?« »Im Helden.« »Da wird er nicht mehr sein, weil wir uns nicht bis Mittag zurückgemeldet haben.« »Haut er gesagt, was er gegen den Geritzer privat hat?« »Nee.« »Noch eine Hinrichtung«, glaubt Kottern. »Aber auch der Febig hat wahrscheinlich den Vorhersten erwischt.« Pilch macht verzweifelte Augen, bricht einen Bleistift ab. »Er hat keine Ahnung, auf was Kottern anspielt.« »Der hat angenommen«, sagt Kottern, »dass der Geritzer seine Schwester oder seine Frau umgebracht hat.« »Vor dreißig Jahren.« »Jetzt dämmert es dem Beznatsleiter doch.« »Der Mord an der Volksschullehrerin Irene Febig, der Strelzke-Geritzer, nicht nachgewiesen werden konnte.« Febig muss immer an die Schuld Geritzers geglaubt haben und hat ihn als Tennislehrer wieder getroffen. So hat Geritzer doppelt in die Pläne Febigst gepasst. In den Strelzke-Papieren findet Schremser mit Mühe den Namen Richard Febig, geboren 30.08.1937, ein Bruder der getöteten Lehrerin. Er scheint als einer der Zeugen im ergebnislosen, geschworenen Prozess vom Dezember 1957 auf. »Du musst eine Dame besuchen«, sagt Kottern zu Schremser. »Kann ich dir das nicht machen«, schlägt Schrammel vor. Er hat eine Büroklammerpilz eingesteckt, mit der er später im eigenen Ohrenschmalz schürfen wird. »Dich mag sie nicht«, sagt Kottern. Der Dezernalsleiter, ähnlich auch offiziell Hofrat, gibt triumphale Pressekonferenzen, obwohl die Fahndung nach Richard Febig noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Ein wichtiges Gefecht gegen die Stapo hat er für sich entscheiden können. Sein Bruder hat sich mit der politischen Spur, die er zu lang verfolgt hat, öffentlich blamiert. Dafür wird er sich mit ganzer Kraft die Demonstration der Waffengegner vornehmen und auf Provokation lauern. Anfang Juli wird der Polizeipräsident, der Pilch sogar eine seltene Medaille überreicht, endgültig in Pension gehen. Pilch ist durch nichts mehr aufzuhalten. An den polizeilichen Pressekonferenzen nehmen vom Mordessenat nur Schrammel und Schremser teil. Der Mordfall Irene Fiebig wird von den Journalisten nicht einmal gestreift. Die 82-jährige Hertha Barton hat gestern noch zugegeben, die junge Konkurrentin, in die sich ihr Mann Mitte 56 vernarrt hat, erschossen zu haben. Keine plötzliche Eifersuchtstat, vorsätzlicher und lang geplanter Mord, um den Ehemann wieder an sich zu binden, was ja auch bis zu seinem Tod 1969 gelungen ist. Die Tat ist verjährt. Cotton kehrt nicht in sein Bett im Krankenhaus zurück. Er fährt seinem Skoda stromaufwärts nach Langenlebern, wo er ein winziges Holzhaus auf Pfeilern in der ehemaligen Au besitzt. Beim Kadelwirt, wo er sich wie üblich eine Kiste Bier besorgt, wird er vom Wirt auf einen einfachen Korn eingeladen. Der Kadelwirt fragt ihn mit der Zeitung in der Hand über letzten ereignisreichen Tage aus. Cotton holt ihm sogar einen druckfrischen Steckbrief Fiebix aus dem Kofferraum. Für Hinweise, die zur Verhaftung Fiebix führen, sind landesweit 25.000 Schilling Belohnung ausgesetzt. Der Wirt wird das Plakat im Lokal anschlagen. Ich hab ihn gesehen, sagt Theresia Glubner, eine 60-Jährige, die früher als Schulwartin beschäftigt war und jetzt jeden Montag und Donnerstag im Wirtshaus putzt. Wo? fragt Cotton unwillkürlich. Na, bei uns im Ort, sagt die Frau, die sich mit einem Fetzen- und Seifenlauge über den Holzboden hermacht. Die spinnt, flüstert der Wirt zwinkernd dem Major zu. Na, wo im Ort, will Cotton wissen. In ihm lodert doch noch kriminalistisches Feuer. Ihm ist bekannt, dass die Glubner mit den verschwollenen Beinen als wunderlich gilt, aber sie ist nicht dumm und ihr Geständnis ist keinesfalls schlecht. Manchmal glänzt sie in der Gaststube oder im Bierzelt mit komplizierten Multiplikationen, die sie in Sekunden ausrechnet. Heute Fahrmittag war es, erklärt Theresia Glubner. Mir fällt auch noch ein, wo ich ihn gesehen hab. Cotton kommt bei der Frau nicht weiter. Er schafft die bezahlte Kiste Bier in sein Auto und geht zu Fuß zum Posten der Orts-Gendarmerie. Dort hat heute der Kommandant Wehwerglat Dienst den Cotton beim letzten Breischnapsen geschlagen hat. Ja, wo kann ich die Glubner schon gesehen haben? Überlegt Wehwerglat laut, der seine wenigen Haare quer über den glatten Kopf gekämmt hat. Im Wirtshaus oder im Kaufhaus Werdlinger? Sonst kommt sie nirgends hin. Wenn der Fiebig wirklich im Ort eingekauft hat, sagt Cotton, kann er auch ein Quartier im Ort haben. Wehwerglat ruft hintereinander bei den anderen Gasthäusern an, die Zimmer vermieten. Neue Gäste sind nirgends eingetroffen. Dann hilft sich Wehwerglat selber auf die Sprünge. Beim Danzinger kann er sehen, schnaubt er und eilt zur Wandkarte vom Bezirk. Er zeigt auf ein eingezeichnetes Bauernhaus etwas außerhalb des Ortes. Das Haus steht seit zwei Jahren leer. Heute in der Früh hab ich am Wogenblick gesehen mit Wiener Kennzeichen. Aus dem Kann wird rasch ein Muss. Wehwerglat verständigt die zuständigen Landesstellen. Bei der Fahndungsabteilung beschließt man, das Bauernhaus Danzinger sofort zum Stellen. Für die Verhaftungsaktion wird auch Heribert Pilch aus Wien zugezogen, weil er vor zwei Tagen Honemann ohne großes Aufsehen an die Niederösterreicher abgeliefert hat. Man einigt sich darauf, dass Pilch bei der Verhaftung Fiebix das Kommando übernimmt. Pilch verschafft sich hinter einem VW-Bus der Gendarmerie einen Überblick. Aus dem Rauchfang des Hauses steigt grauer Rauch. Es muss also bewohnt sein. Über ein Megafon wird der im Bauernhof, vermutete Richard Fiebig, wiederholt aufgefordert, sich zu ergeben und ins Freie zu kommen. Ohne Resultat. Pilch gibt Armzeichen wie ein Filmanführer der Kavallerie und schreit in das flache Gerät seine Hand. Das Haus stürmen! Keiner der Gendarmen rührt sich von der Stelle. Das Haus stürmen! wiederholt er und schaut sich unsich um. Warum tut sich nichts? Das ist ein Befehl! Und dieses Erwokeman, zerkottert mit Blick auf das kleine Turmband in der Hand Pilchs. Made in Taiwan! Glücklicherweise sind keine Journalisten und Fotografen in der Nähe. Die Gendarmen des Sonderkommandos werfen jetzt Tränengaskapseln durch die Fenster und geben Schüsse in die Luft ab. Nach nicht einmal fünf Minuten steht ein Mann in der Haustür. Schon auf den ersten Blick gibt es keinen Zweifel. Es ist wirklich Richard Fiebig, der Husten und mit erhobenen Händen aus dem Bauernhaus taumelt. Die improvisierte Siegesfeier, der auch der Presse und dem Rundfunk gilt, findet beim Kadelwirt statt. Der fast schon Präsident wird gelöst und gibt Polizisten-Lateien zum Besten. Erfolg macht glücklich und geschwätzig. Als Cotton auf dem Weg vom Pissoir durch den nur notdürftig beleuchteten Tanzsaal geht, hält ihn Theresia Glubner an einem Ärmel zurück. Ich hab mich geirrt, bedauert sie und zeigt auf den ausgeschalteten Fernsehapparat im Herrgutswinkel. Da hab ich ihn gesehen, als Foto in den Frühnachrichten. Das tut mir leid. Cotton schwankt an der Frau vorbei in die Gaststube, wo ihn der Ahnungslose Benznasleiter noch einmal umarmt. Für einen Schnappschuss des EZ-Fotografen küsst ihn Pilz sogar auf die Wange und schüttelt ihm heftig die Hand. Das Foto des Jahres. Die Geräusche des Blitzlichtgerätes klingen wie das Zuschnappen einer Fuchsfalle. Der Major schnuppert an seinen Fingern, der Musikautomat stöhnt. Oh boy! Dein Von Dein Von Dein